Musik 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 Oh, geil, ich schmeckte einen Keks. Möchst du einen Keks? Musik Wenn es Kekse gibt, dann sind die zwei wie Julia. Musik Kekse Möchst Musik Hallo erstmal Hallo erstmal Willkommen bei der absoluten Eskalation Auf Twitch Musik Ganz kleinen Augenblick, ich bin sofort wieder da. Auf Wiedersehen Gibt's du mir die Keks? Zoom 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 Timmy, ich muss jetzt deine Augen zeigen Nein! Du musst auf diese Kamera schauen Ja O ver... Ich kann am Spitz auf die Kopf legen Nein! Nein! Ich muss weg, ich hab noch Wurst im Auto Ich glaube nicht, was fahren war, ne? Mit Jecken, wie wir widmen, wollten wir erstmal ein bisschen Spaß mit Vögeln haben. Äh, also mit... Ich, ich laufe es einfach. Ich laufe es einfach. Ich mag den auch, boah. Wenn ich selber so einen Charakter entwickelt habe. Oder eine Landschaft oder eine Szenerie oder sogar eine Geschichte. Da kann ich heute mal Freude machen. Was machst du jetzt? Wie ne Rakete jetzt. Ja. Ich hab ne Beule. So, weiter zu den Möpsen. Ich werde definitiv die Möpse nochmal auspacken. Heute mit Background-Vögeln, genau. Oh, ist das schön. Schön. Okay. Alles klar. Sorry, sorry. Au. Okay. Vogel Nummer eins ist verschwunden. Der Popo kommt raus. Das ist Suis Lieblingsplatz. Das ist Suis Lieblingsplatz. Ja, hallo. Ja. Hallo, Sui. Ja. Andere Leute haben ein Mikrofon. Ich spreche in meinen Vogel. Bitter Bitz. Du hattest Skorpionen zum Mittagessen. Ja. Sehr lecker. Nicht. Quack, quack Quack. Quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack! Fett hier wahnsinnig. Hm. Warum bin ich in der Anstalt? Yeah! Ohne Dachpappe oder etwas in der Art kann ich das Dach nicht flicken. Äh ... Ich hab Flecken gesagt, ne? Ich hab Flecken gesagt. Das war Flecken. Das glaub ich nicht, Tim. Geschafft. Ich muss mal was trinken. Oh Gott, ich hab noch Nüsse im BH. Von den Vögeln. Nicht nur noch ein Autor, sie hat Krümel im BH. Huch gehabt. Und durch meinen Kopf schoss dann nur so ... Upsi. Ähm, ja. Schoss dann nur so ein Yoshi in einem Thanos-Kuss. Ich geh mal kurz meinen Vogel holen. Mach klar. Tütteltuteln, 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 Tüttel. intermittiert ... Und, glaubst du, es steht schon so ein wenig im Rahmen. Warren ist Nivo, wir sinken! ох, ah! Ah, ah! Ah, ah, wie ... Arote, für ... Schifftee. Schifftee. Was? Das klang jetzt so ... Hä? Wir müssen immer noch ... Sorry. Die Goofy. Die Goofy. Die Goofy. Die Goofy. Die Goofy. Dieser Mops wird kein leichter sein. Dieser Mops wird steinig und schwer. Danke. Danke. Sweet. Das ketzelt. Das ist ein Bild. Das zeigt den Bildausschnell, den ich gerade offen habe. Die Goofy. Oh ja, ab und ab sehen Sie uns ja auch mal. Die Goofy. Die Goofy. Die Goofy. Die Goofy. Die Goofy. Das macht jetzt schon wieder ... Die Goofy. Die Goofy. Meik, meik. Meik, meik. Au. 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 Oh mein Gott. Das ist nur kein Ende. Mütterchen, du hast drei Wünsche frei. Das Mütterchen sagt... Ich hab gedacht, da gibt's ein fette, fette, fette Fate. Ich... Ich... Au! Au. 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 Verdammt. Mikro warst. Entschuldigung. Hahaha. Hahaha. Okay, klar. Naas. Hahaha. 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 Was hast du gemacht? Hahaha. 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 Stimme. Hahaha. 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 Ich war nicht anders. Hahaha. 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 Häh. Häh äh. Guten Tag. Wait try who here, du... Willkommen bei Juli Luat. Fühlen Sie sich wohl? Haben Sie Spaß bei aberwitzigen und bunten Streams? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Überregionalstream von Langeweilen an der Öd nach Frosinnen über Quatschstedt und Flachwitzenhausen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Einen Viva-wunderschönen Mittwochmorgen wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr da seid. Seven, moin, Jack McRecon. Bin ich an? Ja. Minne, Kaffee-Schwarz-Genießer, Lavendieregen, Heike, Docke nur Doc, Anne und Astrein. Der erste, Astrein. Okay. Jo. Ja. Royal Bender, guten Morgen. Hallechen, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich habe heute wieder, man sieht es kaum, wieder 1A-Kamera-Einstellung hier. Äh, es ist, ähm, geht man näher ran, ist es okay. Aber gehe ich weiter weg, dann, naja, ihr seht's ja. Panker, moin. Wartet mal. Kommt mal her, ihr zwei. Kommt mal her, ihr zwei. Es ist ein Fehler aufgetreten, steht hier. Hä? Okay. Warum haben wir jetzt keine Musik? Ich habe Uplay gedrückt. Moment. War eine Frage an den Chat. Hört ihr Musik? Ich höre nämlich keine. Wartet mal. Kommt mal her, ihr zwei. Oder auch. Sui. Ach, egal. Ah, ich höre keine Musik und bin wieder super überbelichtet. Wartet mal. Jetzt höre ich Musik. Gott ist das leise. Okay. Ich glaube, das erste Lied ist Brocken. So, jetzt haben wir Musik. Endlich. Da mache ich noch einen ganz kleinen Ticken leiser. So, jetzt haben wir alles, ob ich sein muss. Hallöchen Februar, Blüte. Lia, schön, dass ihr da seid. Brocken, genau, er ist Brocken. Ey, Rico, Broin. Ey, warum bin ich so groß überbelichtet? Das ist, hier ist überhaupt kein Licht. Ich sitze hier komplett im Dunkeln. Ich möchte endlich meine Sony Alpha haben. Ja, Minne. Oh, ich finde das so, so furchtbar, ey. Vor allem, ich habe nichts verändert an dieser Kameraeinstellung. Gestern war es viel, viel besser. Und heute ist es wieder ein Graus. Outdoorman, moin. Das sind ja alle so Probleme mit dir. Aber richtig heftig. Du siehst es ja selbst, Sven. Du siehst es ja selbst. Das ist doch nicht normal. Das ist... Vor allem, gehe ich jetzt irgendwie aus dem Bild raus? Ich weiß nicht. Wohin ging es mal kurz? Diese Überbelichtung. Ich habe so kleine Lichtquellen hier. Das ist... Es ist so schrecklich. Und gestern war es okay. Du strahlst... Ja, das ist Logitech-Technik. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe ja die gleiche. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Montagsmodell. Ich will endlich meine neue Kamera haben. Wartet mal. Wir machen mal einen Test. Wir machen jetzt mal alle Lichter aus hier. So richtig gemütlich, ne? Vorweihnachtliche Stimmung. Pass mal aus. Guck dir das mal an. Die Kamera ist super, mega empfindlich. Jeder kleinsten Lichtquelle. Ey, ich habe nur das Grafitablet hier an. Guck dir, wie das aussieht. Gottman, moin. Schön, dass du da bist. Als dauerhaft unterbelichtet. Das sage ich dir. Ja, gut. Es ist halt auch immer so random, ne? Mal ist sie gut drauf, die Kamera. So wie gestern. Gestern oder letzte Woche. Letzte Woche war sie gut drauf. Oh, guckt euch das mal an. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Noch gebe ich nicht auf. Mein Gummihuhn müsste eigentlich ein bisschen höher, ne? Vielleicht gibt das nicht hier hingesetzt. Oh, das wäre geil. Wartet mal. Dass ich sowieso hinsetzen könnte. Das glaube ich hält nicht. Chibi, Chibi. Hm. Ich habe eine Idee. Ich lasse mich mal ganz kurz in die Kameraeinstellung. Wir machen das mal kurz eben so. Webcam, Snap. Ah, da. Video konfigurieren. Ändert sich hier was? Uh. Okay, der Zoom geht schon mal. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich gebe noch nicht auf. Das stimmt. Oh, ich bin so froh, wenn ich diese Kamera nicht mehr hier ertragen muss. Boah, das ist nicht normal. Das ist nicht normal mit dieser Kamera. Hilfe. Hilfe. So, ich glaube, besser kriege ich es nicht hin. Ich glaube, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Aber diesmal ist die Linse sauber. Diesmal liegt es nicht an der Linse. Cousin Nico, moin. Schön, dass du da bist. Mach's dir gemütlich. Jedes Mal, wenn es im Stream klopft, denke ich, es klappt bei mir. Ja. War jetzt bei mir auch die Haustür. Herrlich, ne? Ähm. Mein Freund versorgt mich ganz liebevoll. Ach, das ist schön. Hoffe, ich bin heute den Kopfweh frei. Das ist super, meine. Wir frühstücken erstmal zusammen. Oh, klasse. Dann können wir zusammen quasi frühstücken. Ich habe zwar schon gegessen, aber... Ähm. Ja. Ich kriege es nicht besser hin. Das ist... Äh. Äh. Ich liebe diese Kamera so sehr. So sehr. Och, schön. So, egal. Ähm. Jetzt muss ich das wieder auf Dings umstellen. Wir können nur beten, dass die... Äh. Dass wirklich die andere Kamera, die Sony Alpha, in vier Wochen kommt und dass die mit Gottman Stick funktioniert. Und Gottman, Dankeschön nochmal für die ungarische Gulasch. Gulasch. Super war das, ne? Oh, da freue ich mich schon drauf. Kann man die auch mit Nudeln essen? Ich mache die... Ich klatsche die einfach in die Nudeln dran. Ja, also, ähm. Bitte entschuldigt mal wieder diese wundervolle Qualität der Kamera heute. Es tut mir schrecklich leid. Aber, naja. Ich kann, wie gesagt, nur hoffen, dass in vier Wochen alles besser wird mit der neuen Kamera. Das ist so... Ach, naja. Besser, als wenn gar nichts gehen würde. Ah, heute wird's gemütlich, ihr Lieben. Ich brauche heute mal einen ganz gemütlichen Art-Stream. Das war irgendwie letzte Woche ja sowieso. Bei Commissions bin ich ja sowieso auch ein klein bisschen aufgeregt dabei, dass das auch alles vernünftig läuft. Und heute soll das ganz, äh, entspannt mit euch sein. Und zwar habe ich mir überlegt, machen wir mal wieder so einen kleinen Scherz-Keks-Ausflug. Alle zusammen. Hoshi, Pita, Moin. Shirts, Tades und Stuhllehne sind dunkel. Also stellt die Automatik die Belichtung heller. Mhm. 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 Aber gestern ging's ja auch, Hoshi. Und letzte Woche ging's auch. Und da hatte ich nichts verändert hier. Ich hab auch was Dunkles getragen. Und, ähm, das Poster hing... Die Lene hat sich auch nicht verändert seitdem. Ähm, ist... Bei mir krank, diese Logitech, ganz, ganz heftig. Aber kommen wir jetzt mal zu was Positiven. Der Butler ist nun zum Leben erweckt worden. Die Posterhütte in Köln ist legendär. Oh, ich bin so super gespannt, Gottman. Und ich werd die auch teilen mit meiner Familie. Also ich werde was natürlich davon essen. Aber ich werde auch meinem Papa und meiner Mama was abgeben davon. Weil ich glaube, die mögen das auch sehr, sehr gerne. Und, äh, letzte Woche, ähm, hab ich ja geglaubt... Oh, die Musik ist kaum ein bisschen laut, ne? Dass, ähm... Das ist durch diesen Wuchtschmodder... Wollte ich sagen, ich wäre ein Arsch. Mensch mit Niveau. Nennen mich Butler. Eva! Ähm, hat jetzt das Gummihuhn den Arsch vom Butler geküsst. Während er eins klargestellt hat. Genau, Sven. Sven hat ihn vorgestellt. Ja, das war mal wieder perfektes Timing, Eva. Und Dankeschön, Eva. Für dieses Knutscherchen. Schön, dass du da wirst. Mach's dir gemütlich. Bart Spencer ist auch da. Burger Boobie. Ah, nein, wie schön. Also wenn die Musik zu laut sein sollte, bitte sagt mir Bescheid. Ich hab irgendwie den Eindruck, die ist ja gerade ohrenbetäubend. Es ist zwar gerade Zinoblade, aber... Ich will wirklich, dass das nur ganz sacht im Hintergrund rumschwubbelt. Ja, der Butler lebt. Ähm, ich kann euch ja mal... ... zur Feier des Tages. Er lebt! Meine Damen und Herren, die Gulasch-Suppe ist angerichtet. Ja. 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 Continu. Anne, ich probiere mal, ob ich das Legali einlösen kann. Sui, Banjo! Oh, die sind im Zimmer! Mal gucken, wie es in einem Großformat aussieht. Diese wundervolle Camp-Quali-Pupi-Pupi-Pupi. Banjo-Pupi. Völlig überbelichtet. Es ist so krass. Ja! Zeig mal den... Alles Banane, du Pflaume! Sven! Guten Morgen! Hallo! Schön, dass du da bist! Danke schön! Schön, dass du da bist, Sven. Mach's dir gemütlich! Hier, der Banjo, der kann Dinge. Der Banjo kann Dinge. Ja. Versuch's mal aufzukriegen. Da ist dein lecker, dein lecker, äh, Lieblings-Müsli drin. Kniffchen! Hallöchen! Warte mal, mal gucken, ob der in den Overlay auch geht. Ich hoffe. Moin! Da ist er! Da ist er! Vogel! What the fuck? What the fuck? Wow! Und guten Morgen, Jan! Moin, moin! Er lebt, Sven! Er lebt! Dank dir! Manche sagen, ich wäre ein Arsch. Menschen mit Niveau nennen mich Butler. Ja, ich finde auch. Wir machen alle nochmal durch zur Einweihung. Meine Damen und Herren. Die Gulasch-Suppe ist angerichtet. Ich finde das so gut. Ich finde das so gut. Ich finde das so gut. Das haben wir alle. Werden? Manche sagen, ich wäre ein Arsch. Menschen mit Niveau nennen mich Butler. ich habe heute wieder enorme qualitätseinbußen mit der kamera ich habe hier letzte woche auch schwarz getragen oder was da ist sie auch nicht so durchge durchgedreht so benzo so wie high five high five high five so kriegen wir nix high five high five was ist denn hier passiert es ist drehen aber ok es ist noch früh am morgen so und sui macht high five mit der hand geh high five high five high five ja super klasse fein gemacht auch die beiden und ihr müsli streunaschen guten morgen ich habe gerade gesehen wohne diese alles banane du flaume herkommen alles banane du flaume na werner natürlich guckt die kamera ich habe nichts verändert ich schwöre es euch ich schwöre es euch ich habe schon überlegt ob ich die 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 logitech app mal neu starte das ist die geilste qualität hier wieder er war wahnsinn das ist hafer hafer crunchy müsli das nehme ich mal gern zum strecken ich mache mal so ein müßli mischmasch gerne ihr wisst ja gestern habe ich gestreamt und da war alles noch da war die welt noch in ordnung mit der kamera aber heute heute ist der wurm drin boah das war welche marke warte mal ich glaube ein natura ein natura genau ein natura ich glaube das glaube das gibt es im rossmann im edeka das ist eine werbesendung hier schelitchen dankeschön für dein follow hello fps anime nenne ich das was die kamera hat die belichtung hochgerissen und dafür den shutter fps runtergetreten hoffentlich hast du bald die alpha ich sag's dir ich sag's dir ich habe ungelogen nichts geändert seit gestern ich habe ganz normal das dreamlabs obs aufgemacht und das hier vor mir es ist logitech beste beste einfach ganz toll diese kamera kauft euch dieses wahnsinn also logitech ist echt total hinterher was das angeht muss ich bei jedem neuen start des campbelles einmal die software aufmachen und die belichtung auf auto setzen und wieder zurück die belichtung auf auto warte mal wir können das ja mal ausprobieren aber ich bezweifle dass das geht kann man es einfach nur so automatischer weiß abgleich da ändert sich jedenfalls gar nichts 3560 und bei kann sein dass ich jetzt gleich wieder weg bin nicht erschrecken so du meinst den automatischen weiß abgleich mal ja da passiert nichts so wirklich da passiert nichts gar nichts passiert da war nichts passiert da war nichts seht ihr irgendwelche veränderungen nö nö ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht das hier aber es ist ein bisschen besser geworden findet ihr nicht oder täuscht das gerade wir gehen ein bisschen da so rüber und noch ein bisschen so ist das gerade besser geworden ein bisschen mehr kann ich auch nicht mehr machen ich glaube ich kann es euch nicht mehr ich kann es doch nicht mehr mal das ist ja auch mal Das liegt wirklich daran. Wenn ich auf Standard setze... Nee. Möchte jemand eine Logitech haben? Dieses wundervolle Stück Technik. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Aber dein Tipp hat, glaube ich, schon was gebracht, Jan. Ähm, ich hab... Jetzt geht's wieder nicht. Oh Mann, ich hätt's so lassen sollen, aber... Gut, ich dachte, es wird übernommen. Ja, gut. Sehr schön. Ich freu mich über diese wunderbare Kamera. Ah, schön. Ich nehme die Logitech. Jetzt hast du... Gott, mein... Ja, ähm, ja. Wir waren kurz davor, dass es fast gut aussah, das Bild. Und alles ist wieder dahin. Ja, gut. Ach, wisst ihr was? Drauf... Drauf geschießen. Vögelchen sind fertig mit Jam Jam. Vögelchen sind fertig mit Jam Jam. Ja, schade, okay. Aber ihr seht, es liegt an der Kamera, nicht an irgendwas anderem. Das ist einfach nur... Die ist einfach nur lost, diese Kamera. Ach, komm hier. Ähm... Daunay, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Ist da vielleicht wieder Obst auf der Cam? Nein. Nein. Ich hab sie... Ich hab extra nochmal nachgeschaut. Ich hab's sauber gemacht. Gepoliert. Wie eine Irre. Ach, Leute. Mir tut das so leid. Was habt ihr hier? Naja, aber besser als irgendein Schild davor, ne? Ich kann nichts mehr machen hier. Sie ist einfach nur lost. Okay, sie ist lost, Benjo. Wieso? Sie ist so derbe lost. Nur wieder ein bisschen ranzoomen. Was hatte ich denn vorhin? Naja, wobei... Könnt ihr damit leben hier, dass das so... Also ich... Es geht immer schlimmer. Es geht immer schlimmer. Hm. Nur noch zwölf Wochen. Oder fünf Jahre, Jan. Je nachdem, wie sie drauf sind. Ach, Leute. Ich lass es jetzt so. Es ist... Vergebens. Einfach nur vergebens. Ich schalte mal wieder um. In unseren... Scherzkeks. Oh, Wale. Oh, Benjo. Was ist denn los? Ihr seid schon wieder so... So unruhig, ne? So unruhig. Hm. Oh Mann, schade, dass das vorhin... Sieht okay aus. Meinst du da? Nee. Es sieht nicht okay aus. Es sieht aus, als wäre ich gesagt, sehr krank. Ich meine, das bin ich sowieso. Aber... So richtig. Hautkrank. Man ist doch so überbelichtet von Instagram-Models gewohnt. Oh nein. Oh, ich finde das furchtbar. Ich finde, das sieht... Scheiße. So. Das sieht richtig scheiße aus. So, eine Sache muss ich jetzt aber nochmal klarstellen hier. Und zwar, ähm... Muss ich noch ein bisschen näher ranhören. Hamas. Da bin ich endlich... Boah. Jetzt sieht das ja noch schlimmer aus. Hilfe. 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 Ich will nicht mehr. Hilfe. Ich gebe es auf. Nein. Ja. Ein wundervoller Creative Stream war das heute. Ich sehe das schon. Ach, ich... Ich gebe es auf. Ich mag jetzt einen Keks. Oh ja, ich auch. Beruhigungskeks. Guck mal, wie das aussieht. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Aber so werden wir niemals Partner. Mit dieser Kamera niemals. Die kommen hier rein und denken so... What? Die hat wohl gerade erst angefangen zu streamen. Was ist das für eine Scheiße hier? Ja. Ja, guck mal, wie das aussieht. Aua. Nee, also... Tut mir leid. Ich bin da echt penibel. Das geht gar nicht. Das tut mir ja den Augen weh. So, die Vögel sind wieder weg. Die wollen heute wohl nicht. Ähm... Die wollen heute wohl keine Gesellschaft. Hübscher. Eva. Nur meine Mods können erstmal den Butler auslösen, weil das sonst zu viel wird. Viel zu viel wird. Ich habe Angst, dass das dann überhand nimmt mit den... Oh, nee. Wirklich echt... Nee. Das nimmt überhand dann mit den ganzen GIF-Animationen hier. Ähm... Das kann ich... Nee. Kann ich nicht... Nee. Oh, wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Gehe mal auf Aktivieren. Ähm... So. Dann sieht das heute halt mega beschissen aus. Ähm... Ach, Downy. Das ist... Das geht gar nicht. Die Qualität. Schau dir mal das VOD von gestern an. So muss das einigermaßen aussehen. Da kriegt man ja echt Augenauer. Augenauer. Man erkennt ja dann gar nichts. Wenn die Pupsis dann hier ins Bett fliegen, erkennt man nur noch so grüne, kleine Lian-Pizzas. Ein bisschen ist das jetzt besser. Ich lasse es jetzt auch so. Aber es hat jetzt ungefähr den... Die... Nicht-Quali von vor zwei Wochen. Wisst ihr noch? Als dieser große Obstschmierfleck auf der Kamera war, auf der Linse. So sieht das gerade aus. So, ihr Lieben. Aber jetzt kommen wir mal endlich hier zum gemütlichen Teil des Tages morgens. Und zwar möchte ich heute wieder mit euch... Tanzen. Gummihundigübilechen, Bild. Gummihundigübilechen, Bild. Gummihundigübilechen, Bild. Jan, du bist der Hammer. Vor allem, warum sagt sie denn B-E-T? Warum sagt sie denn nicht B-E-T? Ist die irre? Dankeschön, Jan. Das ist super lieb von dir. Ich mach das aber sowieso. Ich mach das jetzt wahr. Wenn die vier Wochen um sind und nach drei Wochen ungefähr, es passiert ja immer so eine Woche, bevor die Lieferzeit dann durchgekommen wäre, wenn das dann wieder hochgenommen wird auf sechs Wochen, können die mich mal! Nein, ich zeig's jetzt nicht. Liebe Mitarbeiter von Otto, ihr habt doch einen Knall! Dann schreibt die gar nicht aus. Dann schreibt hin, nicht lieferbar. Fertig. Seit Ende August warte ich auf die. Seit Ende August, ihr Lieben. Ende August! Es ist, ja, gestern gewesen. So, lass mich mal meine schlauen Zettelchen durchgucken hier. Ob ich da was Schönes finde? Passwörter? Nee. Ähm, warum habe ich Greise? Warum habe ich greisförmige? Ich weiß es nicht. Jack? Was geht denn hier heute kaputt? Dankeschön, Jack! Boah! Jack Kraken spendabolisiert zehn Zahlungsmitteleinheiten, das was Hydraulik BET sagt, Keks. Dankeschön, Anne, das ist lieb! Boah, Jack, vielen lieben herzlichen Dank! Hydraulik BET. Alter Falter! Dankeschön, vielen lieben Dank dafür! Das ist so lieb! Also, ja, vielleicht bestelle ich die doch eher. Ich habe keinen Bock mehr zu warten! Diese, diese Sony, diese wundervolle Sony, die kann das nämlich von alleine. Ja, die ist schon erwachsen, die ist schon, das ist eigentlich schon eine große Kamera. Die, ähm, ich stelle den Iso-Wert, ähm, je nach Umgebungslicht ein. Das ist hier, so nenne ich dich jetzt, Hydraulik BET. B-E-T! Hahaha! Ja, wirklich! Oh mein Gott! Ihr Lieben, kommt Musik an bei euch? Das ist die meistgestellte Frage hier. Musikanten! Oh Gott, ist das schlecht! Anna... Ach sooo! Nein! Okay, jetzt verstehe ich das. Manchmal sind so alte, aufgeschriebene Ideenfetzen sehr komisch zu... äh, verstehen. Den. Ihr seid doch wahnsinnig. Hört ihr jetzt auf? Das kann doch nicht wahr sein! Boah. Anonymous spendabilisiert 13.37 Slotty. Anonymous, vielen lieben herzlichen Dank für deine 13 Slotty 37. Dankeschön. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Dankeschön für die Rückmeldung, Jan. Ihr seid doch verrückt, Mensch! Ihr sollt doch das schöne Geld behalten und euch was Schönes kaufen. Gut, für ein Eis ist es jetzt vielleicht langsam zu kalt. Hört ihr jetzt auf? Was ist das denn? Ich mach mich fertig. Das stimmt allerdings, wie Frau Blüte, ja. Ich geh'n das wieder zurück. Das geht doch nicht! Wohr. Der Knebel spendabilisiert 10 Zahlungsmitteleinheiten, das was Jack Kraken sagt. Dankeschön, Knebelchen. Ach Mensch, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Dankeschön. Alles nur jetzt wegen dieser blöden Kamera. Oh Mann, oh Mann. Ihr seid so lieb. Gepflegtes Eskalieren am Mittwochmorgen, ich sag's dir. Unicorn Wanted, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Chris plays live. Moin! Schön, dass du auch da bist. Ich mach das Ding gleich zu. Guck mal, was ihr jetzt angerichtet habt. Anne Korwin spendabilisiert 10 Zahlungsmitteleinheiten. Anne, warum? Warum? Dankeschön. Aber warum? Wow! Ihr seid doch verrückt, Mensch. Ihr sollt das behalten. Es ist bald Weihnachten. Kauft euch was Schönes. Nicht hier reinstecken, Mensch. Ich krieg das schon zusammen. Beziehungsweise, ich hab das bestimmt schon längst zusammen. Ach, Mann, ihr seid so verrückt. Dankeschön, Anne. Und alle, die hier so schon wieder ausarten. Dankeschön. Juli, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Geht ab, Aldi. Never stop. Never stop this dancing. Ihr seid verrückt. Einfach nur verrückt. Oh, Sven. Schluss, aus, Ende. So, ich, ich, ähm, ich muss jetzt lesen hier. Ähm, Zombies, Post, hochkonzentrierte Persönlichkeit, sehr intelligent, aber sehr bösartig. Okay. Ähm, wenn ihr irgendwelche schönen Scherzkix-Ideen habt, ein Wortspiel, was wir vielleicht umsetzen wollen, vielleicht auch zum Thema Halloween. Das wäre nämlich auch ganz cool. Wir haben ja jetzt Oktober und Halloween stot vor der Tür. Jetzt bin ich total fertig drauf hier. Ja, ja, ja. Donnerwetter. Ähm. Oh. Genau. Halloween steht vor der Tür. Und Kürbisköpfchen. Und wir können uns ja schon ein bisschen einstimmen. Ich habe ja überlegt, ähm, es gab ja hier im Stream, äh, von einem Zuschauer, ich weiß leider nicht mehr, von wem genau das war. Ähm, diesen Hokus, Pokus. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das wirklich umsetzen soll, weil so ein Pokus ist ja ein... Auf den Allerwertesten und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein klein bisschen zu weit geht. Ich will ja kein Ärger haben. Halloween, genau, ist doch heute schon das Bild. Hokus-Lokus, Hokus-Lokus ist auch cool. Da könnt ihr dann so... Das ist gut. Ja, das könnte ich wirklich animieren. Da wird wenigstens ein, zwei kleine Animationen haben für, ähm, Halloween. Und ich überlege, ob ich vielleicht ein... Nein! Nein, 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 nein! Boah. Streunen unterstrich, Schanz, bendabolisiert einst Slotty. So püsch, net meken, neue Chem kaufen, net lange rum schnacken, kauf die Sache. Streuner-Schan, dankeschön. Vielen lieben, herzlichen Dank. Oh, Mensch. Ihr seid doch wahnsinnig. Dankeschön, Streuner-Schan. Ihr seid so ein unglaublich Mensch. Ja, ihr habt mir ja... Ich werde nachher nochmal gucken. Ich werde nachher nochmal gucken. Mensch, Mensch, Mensch. Dankeschön. So, ich habe hier irgendwo schon mal so ein... Oh, warte mal. Oh, ich bin im falschen Ordner. Ähm... Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nee! Nicht so tief, Rüdiger! Nee! Oh Gott! Hey, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte! Vorsichtig, vorsichtig, nicht so tief, Rüdiger! Das ist jetzt nicht kaputt! Rüdiger, bitte! Nein! Rüdiger, bitte! Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich schon wieder so fertig. Gott, Sven! Gott, Sven! Wo? Gott, Sven spendabolisiert 10 Zahlungsmitteleinheiten. A. Ein Senden-Spiel. Sehr gut. Möge die neue Küste im Samara umso schneller kommen. Frage, was wird beim Trocknen nass? Antwort, das Handtuch. Nächste Frage, worauf sitzt man, schläft man und putzt sich die Zähne mit? Antwort, Stuhl, Bett, Zahnbürste. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt nur wieder Taschentücher holen. Ach, Mensch! Ihr seid alle wahnsinnig. Dafür liebe ich euch. Ich lauf aus. Scheiße. Kein Eimer da. Dankeschön, Sven, für deine Bombe. Und Dankeschön, Gottman, für deine Szenen, Slotty und diesen wundervollen Text. Jetzt hört auf, Mensch! Ich bin nicht ganz durch, ne. Boah. Lavendel-Spendabolisiert 1.50 Slotty. Das, was Streuner sagt, Keks. Lavendel-Regen. Mach's nicht nett. Sag mal, habt ihr euch heute verbindet, irgendwie? Kann doch sein. Was ist denn hier los? Hm? Ihr seid wahnsinnig. Ihr seid alle wahnsinnig. Kontinuos. Oh, Mann. Ander, nein! Oh. Ja, Herr Burger-Buppi. Ihr seid doch alle verrückt, Mensch. Ich hol mir jetzt ein Taschentuch hoch. Ich hab nasse Augen. Das läuft leicht in Wacken. Ich hab gar keine Hose an. Scheiße. Halt da! Upsi. Hab ich wohl vergessen? Hahahaha. Ich... Und ich sag noch vorhin, vergesst nicht die Hose dir anzuziehen. Und dann sitz ich hier schon wieder und es geht ohne Hose los. Es tut mir so leid. Oh, Mann. Nein, ich hab immer nur... Ich lauf immer nur in Stromfose, weil das immer... Sonne! Verpiss dich! Ähm, ja, weil das sonst immer so drückt, wenn ich jetzt so auf dem Stuhl nach vorne rutsche. Oh, Mann, ey. Guck mal, das ist normal. Ich will hier keine Sonne. Verpiss dich! So, lass mich erst mal die Augen trocknen. Oh, was ist denn... Meine Damen und Herren, die Gulaschsuppe ist angerichtet. Was ist das für ein wahnsinniger Haufen hier? Himmel! Ist fertig für heute. Das ist warm, ich muss mich ausziehen. Boah, ich hab eben die ganze Zeit noch hier gesessen, hab gefroren. Das ist alles... Keine Hose, keine Probleme. Oh Gott, Himmel. Lass uns mal irgendwas malen am besten. Ich muss jetzt runterkommen. Das ist... Mir ist schon fast egal, was ich male. Hauptsache irgendeine Beschäftigung. Oh, Himmel. Und wehe, ihr clippt das. Was macht ihr nicht? Ich hab schon genug Scheiß-Kenneps. Ja, ja. So, ihr Lieben. Was war jetzt nochmal das Thema? Genau. Hokus-Lokus. Hm, was könnte man da machen? Habt ihr denn irgendwelche Ideen? Ah. Erst keine Hose, sondern jetzt muss sie sich ausziehen. Also, nur das hier, ne? Also, um Gottes Willen. Das nächste Spendenziel, wie eine Sonnenroulade. Eine Sonnenroulade. Harry Potter. Ja. Hm. Was? Ja, die ungarische... Streuner-Schan. Warum? Warum hast du das getan? Magst du mich nicht? Der nicht lustig hatte immer einen tollen Zauberer-Namen. Ist der große Fekalini. Fekalini. Der hatte immer Hasen aus dem Klo gezogen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Aber ich will nix klauen. Also, ich will nix hier irgendwie übernehmen, was es irgendwie schon gab oder gibt. Raves Streunerchen. Lavendelregen. Fällst du mir jetzt auch noch in den Rücken? Das gibt's doch wohl nicht. Oh. Das gibt so Ärger. Das gibt so Ärger von Twitch. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ich weiß noch nicht. Ich mal jetzt... Ich mal das mal, was ich kann. Ich möchte die ganze Arsch-Kollektion herausbringen. Mit einem Franzosen. Mit den Musketieren. Mit den Bösewichten. Mit Gutewichten. Aber nein, nein. Das machen wir jetzt nicht. Wir haben genug Ärsche gemalt die letzten Tage. Alles voll für den Arsch, ey. Ich sehe in jedem Arsch jetzt den Butler. Upsi. Die drei Arsch-Kollektion. Wir müssen... Hello, Queen. Das ist auch cool. Ja, ich habe Strumpfhosen an. Also ganz ohne. Boah. Aber hallo. Das habe ich mir, seitdem ich... Rüdiger. Da habe ich kein... Da habe ich kein... Comment für Rüdiger. Oder warte, wir können das ja machen. Wir könnten ja bei Rüdiger einfach nur Rüdiger sprechen lassen. Wartet mal. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Kleinen Moment mal. Oh. Ich freue mich so auf das Fitnessstudio heute, ey. Ich habe so viel gesessen wieder die letzten Tage. Jetzt bin ich so rot. Jetzt bin ich voll rot. Ach, diese Kameras. Parks the Lungs. Ähm. Den Arschologen. Arschologe ist auch gut. Den machen wir gleich mal zum Warmzeichnen. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Wo habe ich den Rüdiger eigentlich? Ich muss mal suchen. Rüdiger. Yeah. Derweil habe ich hier so viele... Nicht so tief. Poläontologe und Arschologe und dann irgendwas mit Jurassic Park. Ja. Ich weiß, auf was du hinaus willst, glaube ich. Muss man Fitnessstudio eigentlich noch Handschuhe tragen? Nö, nicht zwingend Burger, Bubi. Bei mir im Fitnessstudio ist es so, dass du ein Läppchen dabei hast. Anfangs waren es Papiertücher, aber weil das halt ganz schön echt auch für die Umwelt scheiße ist. Ähm. Gibt es seit ein paar Wochen dort so Tücher, die man dann in eine Kochwäsche legen kann. Und es ist an jeder Ecke gibt es Desinfektionsspray. Und wenn du ein Gerät benutzt hast oder irgendwas, Hanteln, wird das dann kurz abgeputzt damit. Das ist ganz gut. Von Otto ein Arschgesicht? Oh, stimmt. Von Otto gab es da ja auch irgendwas. Hallöchen Delfin, 64. Hat ein Arschologe dann ein Anal-Issi-Gereich? Sehr schön. Jurassic Park. Oh mein Gott. Kinder. Okay, wartet mal. Ich mache mal kurz hier die Datei auf. Ähm. Öffnen mit... Hallo? Hallo? Oh-oh. Keine Rückmeldung. Oh-oh. Shit. Analyse. Oh je. Oh Gott. Das machen wir. Wir machen damit die Animationen. After Effects. Ja, 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 ja. Also wir haben... Merkt man gar nicht. Eine vielleicht ganz kleine Fixierung hier auf den Allerwertesten. Ich weiß gar nicht warum. Wieso ist das so? Mein... Was ist denn jetzt hier los? Keine Rückmeldung. Ja, lass mich doch fett, Junge. Nö. Ist nicht auf 18. Das sind ja noch Cartoon-Ärsche hier. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Oh je. Oh, mein Explorer ist gerade abgestürzt. Wunderbärchen. After Eight bekommt eine andere Bedeutung. Ja. Ich mache das nochmal auf. Geh nochmal... Rudi-Ker. Meinst du, ich soll da ab 18 hinschreiben? Okay. Ab 18 Scherzkekse. Ab 18... Das kann man ja jetzt noch nachträglich machen, ne? Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es noch nie gemacht. Stream-Info bearbeiten. Okay. Okay. Aber ich schreibe das dahinter. Ab 18 was? Ab 18... Gramm. Ab 18 Gramm? Ab 18... Meter? Was nehmen wir denn? Ab 18 Kekse. Okay. Alles klar. Das ist so bescheuert. So. Ab Level 18 ist auch gut, Februar-Blüte. Schreib es dahinter, ne? So, ist das jetzt übernommen worden oder nicht? Warte mal, ich muss mal aktualisieren hier. Immer schön hinter und anstellen. Ich sag's dir. Ja, ab 18 Keks. Das ist bekloppt, ey. Irgendwann fliegen wir von Twitch. Ich sag's euch. Das ist wegen unsittlichen Verhaltens. Hä? Ach so, habe ich nicht Enter getrunken? Enter. Enter. Ist übernommen. Ja, dankeschön. Kaktualisieren. Jetzt ist aber gut, Leute. Also... WTF? WTF? Scheiß die Wand an! Scheiße! Mit der Scheiße, ja! Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ach so, ich muss vielleicht auch eine Directory... Mh, schmatzig, schmatzig, gutti, feini. Watte kack! So, ich probier's nochmal. Öffnen mit... Boah, ist es schon wieder eingeblieben? Ist es schon wieder eingeblieben? Mein Explorer hat gerade eine mega komische Eigenart. Wir haben heute zwar ein scheiß Bild, aber dafür haben wir umso geilere Laune heute. Heute ist mal wieder rektale... Ja, ja, total. Wir haben, glaube ich, auch in der Kindheit nicht so ganz die Phase überwunden, ne? Rüdi... Ey, ich will doch nur diese Rüdiger-Datei aufmachen. Wieso geht das nicht? Ach, ist doch scheißegal. Flächen ohne Spuren. Ohne was für Spuren? Ach da. Okay, unter... Okay, wir probieren's jetzt mal so. Öffnen mit... Ey, mein Explorer spinn grad... Ich kann grad keine Sachen mehr aufmachen. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Schleifspuren sind gefährlich, ja. Kennst du eigentlich den Kackofant? Kein Witz, den gibt es wirklich? Nein, zeig mal Sven. Gibt's davon ne Seite? Irre. Mal Neustart... Äh, Moment. Mhm. Mhm, Jan. Ähm, ich glaube, das mach ich lieber nicht. Aber das ist schon komisch. Das... Ich kann halt keine Datei mehr öffnen. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Warte mal, ich geh mal hier und nochmal unter die Materialien so rein. Vielleicht stimmt hier irgendwas mit der Datei. Nee, warte mal. Ich hab nen Plan B. Ich mach jetzt einfach Audacity auf und schmeiß da die Datei rein. Ah, sehr schön. So, gucken wir mal, ob man da... Ja. Hey. Keine... Keine Kaprioten. Okay, da ist er nicht dabei. Ich glaube, hier beim... Beim Ersten. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Willst du das haben? Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Fühlt ihr das gut? Okay. Bearbeiten, spezial entfernen, Audio zuschneiden. Und da vorne ran. Datei exportieren als... Warte mal, MP3. Ähm, SoundFX... Rüdiger. Und dann gehen wir in den Bot rein. Und... Erleben, wie die Sonne uns jetzt wieder auf den Kopf knallt. Wunderbärchen. So, plus... Ausrufezeichen... Rüdiger. Yeah. Soundfile. Guck mal. So nett bin ich für... Zu euch. Ich mach sofort für euch das hier klar. Damit ihr das sofort nutzen könnt. Live. In Farbe und bunt. So. Guck mal, wie laut das ist. Guck mal, wie laut das ist. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief. Ist die Lautstärke so in Ordnung? Das soll ich noch ein bisschen leiser machen. Müsste gehen, ne? Ähm... Moin, Nico. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Du Scherzkitz. Das war ein Kinderhörspiel von Europa. What? Indiana. Guten Morgen. Tukan. Hallöchen. Willkommen. In dieser illustren Runde. Moment. Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Gleich kommt's. Wait for it. Also heute nur neue Sachenzeichen. Geht doch auch. Ernsthaft. Song ist, glaube ich, copyright free. Okay, guck mal. Okay, dann spiel ich den gleich ab. Oh, der geht für vier Minuten. Aber wir hören da nur kurz rein, ja? Wie Spaß im Dörg wünsche ich dir. Streuner-Shan. Du bist außer Haus. Okay. Mit fortzüglicher Hochachtung begrüße ich Sie in dieser illustren Runde. Okay, dann müssen wir die Musik mal pausieren. Okay. Dann sind wir dabei. Thanks. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist richtig krass. Dann müssen wir mal hier Alarm machen. Vielen, vielen lieben Dank, du Liebe. So, so lange hältst du das schon hier aus. Ich freue mich wahnsinnig. Dankeschön, Nuri. Und einen wundervollen Mittwochenmittag wünsche ich dir. Wir haben es ja gleich schon wieder Mittag. Mach es dir gemütlich. Schön, dass du da bist. Danke. 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 die Stimme von der Therapeutin bei Lucifer. Ich weiß leider nicht den Namen, aber die hat sehr, sehr viele krasse Sachen gesprochen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir machen ein Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, das will ich nicht. Oh Mann, ey, das könnte unser Jingle werden. Dieses Lied am Anfang. Im Kakofantenland. Ich will auch eine Zugabe. Ich gucke mal, ob ich da noch was finde. Danke schön, Sven. Mensch, ich kannte das noch gar nicht. Wie ist der Kakofant? Wie pupsen Tiere? Das ist ja doof. Aber ich glaube, es gibt gar nicht mehr davon. Also bei YouTube jedenfalls nicht. Ach, Mensch. Jetzt sind wir richtig angefixt und bekommen nichts mehr. Das Döner-Tier ist auch gut. Das kommt nur Dönerstag. Genau. Ich glaube nicht. Den Rest dann nur zum Kauf. Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, das kaufe ich mir. Nein, kaufe ich mir nicht. Ich möchte das gerne hier abspielen können. Das wäre irgendwie cool. Ach, schade. Er ist schon gut gemacht. Gut produziert auf jeden Fall. Guck dir mal ein Hasbin-Hotel an. Ein Hasbin-Hotel? Ist bekannt, wer das wäre? Bitte was? Ich meine, es ist noch mein Kakofanten hier zu Ende. Und dann machen wir noch den Archäologen. Ein Hasbin-Hotel. Oh, das ist... Oh, ja. Die Cartoon-Serie. Da habe ich, glaube ich, schon mal eine Folge geguckt. Das ist auch cool. Oh, gut, dass du mich daran erinnerst. Wollt ihr nämlich mal weitergucken. Das ist auch eine geile, geile gemachte Serie. Wir machen einfach selbst eine kleine Mehrspiel... Oh mein Gott, ja! Über die Kackbiene. Die Abenteuer von der lustigen Kackbiene. Im Kackbiene-Natten. Das war eine super Idee. Da hätte ich so Bock. Und die trifft dann auf viele lustige Tiere. Wie den Kakamander. Warte mal, da könnte als Schwanz ja... Äh, Entschuldigt. Als Hinterteil, äh, Rausguckedöns, könnte er eine Klobürste haben. Oh, falsche Farbe. Ach, ist das toll mit euch. Oh, jetzt muss ich an den Dinosaurier denken. Es gab doch da so einen Dinosaurier, der auch so einen Schweif besaß. So einen... Klobürsten-Schweif. Das sind die lustigen Abenteuer. Ach ja, das ist so cool, ey. Das ist so cool. Ach, wie schön. Das müssen wir wirklich machen. Müssen wir es mal so schön... Oh, am geilsten ist ja, wenn wir das so improvisieren würden, oder? Das ist doch das Beste. Also, improvisierte Geschichten sind die geilsten. Also, nicht sich in Ruhe hinsetzen und das zeichnen oder aufschreiben, sondern, ähm, so spontan raushauen damit. Das wäre wirklich eine coole Idee. Dieser Stift gefällt mir. Universe Pastel heißt der. Apropos. Apropos. Hab mir letztens eine Klobürste gekauft und in die Spielmaschine ging, dass meine Mutter dann die Spielmaschine ausräumen wollte. Und die fand, meinte ich nur, oh, super, dass das funktioniert hat. Hast du das wirklich gemacht, mein Spuh? Darf ich eine kleine Werbung machen? Aber sehr gerne, Eva. Das darfst du. Ein Kack kriegst du hin. Vergiss hinten den Kackhaufen nicht. Und du meinst Raptor. Ein Raptor? War das ein Raptor mit diesem Morgensternenschweif? Jeder sendet eine Zeile ein. Ja, oder das ist auch geil. Oh mein Gott, kennt ihr das, wo man gemeinsam eine Geschichte schreibt? Das gibt es auch als Comic-Jam. Also, einer malt quasi ein Panel und der nächste malt das andere Panel. Das kann man auch mit Geschichten machen. Es wird, weiß ich nicht, so ein, zwei Sätze geschrieben. Und der nächste schreibt dann die nächsten ein, zwei Sätze. Boah, das könnten wir vielleicht auf dem Discord so machen. So eine Endlos-Geschichte. Kobi-Plays, dankeschön und moin. Ja, eine gemeinsame Geschichte schreiben. Ich werde mir da mal die Tage was überlegen, wie wir das nennen könnten. Das glaube ich hat sogar auch schon einen Namen. Wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, wir haben hier gerade ein wunderschönes Hörspiel gehört. So ein Probehörspiel. Und wir sind jetzt ganz große Kakofanten-Fans. Discord-RPG. Jeder Charakter ist einzigartig. Ja, genau sowas in der Richtung. So heißt der Dino. Ankylosaurus. Ah, genau. Dankeschön. Sowas in der Art hatte ich in der Reha. Man fängt ein Bild an und nach vier, fünf Minuten muss man es weiterreichen. Und der malt weiter. Das geht reihum. Zu toll und schlimm zugleich. Ja, Heika. Ich habe das in meinem Studium. Ich habe das in meinem Studium als Comic-Jam gemacht mit anderen. Das war so, so lustig. Das hat so viel Spaß gemacht. Weil da jeder sich quasi einbringen kann, ne? Was ist gerade mit meinen Vögeln? Was ist denn los? Sie drehen gerade ein bisschen Alarmvogel. Ich sag's dir. Hab mal mit Freunden ein kleines Hörspiel gemacht. Nach einem Comic. Hab es etwas ungeschrieben. Ist nichts Dickes. Aber vielleicht hast du oder sonst wer mal Lust reinzuholen. Sehr gerne, Eva. Kannst du gerne posten hier. So was muss doch gesehen und gehört werden. Die Musik ist aus. Kann das sein? Ich höre gar nicht mehr. Die sind so unterschiedlich laut wieder hier. Kakofan. Können wir wegmachen? Manche Lieder sind so, so leise. Ja, die Mucke ist noch da, aber die ist super, super leise. Muss ich, muss ich selber regeln hier. Hier schon mal zu beginnen. Lang, lang ist nicht her, als ich sie traf. Wobei, ich roch sie erst, bevor ich sie sah. Ich dachte mir eigentlich nichts, als ich meinen Wäldchen saftig braunen Kuchen auf meiner Decke stellte, um anschließend den warmen, dampfen, braunen Kaffee aus dem Körbchen zu holen. Oh. Ist das jetzt für die Geschichte Februarblüte? Ist das der Anfang für die Geschichte? Damit ich das jetzt zuordnen kann. Eine Kakophonie, genau. Mamule, moin. Das Gespenst im Gurkenglas. Ähm, was hältst du denn davon, Eva, wenn wir das gleich zusammenhören? Bist du damit einverstanden? Dass wir das hier im Stream abspielen. Jopp, die Biene riecht man ja eher. Super, Februarblüte. Ich werde mir das mal rauskopieren. Aber, ähm, Februarblüte, es wäre, glaube ich, gut, wenn du das dann selber schreiben würdest im Discord. Damit auch jeder sehen kann, wer diesen Text geschrieben hat. Weil wenn ich den jetzt poste, ähm, das ist ja dein Inhalt. Aber ich werde mir das trotzdem rauskopieren und dir mal zur Erinnerung schicken. Ich werde das die Tage... Wir brauchen noch einen schönen Namen dafür. Habt ihr denn, lieber Chat, ihr seid doch auch so unglaublich kreativ. Habt ihr einen schönen Namen für, ähm, diese, diese Projekte, die man gemeinsames Geschichten erzählen, mit gemeinsamen Geschichten umschreiben kann? Ist dir peinlich? Das muss dir nicht peinlich sein. Wenn du das nicht möchtest, machen wir das nicht. Aber, ähm, was meint denn der Chat? Wollen wir gleich mal in dieses Hörspiel reinhören? Also, ähm, ich finde das sehr interessant. Ich finde das spannend. Longtime Story. Longtime Story. Longtime Story. Oder, ähm, Geschichtenprojekt. Das ist auch gut. Und, ähm, irgendwas, wo wir vielleicht noch, ähm, implementieren können? Das ist kein Problem, Eva. Ist eine gute Zeit. Ja, Heike, denke ich auch. Ähm, wir bräuchten noch in dem Namen vielleicht, äh, irgendwie eine Verbindung dazu, dass, ähm, mehrere sich daran beteiligen. Also, nicht nur, dass es sehr lang ist, sondern, dass sich auch mehrere daran beteiligen. Das wäre cool. Gruppensitzung des Wahnsinns. Ja, alles klar. Viel Spaß in Lörg. Ritter Kackelot und die Suche nach der Kackebinde. Oh, naja, das ist auch gut. Warte mal, ich schreibe mir das auch schon mal auf. Oh, jetzt ist es wieder sehr laut, ne? Mann, 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 diese Musik, ey. Alles selber regeln hier. Ähm. Genau, das könnte ja... Oh nein, jetzt habe ich das schon wieder weggemacht. Also, Februarblüte, wie gesagt, wenn das dann steht, bitte sei die Erste, die dann den Anfang da reinschreibt. oder wir machen das am besten gleich. Oh, was mache ich denn hier schon wieder? So, verschwindet das? So, Sven hat den Titel gesagt. Ja, FF5 mal. Mehr Händler-Geschichten, mehr Händler-Geschichten. Das ist auch schön. Sonst noch irgendwelche Ideen? Gesprächskreis für irre. Das Problem ist, der darf nicht zu lang sein, der Name. Der muss ja auch sofort ersichtlich sein. Ähm, ihr wisst ja, die Kanal-Namen dürfen nicht ganz so lang sein, sonst ist der Rest abgeschnitten. Dann hat man dann irgendwie nur so die ersten acht, neun Buchstaben. Viele Hände, kein schnelles Ende. Der Kakelort ist aber eine Idee von, oh, entschuldige. Dann, dann Jan, dankeschön für diese Idee. Genau, wir denken mal weiter. Ich mache, ich mache so weiter den, 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 das Bild hier fertig. Ähm, wir können ja mal überlegen, wie wir diesen Channel nennen können. Machen wir den hier gleich, mich gleich. Geschichtenküche, das gefällt mir auch gut. Geschichtenküche. Story. Was kann man denn noch zu Geschichten und Märchen sagen? Märchenstunden? Märchen? Tales? Tales of? Irgendwie was. Geschichtenküche ist gut. Oder Fable Table. Das ist auch cool, Fable Table. Mhm. Ich, ich tendiere auch zu den beiden. Oh, wartet mal. Ich versuche noch einmal, eher diese, diese Webcam nochmal einzustellen. Das ist ja, das stört mich so dermaßen gerade. Diese Kamera ist auch nicht ganz dicht. Ah, okay. Vielleicht hängt das zum, ne, eigentlich nicht. Das wird mit jeder Reaktivierung immer schlimmer, habe ich den Eindruck. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guckt euch das mal an, diese Kamera ist so... Sogar schrecklich. Ich lasse das jetzt so. Ich hoffe, das bleibt so. Kann ich heute keine, kann ich heute keine Filter verwenden? Oh, wir müssen noch ein bisschen hoch. Das mache ich jetzt aber hier. Soll ich mir meine Wunderkiste zeigen? Eine Wunderkiste? Ähm, soll ich sagen, ist du eine Supernova? Eine Supernova? Viel Schnabel-Fabel. Viel Schnabel-Fabel. Boah, das ist ja auch geil. Wie ist ein Vampir? Natürlich. Musstet ihr das noch nicht? Boah, viel Schnabel-Fabel finde ich mega. Das ist mega. Ja, ich lasse das jetzt auch so. So kann ich einigermaßen damit leben. Na, weil es so hell war. Ach so, Heike. Jetzt verstehe ich. Geschichten ist... Geschichten ist... Ist auch schön. Aber viel Schnabel-Fabel finde ich unglaublich cool. Cool. Wollen wir das nehmen? Das finde ich richtig gut. Viel Schnabel-Fabel. Fall den Schnäbelchen! Da haben wir gleich wieder die Birdies dabei. Wir brauchen ja auch ein bisschen... unseren Fokus natürlich weiterhin auf... auf die Birdies. Macht doch sonst schnell einen Poll dazu. Ja, und was wollen wir pollen? Ich glaube, wir können nur zwischen zwei, oder? Abstimmung machen. Ich mache mal eine Abstimmung. Twitch, meine Damen und Herren. Die Ghoul-Arsch-Suppe ist angerichtet. Mahlzeit, wenn... Lass es dir schminken. Eine schöne Pause wünsche ich dir. Ähm... Create a report, ne? Muss ich ja... Oh, Daunay, danke schön für dein Follow. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das ist sehr lieb. Ähm, so. Abstimmung. Oh, du bist ein Schatz, Sven. Danke. Danke, danke, danke vielmals. Oh, wir können hier mehrere Antworten stimmen. Das habe ich ja ganz vergessen. Mika, auch an dich, ein liebes Dankeschön für dein Follow. Mach es dir gemütlich hier. In dieser wundervollen, ähm, lustigen Runde. Fable-Table. Meine Community darf abstimmen. So, wir haben jetzt viel Schnabel-Fabel, Fable-Table und Geschichten-Küche. Haben wir noch vielleicht zwei Vorschläge? Dann kann ich die noch mit hier reintragen. Libia Letty, schön, dass du da bist. Moin, moin. Du musst leider gehen, Juli. Och, Mensch, schade. Aber weißt du was? Ich wünsche dir trotzdem einen ganz, ganz wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Mach's gut. Und wann streamst du denn eigentlich mal wieder? Oh, warte mal. Ich wollte dir doch noch einen Shoutout geben. Das hatte ich total vergessen. Ähm. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne bei der lieben Julie illustriert mal vorbeischauen. Sie macht ganz, ganz wundervolle Dinge. Geschichtennest hatten wir noch von... Geschichtennest, genau. Dankeschön, Geschichtennest. Wir haben noch Platz für einen Vorschlag. Also, wer jetzt... Wem jetzt noch ein Vorschlag auf der Zunge brennt? Möge bitte Vogelgeschwurbel. Hm. Passt, glaube ich, nicht ganz so gut. Was geht ab? Alles, was nicht festgemacht wird. Storynest. Storynest. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ich dröme aktuell jeden Tag ab 20.10 Uhr. Wegen Oktober. Oh, habt ihr gehört? Also, wenn ihr gerne der Julie mal über die Schulter schauen möchtet, dann schaut mal ab 20.10 Uhr bei ihr vorbei. Auf dem Kanal. Ach, sehr gern, Julie. So, Mord ist kein... Mord. Zebra-Look. Ähm. So, was können wir denn jetzt noch nehmen? Einen haben wir noch, ein Vorschlag. Zusätzliche Abstimmung zulassen. Scherz-Kick-Skröme-Lippo-Abstimmung. Nö. So, ich stelle schon mal die Frage und ihr könnt euch ja, wie gesagt, noch einen Begriff überlegen. Ah, das klingt doof. Welchen Kanalnamen für gemeinsames Geschichten-Schreiben. Geschichten-Projekt. Ja, stimmt. Das wollten wir noch machen. Von Gottman war das, ne? Gut, dann haben wir das jetzt voll. Ihr Lieben, wir starten nun für die Dauer von 10 Minuten die Umfrage. So, dann bin ich mal gespannt. Und wir hören jetzt mal in das Schauspiel, in das Hörspiel von der lieben Eva rein. Plauderbude. Das würde passen für so einen allgemeinen Chatkanal, die Plauderbude. Aber das ist auch ein cooler Name. Das Märchen zusammengebusselt ist auch schön. Aber wir haben ja jetzt voll. Also, wie gesagt, ihr könnt jetzt fleißig abstimmen. Ich bin jetzt mal gespannt. Boah, viel Schnabel-Fabel führt gerade. Mit 100%. Oh, Geschichten-Küche. Okay, ich lasse das jetzt einfach mal so laufen, ne? Und wir hören mal hier in dieses wunderwundervolle Hörspiel nabends. Das Gespenst im Gurken-Glas. Viel Spaß dabei. Das Gespenst im Gurken-Glas. Nach dem Buch von Daniela Kulott-Frisch. Im Nachbardorf wohnte ein kleiner, blonder Junge. Sein Name war Willi. Er hatte ein großes Zimmer direkt unterm Dach. Ihr findet das unheimlich? Willi aber nicht. Im Gegenteil. Denn Willi fand Gespenster super und sammelte alles, was damit zu tun hatte. Er hoffte, dass er vielleicht in seinem Dachbodenzimmer irgendwann einem begegnete. Angeblich sollen die sich da rumtreiben, meinten die Leute. Sogar nachts träumte er davon. Seine Freunde konnten das überhaupt nicht verstehen. Auch seine Eltern waren besorgt. Meinst du, mit Willi stimmt etwas nicht? Fragte seine Mutter. Ich denke, das ist nur eine Phase. Meinte sein Vater. Willi gab sein ganzes Taschengeld für Geisterkram aus. Dafür hatten seine Freunde noch weniger Verständnis. Anstatt sich ein leckeres Eis zu kaufen, holt er sich schon wieder so ein Geistermagazin. Jedes Kind weiß doch, dass es Geister gar nicht gibt. Ja, so eine Verschwendung. Eines Tages hatte Willi das Abendessen mit den Eltern ausfallen lassen, weil seine Geistergeschichte so spannend war und er sich nicht davon loslösen konnte. Nun meldete sich aber sein Magen. Oh, ich hab solchen Hunger. Hoffentlich gibt es in der Küche noch etwas für mich. Er stand auf und schlich sich nach unten. Als er den Kühlschrank öffnete, war er alles andere als erfreut. Oh nee, hier ist ja gar nichts drin. Ich gibt nur Gurken. Was heißt hier, ich gibt? Blubbert es ihm plötzlich entgegen. Lass mich hier raus. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Das siehst du doch. Ich bin ein Gurkengespenst. Ein Gespenst habe ich mir immer ganz anders vorgestellt. Ich bin der Gurkerich. Wer mich entdeckt, muss sich auch um mich kümmern. Klar, gerne. Was muss ich tun? Ich brauche jeden Tag ein frisches Gurkenglas. Und für Ruhe. Und jetzt möchte ich wieder schlafen. Und ich gehe jetzt auch ins Bett. Und Willi träumte von all den tollen Dingen, die er mit dem Gurkerich erleben wird. So wie es in den Gespensterbüchern steht. Am nächsten Tag macht sich Willi auf die Socken, um dem Gurkerich ein neues Glas Gurken zu besorgen. Welches Glas nehme ich nur? Vielleicht einfach das Billigste. Als er den Laden verließ, sah er Lars, Peter und Simone, die gerade genüsslich ein Eis schleckten. Hm, ich habe heute diese neue Sorte ausprobiert. Lakritze mit Rumaroma. Kästlich. Ich mag lieber die herzhaften Sorten. Ich habe saure Gurke. Ich? Oh, guck mal da. Hey Willis. Hey Willis. Hey Leute. Was machst du denn mit dem Riesenglas Gurken? Bestimmt Gespenster füttern. Wenn die wüssten, denen werde ich es zeigen. Die werden noch staunen. Dachte sich Willi und stellte sich vor, wie er mit dem Gurkerich an ihnen vorbei durch die Lüfte flog. Zu Hause wartete schon seine Mutter, die sehr verwundert über den Gurkenkauf war. Willi? Äh. Warum hast du dir Gurken gekauft? Och, ähm, zum Essen, Mama. Bis dann, ja? Komisch. Willi macht doch gar keine Gurken. Guten Morgen, Gurkerich. Hier sind deine frischen Gurken. Wird ja auch Zeit. Wie die Riesen. Angewiedert steckt er ein Finger in das Glas, um davon zu kosten. Puh, Teufel. Das sind wohl die billigsten Gurken, die es gab. Da gehe ich nicht rein. Kauf mir teure Gurken. Wenn ich da reingehe, werde ich ja wieder zu einer Gurke. Teurer? Oh nein. Aus Thüringen zum Beispiel. Also ging er los, um teurere Gurken zu kaufen. Sein ganzes restliches Taschengeld gab er dafür aus. Oh, ganz schön teuer. Aber ich will ja mit ihm ins Gespensterschloss fliegen. Also ist es für einen guten Zweck. Als er draußen den Eisstand sah, auf dessen Schild groß nur heute Kirschbananen-Eis mit Rosinen stand, lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Oh ja, jetzt ein Eis. Doch seine Taschen waren ja leer. Mist, schnell nach Hause. Blöde Gurken. Unterwegs traf er Simone, Peter und Lars, die ein Eis schlägten. Ey Willi, seit wann magst du kein Eis mehr? Hehe, Willi kauft sich lieber Gurken. Gurken schmecken eh viel besser als Eis. Willi biss von einer Gurke ab. Viel besser. Willis Gesicht zog sich zu einer einzigen großen Falte zusammen. Die solltet ihr auch mal versuchen, sagte er, drehte sich um und ging. Puh. Gurkerich, ich bin wieder da. Gurkerich? Bist du etwa schon verhungert? Gurkerich lag in seinem Gurkenglas und schlief seinen Gurkenrausch aus. Keine Panik, ich hab nur zu viel gegessen. Er kletterte aus seinem Glas und musterte die neuen Gurken. Hm, die sehen besser aus. Brücke an Käpt'n, es kommt eine Nachricht herein. Und jetzt möchte ich nicht mehr gestört werden. Nach dem Essen muss ich schlafen. Willi wurde langsam sauer. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Schlafen, schlafen. Wie langweilig. Wann fliegt er denn endlich mit mir? Sag mal, Willi, wo sind denn die ganzen Gurken hin? Äh, die sind aufgefressen. Ich meine aufgegessen. Dir wird noch schlecht werden. Ich meine ja nur, so viele Gurken sind gar nicht gesund. Das Gefühl, hab ich irgendwie auch. Am nächsten Tag ging Willi gleich nach der Schule zum Gurkenkaufen. Willi hat schon wieder Gurken gekauft. Die müssen aber toll schmecken. Die sollten wir auch mal probieren. Zu Hause angekommen, wartete schon ein aufgeregter Gurkengeist. Und, hast du mir frische Gurken mitgebracht? Na klar. Und, wenn du satt bist, dann fliegen wir, ja? Wieso fliegen? Na, du bist doch ein Gespenst und Gespenster fliegen doch. Ich glaube, du liest zu viele Gespenstergeschichten. Ich kann doch gar nicht fliegen. Was? Du kannst nicht fliegen? Kannst du mir denn kein Gespensterschloss zeigen? Natürlich nicht. So etwas gibt es doch gar nicht. Was kannst du denn eigentlich? Essen und schlafen. So wie alle Gurkeriche. Willi ging verärgert auf und ab. Jetzt reicht's. Aber endgültig. Ich muss ihn loswerden. Und Willi wusste auch schon wie. Ich bringe ihn zurück in den Supermarkt. Wir sehen mal nach, was für Gurken Willi heute kauft. Im Laden stellte er unbemerkt das Glas wieder ins Regal. Tschüss, Gurkerich. Viel Spaß noch. Na ja, fast unbemerkt. Seine Freunde waren ihm gefolgt und spähten um die Ecke. Und auch Gurkerich wusste genau, was da passierte. Nee, was soll das? Und jetzt will ich ein Eis. Also ging er zum Eisstand und kaufte sich drei Kugeln. Ich glaube, das sind die Gurken, die Willi immer kauft. Mh, wie die wohl schmecken. Mh, das schmeckt. Während Willi zufrieden sein Eis leckte, sah er seine Freunde mit einem Glas Gurken aus dem Supermarkt kommen. Hey, seit wann esst ihr denn Gurken? Wir wollen nur mal probieren, ob sie uns auch schmecken. Wenn nicht, dann könnt ihr ja Gespenster damit füttern. Sagte er, während ihm Gurkerich grinsend aus dem Glas zuringte. Oh, war's das? Ja. Ja, Eva! Cool! Also ich muss dir sagen, ich finde das sehr, sehr süß. Und ich finde auch den Gurkerich unglaublich gut gesprochen. Richtig, richtig niedlich. Das ist ja echt schön. Ein sehr, sehr cooles Projekt. Gefällt mir sehr. Ja, vielen lieben Dank, erstmal ein Däumchen nach oben, für den wundervollen Einblick. Genau, eine sehr, sehr schöne Produktion. Und ich wünsche euch super, super, super viel Spaß weiterhin noch mit dem Projekt. Und natürlich auch Erfolg. Sehr, sehr, sehr süß. Ich bin gespannt, was da noch alles passieren wird. Ist unnötig episch. Ach, das ist echt schön. Sehr, sehr schön. Wir haben genau, wir haben einen Gewinner, ihr Lieben. Ja, wollen wir mal gucken. Es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Die Viel-Schnabel-Fabel wird jetzt erstellt werden. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. So, Viel-Schnabel-Fabel. Ich werde es mir nochmal rausnehmen. Und liebe Februarblüte, halte dich schon mal bereit mit deinem Text auf dem Discord, damit du auch gleich den Anfang dort posten kannst. Wir machen das am besten ins Atelier, denke ich, ja? Ich glaube, da wird es am besten reinpassen. Plus, einfügen, Viel-Schnabel-Fabel. Ist kein privater Kanal. Und ja, ich glaube... Okay, er ist online. Warte mal, ich werde vielleicht noch... Erst mal wieder Musik machen. Habt ihr eigentlich schon von dem Roboter-Schwanz, der in Japan entwickelt wurde, gehört, der im Alltag helfen soll? Ein... Bitte. Was? Gibt es dazu einen Link? Ich meine, der Shatter unnötig episch. Den kenne ich nicht. Ich kenne den gar nicht unnötig episch. Eva. Und sagt mir leider gar nichts. Ich kenne ihn leider nicht. Aber macht einen sehr, sehr guten Job, finde ich. Ach, wie cool! Wie sieht der denn aus? Wartet mal, ich zeige euch das mal. Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Das ist ja heavy. Wow. Das ist ja krass. Ich muss jetzt ein bisschen an so Science-Fiction denken, ne? Das ist ja heavy, ey. What? Jupp, hab die Musik ausgemacht. Holy, das ist ja geil. Oh, nötig, episch. Ja, moin. Ja, moin. Wie cool. Oh, wartet mal. Ich muss nochmal... Ja, schön, dass du da bist. Wir haben eben schon eine wundervolle Hörprobe bekommen von deinen... Ja, sehr krassen Fähigkeiten. Gefällt uns sehr, sehr gut. Also ich bin begeistert. Wirklich auch generell von dem Projekt. Richtig, richtig cool. Gefällt mir außerordentlich. Ich hörte davon. Die liebe Eva hat uns erlaubt, hier mal reinzuhorchen. Und es hat uns wunderbar gefallen. Richtig, richtig schön gesprochen. Ich hab jetzt Lust auf Gurken. Ehrlich. Auf die Senfgurken von meiner Oma. Ah, das ist ja wirklich eine geile Erfindung hier. Traurig, dass es zu spät ist. Was ist zu spät? Die Paner sind in dem Punkt voll genial. Auf jeden Fall, Bürgerbubi. Das ist wirklich krass. Ich glaub, das werden auch die Ersten sein, die da so den ersten Cyborg entwickeln, denke ich mal. Alles klar, Februarblüte. Lass es dir schmecken. Dafür hol ich nochmal den... Meine Damen und Herren. Die Goulasch-Suppe ist angerichtet. Das ist etwas, was ich echt gerne konstruieren würde. Solche helfenden Gadgets und Hilfsgeräte oder Prothesen für Menschen, die es nötig haben. Und nicht irgendwelchen Schrott, der nach einmaliger Benutzung im Müll landet. Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, Cousin Nico. Das ist auch, glaub ich, sehr, sehr wichtig, dass man... Und dafür sollte man auch die Technik nutzen, dass solchen Menschen im Alltag geholfen werden kann. Es ist ja wirklich Wahnsinn, was heute möglich ist. Massive Arts, moin! Haben die bestimmt schon. Äh, Mädchen richtig lesen. Ach, er zu spät ist. Ja, sorry. Aber das hab ich auch nicht verstanden. Warum soll... Wer soll zu spät sein? Und warum? Den Sätzen vielleicht ein bisschen länger machen, damit ich auch weiß... Weil manchmal ist das Thema auch schon ein bisschen wieder länger her. Wenn ich das meistens lese, dann ist das Thema schon drei, vier, fünf Minuten in der Vergangenheit. Und ich weiß absolut nicht mehr, was hier los war. Ist aber doch eigentlich absurd, da der menschliche Körper, sofern er gesund ist, perfekt für den aufrechten Gang von Mutter Natur konstruiert wurde. Nichtsdestotrotz ist diese Art des Biohackings sehr interessant. Auf jeden Fall Hacker. Finde ich auch. Weil ich gern dabei gewesen wäre. Ach so! Du wärst gern dabei gewesen, als wir uns das angehört haben. Och Mensch. Das war wirklich sehr knapp, ja. Wir haben es gerade vorhin noch beendet. Ja. Ach, kein Problem, Eva. Ähm. Was habt ihr denn noch geplant damit? Also ich denke mal, das war so der erste quasi. Der Einstieg. Die erste Episode. Och, ich glaub, ich werd heute nur rennen. Das war ja quasi die erste Episode. Wie viele Episoden habt ihr denn insgesamt geplant? Aber ich find das Projekt sehr, sehr schön. Ist als Brötchen vergessen. Oh, das ist diese Unterwasserwelt von Mario. Aber es gibt noch mehr von uns. Nach und nach lernt ihr uns kennen. Oh, cool, Eva. Das klingt sehr, sehr spannend. Och, Mensch. Ich glaub, ich kann heute nur rennen. Das ist so der Nachteil mit dieser wundervollen Logitech. Wenn es sehr, sehr bewölkt ist. Nicht bewölkt, wechselhaft ist draußen. Oh Gott, ich bin nur am Rennen hier. Naja, da hab ich zumindest ein bisschen Bewegung. Das ist echt krass. Die Japaner, ey. Wenn ihr zwischendurch weitere Sprecher sucht, dann schaut doch mal im Forum von Hörspielprojekt vorbei. Oh, cool. Noch kein weiteres Hörspiel, aber geplant mit ganz eigener Geschichte. Oh, super. Ich muss jetzt mal auf den Discord gucken. Ist ja alles. Ja, super. Februar Blüte hat angefangen. So, dann scheut euch nicht. Schreibt gern, ähm, ja, wollen wir ein Limit setzen? Oder wollen wir einfach sagen, so viel wie jeder möchte? Ähm, und der Nächste schreibt dann einfach weiter. Ich möchte da eigentlich kein Limit setzen. Wobei es auch interessant wäre, das könnten wir ja irgendwann mal machen, ähm, nur einen Satz zu schreiben. Ich werde da später, glaub ich, noch eine kleine Erläuterung zuschreiben zu dem Kanal. Japaner sagen immer ja. Sonst würden sie Nein-Pana heißen. So, was machen wir denn als nächstes? Ach ja, den, wartet mal, genau. Wisst ihr eigentlich, was ich gerade für einen mega leckeren Tee trinke? Ich sag jetzt nicht die Marke, aber der heißt Nussschnecke. Ein Nussschnecke im Tee. Und ich hab den gestern das erste Mal mit einem ganz kleinen Schluck Milch getrunken. Und wisst ihr ja, was ich zuerst denken musste? Auch wenn der hier so die ganze Zeit in die Nase steigt. An Franzbrötchen! Ich hab offiziell meinen Franzbrötchen-Tee gefunden. Oh mein Gott, der ist so lecker. Äh, ich seh nicht mehr durch. Hörspiele, Schweifkonstruktionen. Ich bin verwirrt heute. Da war mein... Einen Tag nicht da. Oh, Riyasa. Schön, dass du da bist. Ach, naja. Gestern haben wir ja an... Oh, ich stell dir mal vor. Wir haben an dem Butler gearbeitet, der jetzt endlich zum Leben... Ähm... Erweckt wurde. Ich glaub, ich werd die, die, diese ausgehende Animation nochmal ein bisschen verändern. Genau, mit ausprobieren, dann kriegt man eine Nussschnecke. Ja! Die hab ich schon gezeichnet, Burger-Bubi. Warte mal, ich sechse die mal. Aber die ist, die sieht ein bisschen unglücklich aus, weil die ne, ne, ne Nussallergie hat, leider. Ja, Gottes, warte mal, ich such mal die raus. Jetzt muss ich ihn erstmal finden. Oder Tappi, The Murder Toast, haben wir ja auch noch nicht fertig gemacht, sehe ich gerade. Müssten wir eigentlich auch nochmal ein bisschen dran arbeiten. Oh, jetzt muss ich wieder mega laut. Eine schleimige Nussschnecke. Warte mal, ich guck mal, wo die ist. Zeig euch die mal. Aber bitte erschreckt euch nicht, die ist wirklich unanseelig geworden. Das ist die Nussschnecke, die leider ne Allergie hat gegen Nusse. Deswegen guckt sie auch so reserviert. Da. Das ist die Allergie. Deswegen hat sie ja auch überall Puzzeln im Gesicht. Und so nen Blick so. Und die Nase läuft, weil es ist halt, das Schneckendasein ist halt nicht herrlich. So, mein Gulasch wird nun auch geliefert. Oh Gott, mein Geil. Sehr, sehr schön. Hallo. Hallo Sie. Wollen Sie einen Pompkuta gewinnen? Mit 30 Watt Backtiefochsen und Tardennocker? Nur zur Zerkeit. Aktionswochen bei Kaptaki schreit fiepen. Ja, Burger Boogie, genau. Das war so der Hintergedanke. Ich darf bei der Viel-Schnabelfabel gar nicht mitmachen. Ich würde echt viele Momente kaputt machen. Mach doch, Cousin Nico. Niemand hält dich davon ab. Aber ich bitte euch, die Regeln nur einzuhalten, da jetzt irgendwie keine bösen Begriffe zu verwenden. Oder Diskriminierung oder rassistische Sachen oder politische Sachen. Ansonsten ist euch da komplett alles freigestellt, euch da auszutoben. So, ich glaube, es wird Zeit für... Tee, A-S-M-E-R, eingesehen. Hallöchen, Usagi, Moin, Moin, äh, Fusagi, nicht Usagi. Fusagi-Rose, schön, dass du da bist. Okay, ich beginne nun die Tee-Zeremonie. Ich wünsche euch viel Spaß auf der Toilette. Juli, meinst du Nuss- oder Zimtschneckentee? Zimtschneckentee. Ich hole euch gleich mal die Packung, aber ich halte den, ähm, den, die Firma aus der Kamera, weil sonst kriege ich Ärger. Ich werde nicht bezahlt von denen. Oh, das ist auch gerne mein Arzt. Oh. Bei was denn austoben? Eine Geschichte? Sorry, wie gesagt, ich sehe gerade nur Deutsch. Ach so, ähm, Riaza, wir haben beschlossen gemeinsam, nun wünsche ich euch viel Spaß auf der Toilette, wir haben beschlossen, einen Kanal auf meinem Discord zu öffnen, ähm, auf dem es euch möglich ist, gemeinsam eine Geschichte zu schreiben. Ähm, was bedeutet das? Also, jemand fängt mit dem Anfang an, Februarblüter hat zum Beispiel den Anfang getan, ähm, eine Geschichte anzufangen und der Nächste führt dann mit seinen Worten, mit seiner Fantasie diese Geschichte fort, solange wie er will, ähm, bis dann der Nächste kommt und wieder diese Geschichte fortführt. Und, ähm, du kannst das jetzt finden auf meinem Kanal unter Atelier und der heißt Viel Schnabel Fabel. Oh, Sven schreibt auch schon was, geil. Ach, wenn's lustig war, die ohne Hosenclips solltest du löschen, kommt nicht gut für Partner suchen. Ja, Gonzo, oh, ich bin ja hier nicht nackig rumgelaufen. Ähm, Gottman, ich bin ja hier nicht nackig rumgelaufen, ich hatte ja was an. Ich hatte nur für die Strumpfhose, das ist, das ist doch jetzt nicht so wild. Ja, Gottman, ich verstehe das ja, also, wette ich jetzt hier gar nichts an, da würde ich auch sagen, okay, forget it. Aber, ich, ich finde das jetzt nicht so, oh, ich finde das jetzt nicht so wild, muss ich sagen. Aber, wenn du möchtest, dann lösche ich diesen Clip. Oh, Mann! Ich zeichne heute nicht so viel, weil ich mehr da, weil ich hab ja hier, wie gesagt, eine Strumpfhose an. Und, ähm, das Einzige, was gefehlt hat, was über der Strumpfhose. Die bärtige Mutti, moin! Schön, dass du da bist. So, die Musik ist gerade hoffentlich noch da. Ist gerade ein bisschen sehr leise. Wir wollten noch einen Archäologen zeichnen. Kannst du ihn hier auch runterladen? Ja, das mache ich. So was ist sehr lustig. Ja, und das gibt es, wie gesagt, auch in Comic-Form. Das nennt sich Comic-Jam. Und ich habe das auch das erste Mal kennengelernt, als ich studiert habe. Das hat super viel Spaß gemacht. Das war richtig, richtig nice. Oh, ich muss mal gucken, wenn, ähm, wenn ich dann spiele mit euch, dass man meine Tastatur nicht so ganz laut hören wird. Oh, da habe ich, da habe ich ein bisschen Bammel vor. Das wird ein bisschen kompliziert. Weil wenn ich diesen Noise-Gate zu hoch mache, dann, dann, dann klinge ich abgehackt. Lavendelregen. Es knallt lieblich in den Ohren. Dankeschön. So, und jetzt guckt mal alle schnell, ob, äh, eure, eure, eure Kabels noch gesund sind. Kabels. So, warte mal. Ich glaube, ich muss hier noch was, ähm, Komma, ins Luftpolsterfolie. Da muss noch was korrigiert werden. Ich finde die Musik heute ein bisschen schwierig mit der Lautstärke anzustellen. Das ist irgendwie, ähm, ah, hier. So. Uns gibt es Sonntagsmärchen. Ja, stimmt, Eva. Bei dir gibt es ja die Sonntagsmärchen. Das ist auch eine schöne Sache. Jetzt ist die Musik wieder ganz doll leise. Äh? Ach da. Jetzt vernehme ich sie. Ich habe schon wieder das Montagsmärchen verpasst. Ähm, kannst du ja zur Not, ähm, auf dem VOD anschauen von Sven. Der ist ja noch mindestens zwei Wochen da, ne? Mindestens. So, weiter geht's. Ich freue mich. Ich gucke jetzt deine Montagsmärchen. Ah. Das Tattoo-Geräuschen hilft bei manchen die Rauschunterdrückung. Sollte man das so sehr hören, kannst du es im Zweifel ja testen. Äh, Knebelchen, danke schön. Muss ich mal gucken, ne? Rauschunterdrückung. Aber ich benutze immer die Ungären von Streamlabs UBS. Ich habe das QXLR. Ich weiß nicht. Gibt es da auch eine Rauschunterdrückung? Wartet mal, ich gucke mal kurz. Ähm, aber wenn ich denn hier Widget spiele und die Leertaste, die hört man besonders laut. Rauschunterdrückung, Mixer, Mikrofon, Kompressor, Equalizer, Gate. Oje, ich weiß gar nicht. Was ist denn Attenuation, Dresshold? Ist das Dresshold? Ne, ne? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo muss das dann hier sein. Vermute ich mal. Einfach bübschen nochmal. Bis später, ihr Pupsis. Bis später, Eva. Das ist erstmal auf Abruf verfügbar. Gott sei Dank. Was, hast du doch schon Hilfe? Achso, das habe ich schon. Ähm, hast du schon mal eine bucklige Brotspinne gezeichnet? Das ist auch gut, Daigoro. Das ist auch gut. Ähm, dann lass uns das mal als nächstes machen. Die bucklige Brotspinne. Gibt es jetzt ewig einen Single-Stream? Wie meinst du das, Bürgerbubi? Was für ein Single-Stream? Ähm, hört man das Keyboard an sich oder die Schale übertragen auf den Tisch und damit das Mikro? Ähm, ich kann dir mal ein Beispiel machen. Dann mach ich mal das mal ein bisschen näher. Achtung, ich schreibe jetzt. Das war's. Das wird dann aber noch ein bisschen anders klingen, weil wenn ich spiele, habe ich ja das Tablet nicht zwischen Mikrofon und Tastatur. Das heißt, die Tastatur wird dann unmittelbar unter dem Mikrofon sein. Da hab ich ein bisschen, da hab ich ein bisschen Wammel vor, dass dann hier über die Welt untergeht, weil ich möchte nicht, dass ich die ganze Zeit so... Oh, mein Gehirn. Hacker, 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 hacker. Das ist das Keyboard an sich. Ja, ich hab Blue Switches halt, ne? Ähm, mich stört aber nicht beim Gamen. Da hat man Gamesound und schreiende Spieler. Haha, okay. Ich werd das sowieso testen. Ich wollte mit Sven, ähm, sowieso noch einen Test-Stream, nicht einen Test-Stream, also generell so ein bisschen testen. Dass ich, da würde ich dich nämlich gerne Sven mal in den Discord holen, weil ich hab das noch nie getestet mit dem GoXLR, ähm, dass ich dann auch die Discord-Stimmen natürlich übertragen kann. Aber wenn wir dann zocken zusammen zu Halloween, muss ich ja dann natürlich auch, ähm, die Discord-Teilnehmer mit in den Chat bringen, dass man die hört. Das wird noch ein bisschen Herausforderung werden. Dieses Tassenklacker macht einen Wahnsinn. Ja, genau, ne? Also einigen macht das Wahnsinn. Ich möchte halt nicht, dass das zu laut ist. Aber ich hab halt die Erfahrung gemacht, nämlich die Rauschunterdrückung von Streamlabs OBS... Oder warte mal, wir können das ja mal testen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Filter hier einbauen kann. Ähm, das muss über das Mikrofon gehen, ne? Ich geh mal... Oh, Filter 5. Okay. Rauschunterdrückung... Rauschunterdrückung ist an. Äh. Schlägt trotzdem aus. Ich mach dir mal, ähm... Warte mal, Unterdrückungspegel, muss ich den da mal runtersetzen, oder? Ja, ist 44. Test? Ich muss den hochdrehen. Test? Man kriegt das nicht weg. Man kriegt das nicht weg bei mir. Ich mach jetzt mal die Rauschunterdrückung dazu. Tino! 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 Meine liebe Rätelportenfreundin! Wie war dein Watchtogether-Stream gestern, du Lieber? Na? Wie geht's dir und John? Ich hoffe, euch geht es gut. Oh Mann, ey. Dieses Bild heute, das ist so schrecklich. Bin nur am Flitzen heute hier. Meine Vögel machen sich heute auch ganz schön rar, muss ich mal sagen. Ähm, ja, also wie ihr gerade gehört habt, funktioniert das mit der Rauschunterdrückung nicht bei OBS. Nimm die von Gohz. Der von OBS ist ganz mies. Ja, genau. Äh, Sven Matthias, weißt du denn zufällig... Ach, das machen wir dann einfach in Ruhe. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich was umstellen muss, damit ich diese Rauschunterdrückung aktiviere bei dem GoXLR. Ja, ich hab da keine Ahnung. Ich weiß doch sowas nicht. Mein Name ist... So, jetzt mach mal erstmal eine buckige Brotspinne hier. Superidio. Nico leiser machen und näher an die Schnute beim Datteln, dann nimmst du nicht zu viel Raum mit auf. Hallo. Ich hab aber Angst, dass wenn ich dann so im Eifer des Geschäfts, im Eifer des Gefechts dann so aufschreie, ich finde da noch eine Lösung. Ich werde mit dem Sven Matthias die Tage nochmal, glaube ich, in den VC gehen, wenn er Lust und Zeit hat und dann werde ich da mal so ein bisschen Feintuning-Einstellung vornehmen. Ich hab mal jetzt einen Profi dann. Und du kannst mir bestimmt dann ein bisschen helfen, Sven. Oder wenn du magst. Bei den Feintuning-Sachen, dass wir dann dieses Klack, 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 Klick, 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 Klack, Kluck, 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 nicht die ganze Zeit hören. Wir testen dann im Discord. Dann kann ich dir auch erzählen, was ich hier rausgefunden habe. Oh. Oh. Dafür gibt es den Kompressor. Den Kompress-Herror. Ich verziehe mich da mal wieder. Schönen Tag noch. Dauna, ich wünsche dir auch einen wundervollen Tag. Schön, dass du da warst und lass es dir gut gehen. Yeah, mein PC ist an und man hört ihn gar nicht. Hab den Lüfter jetzt in Rücksprache mit meinem IT-Mann abgezogen. Geil. Das klingt fantastisch. Gehäuse-Lüft, ja. Und dir auch noch mal. Ich hatte den Don't Be Afraid of the Dark-Tatsache doch wieder ein bisschen Schiss. Don't Be Afraid of the Dark. Ist das ein Spiel? Wenn er nicht gerade wie ein Berserker aufhämmert. Für den Schreien gibt es den Kompressor, der regelt. Ja, den habe ich auch aktiviert. Also ich habe sehr viel aktiviert beim GoXLR, aber ich blick da halt nicht mehr. Ich habe halt nur anhand eines YouTube-Videos meine Einstellung vorgenommen. Und ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Nur ich würde dieses Klackern von der Tastatur mit dem noch gerne wegbekommen. Hab ich dir unter Technik-Hilfe mal was geschickt? Noise-Gate, Gate, Noise-Filter oder sowas? Hat in den Tress halt anpassen. Aber das unterdrückt meistens nur so Rauschen, Zischen und sonstiges Rauschen. Ja, Mann. Was machen wir denn da? Ich hatte nämlich am Anfang bei dem Noise-Gate was verschoben. Und dann hat man abgehackte Silben bei mir gehabt. Sven auch hatte das Problem. Und das ist passiert, wenn das zu extrem eingestellt ist. Hallöchen Impoks. Moin, moin. Na, du hattest noch einen schönen Stream gestern. Hallo, ich wollte mir nochmal für den... Ach, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, Impoks. Ich hoffe dir... Du hattest noch einen schönen Tag gestern. Ja. Wir haben ja auch wieder nur Blödsinn gemacht. Wir haben einen Kakofanten gemalt. Einen Kakofanten-Fanart. Nee, einen Horrorfilm, den wir gestern... Ach, in der... Ach, das ist ein... Die kenne ich gar nicht. Mit so einem Viecher in die Zähne von kleinen Kindern. Boah. Uuuh. Uuuh. Wie geht? Das klingt auf jeden Fall spannend. Also, ich habe gestern... Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe euch ja erzählt, dass ich The Doom Patrol angefangen habe zu schauen. Und ich, Schlaubergerin, habe mal wieder angefangen bei der zweiten Staffel. Ich gucke da so reise. Hä? Hä? Ich meine, manchmal ist es ja auch ein stilisches Mittel von einer Serie, dass die mittendrin so anfangen. Und dann klärt sich das so im Falle der Folgen auf. Und man versteht Zusammenhänge. Charaktere werden vorgestellt. Aber es war diesmal wirklich so, dass ich die erste Staffel einfach mal so übersprungen habe. Weil ich finde, bei Amazon Prime ist das ganz komisch mit der Staffelauswahl. Also, hör mich auf. Der hat mich gar nicht zuerst zu Staffel 1 gebracht, dann zu Staffel 2. Ich folge eins am Spiel. Draufgedrückt. Und dann viele, viele Fragen. Und dann habe ich erstmal so zwei, drei Folgen geguckt. Und dann heute, gestern Abend festgestellt. Oh. Das war ja gar nicht Staffel 1. Und jetzt habe ich gestern mit Staffel 1 angefangen. Und erstmal drei, vier Folgen hintereinander gebinge-watcht. Mann, ist die Serie gut. Die ist so gut. Bitte, wenn ihr auf Doktor Who steht und so einen abgedrehten Humor mögt. Diese Serie wird euch umhauen. Ich bin ja so begeistert. Ich bin so, so, so begeistert. Hat aber eine lange Zunge. Ja, warte mal auf. Warte, 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 warte. Ich habe Beweise. Das höre ich oft. Moment. Hatte ich beim ersten Mal schauen schon so Schiss, dass ich mich nicht mehr aufs Klo getraut habe. Und gestern hatte ich nach dem Film auch wieder so ein merkwürdiges Gefühl. Oh je. Oh je. Oh. Jetzt wird nur noch das Kiss-Make-up. Dann lecke ich ja die ganze Schwinke ab. Oh Mann. Ich weiß. Nein, das verrate ich nicht. Ich darf nicht so viel erzählen. Boah. Eva. Wieder da. Was habe ich verpasst? Ach nix. Wir haben nur Zungenlängenvergleich. Aber es ist nicht so schlimm wie bei einer Giraffe. Giraffen haben noch viel, viel längere Zungen. Ich hole gleich mal meine Vögelchen. Ich glaube, die wollen hier rüber. Sie haben nur wieder für irgendwas Schiss. Ähm. Ja, dieses Klack, 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 Klack. Das muss ich halt wegbekommen. Iiiiih, Schminke. Boah. Ich hasse Schminke. Also bei Frauen. Also Birgobubi, ein bisschen, ein bisschen was ist erlaubt. Aber was ich überhaupt nicht leihen kann, ist, wenn man hier so fünf... Nee. Bah. Eeeh. Genau. So fünf Meter dicke, ekelhafte, schmierige, fette Make-up-Creme-Schicht drauf hat. Das finde ich nicht schön. Also ich finde, man sollte schon noch Gesichtszüge erkennen können. Deswegen bin ich auch kein Fan vom Lüften. Das sieht so furchtbar aus. Die Frauen tun sich keinen Gefallen oder die Männer, die sich lüften lassen. Ähm. Du erkennst wohl keine Mimik mehr. Äh, weißt du, ich hab lieber Fältchen. Vor allen Dingen so Lachfältchen. Ähm. Oder was weiß ich denn. Hier die Fältchen, die kommen. Oder hier auf die Stirn hab ich auch voll. Die hab ich aber schon seit ich Kind bin. Das heißt von meinem Vater, glaub ich. Meine Dink... Meine Dinkerstirn. Hä, warte. Ähm. Mich stört das null. Also so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen Wimperntusche mach ich mir dran. Oder so ein paar kleine Akzente an den Augen. Und das war's aber auch schon. Man kann das unterstreichen. Äh, man kann die Natürlichkeit noch ein bisschen unterstreichen. Aber ich finde, die Natürlichkeit muss noch gegeben sein. Sonst sieht das ganz gruselig aus. Outlast lief auch halbwegs gut gestern. Der Doktor, der mir die Finger abgeschnitten hat, ist tot. Also hoffe ich. Oh, ist das der Doktor, wo du in dem Krankenhaus oder den Betten hin und her kriechen musst? Oh. Ich kann mich an die Stelle erinnern. Erstmal 30 Millimeter grundieren und dann darauf mal. Ja. Was ist denn hier alles für Blättes? Äh, sind die Briefträger? Oder wat eh? Weißt du, dickes Make-up schichten? Äh, da kenne ich Videos. Oh oh, mein Spoon. Oh oh. Ich auch. Krasse Denkfalter auf der Stirn. Ja, ne? Aber ich. Was willst du machen? Soll ich sie glatt bügeln oder wat? Ich lebe damit. Das bin ich. Ich fand früher, als ich von Kind zum Jugendlichen geworden bin, fand ich mein Nasenrücken so scheiße. Also so. Ich mochte das, wenn man als Kind so kleine Stupsnäschen halte und alles ist so niedlich. Und dann wird man so 14, 15 und denkt sich so. Boah. Aber ich habe mich dann arrangiert damit. Zwei, drei Jahre später. Also es ist echt krass. Wenn der Körper sich so verändert, dann. Man muss dann auch erstmal so ein bisschen dieses Selbstvertrauen entwickeln und sich lieben lernen. Das kann man nicht von Anfang an. Manche haben es ein bisschen leichter, manche haben es ein bisschen schwieriger mit. Eine gute Freundin muss ziemlich dickes Make-up tragen, da ihre Gesichtshaut keine Pigmente hat. Sie hätte sonst dauerhaft. Okay, das ist was anderes, Side-Tronic-Bett. Aber da draußen gibt es so viele Frauen. Wo ich so denke. Oh mein Gott. Why? Ich habe gestern ein altes Foto von mir gefunden und dachte nur, uff, scheiße, wie sah es denn aus? Sie steht alt. Rieser, ja. Boah, wir können das ja mal in Just Chatting machen. Da zeige ich euch mal mein Fotoalbum. Boah, das ist richtig peinlich. So wie ich mit 12, 13. Das machen wir mal, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann könnt ihr auch, dann machen wir mal so ein Schatz-Chatting-Themen-Abend, wo jeder seine Fotos reinballern kann, wenn er möchte natürlich. Von wo er klein war. Sven habe ich auch gesehen. Er sah auch sehr, sehr niedlich aus. Ah, jetzt bin ich schon wieder weggeflogen. Zote, der Mächtige. Moin. John Beard, Fred of the Dark. Genau, den Film muss ich echt mal gucken. Silly, moin. Ich finde Falten eigentlich ganz schön. Vor allem Lachfalten geben einem Gesicht irgendwie mehr Charakter. Und Hallöchen an alle. So ist es, Silly. Das denke ich nämlich auch. Und wenn du dich liften lässt, alles so straff ist, so. Es gab nur diese Star Trek-Folge. Oder die Doctor Who-Folge. Mit der Frau, die sich so krass hat liften lassen, dass sie nur noch ein Stück Haut war, ein breitgezogenes mit Gesicht, so. Ich bin voll hübsch und glatt im Gesicht. Ich bin voll hübsch und glatt im Gesicht. Boah, nee. Nee. Das brauche ich auch nicht. Das mit dem ... Oh, ich muss mal die Füge. Sui, Benjo. Meine Scheiße. Warte mal, ich muss sie mal holen. Guck mal. Jetzt hauen die Abkommen hier. so mal gucken ob sie hier bleiben wollen nicht mich beißen ihr seid ja giftig drauf heute ihr seid ja giftig drauf heute guck mal was wir wundervolle wundervolles licht wir hier haben ihr seht die vögel gar nicht also die dunklen klumpen hier vor der kamera das sind meine papageien hat jemand eine spachtel vorsicht musik okay wir spielen das ab willkommen in der unterbelichteten kamera welt was gucke ich mir da an okay hui hui wie geht's dir rena schön dass du da bist oh gott ich muss noch mal in die kamera ran das ist ja mega krass schlimm gerade ja meine 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 web cam hallo sie wollen sie eine hebantlung an einer füllenheit scham das war so klar richtigen baum trotty und einen heck sie sind dann also 60 90 60 nur zurzeit aktionswochen bei kentucky schreit fieten ja ich habe heute arge probleme wieder mit der kamera man sieht gar nicht ne man ist es kaum wahrnehmbar finde ich es tut mir sehr sehr leid dass das heute sehr naja egal da muss man durch als durch also hier sind die vögel irgendwo im dunkeln aber die kann man heute nicht so gut erkennt das ist einfach so krass heute wieder wenn man ich versuch mal heute ich glaube die halbjahrzeite dieser kamera ist über den zenith ich glaube die ist einfach dieses jetzt einfach nur durch dieses blöde es tut mir so leid dafür gute musik so wir wollten jetzt eine bucklige brotspinne malen hallöchen red bin fertig mit stein du bist fertig mit das ist ja wie struktur in der ukraine ja so medusa hallöchen doch passend zu deinem nein doch dankeschön genau die frau trägt einmal jetzt zweimal in zwei wochen gleich diesmal so rum diesmal gibt es transformer haltung so kannst du ja auch ganz dunkel machen und horror geschichten erzählen so von unten das licht das gesicht beleuchten also heute ist die kamera total lost tut ihr nix die halterung mein süßer na jedenfalls da ist der sui kopf da dass er das erkennen könnte heute ist ja die kamera lost lost in lost im camp space lost in naja egal so jetzt aber hier mal wieder zeichnen wir machen ja jetzt schließlich einen art stream und so eine bocklige brotspinne eine bocklige oder sieht das kenne ich kenne ich das wieso kenne ich das lied kenne ich das geilste spiel er war auf n64 neben bed für riday ich bin heute auch irgendwie lost auch je aber es gibt so tage ist wie knuck kater jungs in decken deko mache kater gibt es ja auch so ein geiles lied knack kater gibt es auch ein richtig geiles lied ich war da ging in das ich verfolgt meine eigene viel spaß und wir wünsche ich dir efa ich hasse musik ich hasse musik na das glaube ich ja nicht mein boom das glaube ich dir nicht eine bocklige brotspinne meine güte jetzt kommt besuch ist das so das wird eine sehr lange spinne das wird eine sehr lange spinne also hier machen wir das gesicht rein würde ich sagen dieser banjo kazooie soundtrick will ich instant wieder banjo kazooie spielen leider leider wird es davon nie ein remake geben geschweige denn nachfolger ich meine es gibt es ja nachfolger aber so richtig einen echten nachfolger das wäre schon was aber dann mache ich eine idee warum eigentlich weil das studio was es damals entwickelt hat aufgelöst wurde rare hat das ja gemacht ich glaube das wurde auch von microsoft aufgekauft oder aufgelöst und dasselbe verhält sich auch so mit mit diddy kong racing diddy kong racing war ja in meinen augen noch besser als mario part mario kart mario party als mario kart diddy kong racing war ein so cooles spiel und auch leider von rare und ich würde das so unglaublich feiern wenn es diddy kong racing als remake geben würde als remaster oder sonst irgendwas boah und dann im multiplayer ich wäre so unglaublich happy jetzt muss ich erstmal lesen ich hasse c-dua f-dua g-moll und auch von dis habe ich die schnauze voll ja das ist nur am dissen ne mein spum boah sieht aus wie ein vampir der kleine vampir ich war auf dem ersten konzert damals ich war auf dem ersten letztesten konzert ah oh das ist schon wieder so lang her ist mir fehlen die noten und der raue männer gesang aber singen kann man lernen puh ich habe gerade die cam eingerechnet und das ist echt eine schwierige sache mit dem green screen erstmal genug licht damit der screen gut ausgeleuchtet ist dann aber auch nicht zu hell weil blenden und dann aber auch wenig nachbelichten mit der cam weil es nicht rauschen soll dann noch natürliche farben damit das nicht creepy aussieht aber es ist nun alles gut und es bleibt gespeichert das ist nun was ich wollte um 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 14 uhr kann ich endlich den damo akku abholen ah super nico das freut mich sehr zu hören dann hat es ja doch noch ein gutes ende ich meine die spiele sind doch kult sie sind mega kult ich liebe die liebe sie unsagbar doll mich macht das licht heute so fertig ihr leben so fix und fertig ähm naja da sehe ich heute alt aus wie ein vampir passt ja auch zu halloween wir haben ja bald halloween oh man oh man ähm naja ich musste eher von der arbeit gehen wegen starken depressionsschüben jetzt könnte ich heulen wegen depression weil ich wieder einmal nicht mehr zum feiern durchgehalten habe jetzt mach dich aber bitte nicht runter red alpha das ist das verkehrteste was du machen kannst mach dich jetzt nicht selber runter du musst dich da selber wieder raus ziehen tu dir bitte um gottes willen was gutes lenkt dich von mir aus ab und 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 sei sei lieb zu dir wir sind zu uns selbst meistens am hässlichsten behandle dich wie du deinen allerbesten freund behandeln würdest und nicht wie deinen feind ich kenne das red alpha ich kenne das ich habe mich auch eine lange lange zeit nicht gut behandelt aber ähm das ist kein vernünftiger weg so sieht doch aus wie eine ja weil das ein buckliges eine bucklige brotspende wert ähm mario karty ja das kennt sogar meli ich habe das sogar mal in einem stream raus gehauen bei bei tinny damals da wollte ich auch davon erzählen dass wir doch mal mario karty und mario party ist dann auch noch irgendwie so ein bisschen hängen wir haben das gesuchtet bis zum geht nicht mehr ja die die kong racing war so großartig vor allem dass man da fliegen konnte und alles das war so geil wer gibt es noch ist inzwischen ein microsoft studio ukulele ist ja aber ukulele war ich habe es nicht mal zu ende gespielt muss ich ehrlich sagen die haben es echt versucht aber es ist nicht geglückt es ist nicht geglückt also ich fand ich fand das teilweise so unglaublich schrecklich allein dieses casino level wie leer und triss das war und die steuerung es gab da so ein abschnitt in einer eishöhle dann musste man irgendwie so ganz lange rutschpartien machen und die überhaupt zu schaffen ich habe einen tag gebraucht weil diese steuerung ganz ganz furchtbar miserabel ist es war einfach nur eine glückssache und das finde ich echt nicht mehr gut entweder noch ein jahr an so einem spiel arbeiten oder ja ganz anders machen aber das war das hat mir keinen spaß gemacht ukulele die charaktere waren mega niedlich als der trailer das erste mal kam ich war so ja dann habe ich gespielt da kam die ernüchterung sehr repetitiv und die die jokes haben nicht gezündet das war schade ein mini hdmi auf hdmi sondern unbedingt ein mikro hdmi auf hdmi sonst machst du den gleichen scheiß wie ich gestern warum nicht nico passt passt der mikro hdmi etwa nicht ne mini passt nicht du brauchst mikro ok ich muss das irgendwie mal merken mikro 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 ich muss auch noch ein bisschen was zeichnen ich bin hier nur am labern ich glaube das ist der art stream wo am wenigsten gezeichnet wird aber gleich hole ich mir den art stream das ist dann echt wohl du für mich ja also ich ärgere immer jenen und so bin ich auch zu mir die rechte fieber wenn du gesehen liegt bei microsoft das wird bestimmt noch was kommen hm meinste ich würde das so feiern ich würde das so unglaublich feiern ich versuche es gerade habe mir von einem jahre pommes ohne crap geholt ich versuche mich auch mal etwas zocken abzulenken ich hasse es nur dass ich in letzter zeit aufzuschübe habe hasse es nicht bitte hasse es nicht erkenne warum du die hast und dass du dir mühe gibst versuch wirklich ich weiß das ist super schwer aber versuch dich auf das positive zu besinnen was du geschafft hast was du noch schaffen wirst steck dir ganz kleine ziele und geh diesen weg ohne dich kaputt zu machen weil wenn du dich immer klein machst und so kaputt machst dann erreichst du genau das gegenteil das zieht dich in ein ganz ganz mieses fieses loch rein weil das zieht dich dann in eine 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 perspektive auch rein in eine recht passive handlungsweise die nicht gut für dich ist ich schaffe es nicht mal pünktlich morgens um neun dort zu sein mach dich trotzdem nicht fertig was denkst du was bei mir alles schief geht wenn ich mich für alles was bei mir schief geht kaputt machen würde wenn das jeder mensch machen würde wir machen alle fehler wir sind doch nicht perfekt wir werden doch nicht auf werden ja nicht geboren und können alles super und wissen wie das leben funktioniert wir leben doch alle das erste mal und machen unsere erfahrungen und das allerwichtigste das aller allerwichtigste ist dass du gut zu dir bist und dass du dir sagst okay ich bin jetzt zu spiel gekommen ich arbeite daran was kann ich machen konstruktiv und positiv da in die zukunft schauen was du machen kannst um das zu ändern was dir nicht gefällt jeder hat mal irgendwie eine eigenart die einem nicht mit der nicht so gut zurecht kommt mit der gut leben kann aber da kann man was tun aber nicht so negativ dann erreichst du gar nichts du machst dich ja jedes mal dann klein und wir sind selbst zu uns die schärfsten richter die zerstöreristen ich hab mal ein bisschen weiter herum gesprungen oh cool dankeschön sven das lese ich nachher mal in ruhe alles durch schon erzählt dass mein lieblingskünstler mir folgt und ich hier mit den höchsten tier äh patreon unterstütze oh der das ist ja fantastisch risa gratulation wie ist er denn auf dich aufmerksam geworden mini ist zu groß du brauchst mikro oh ok boah dankeschön nico ich werde mir nämlich dieses gibt es das kabel auch bei 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 hier ne du weißt schon den planeten da den planetennamen wo man technische sachen kaufen kann so ein bucklig warte mal ne das sieht doch ein bisschen komisch aus ich muss ein bisschen was zeichnen hier also wenn noch irgendwas von banjo kazooie kommen sollte boah boah ich wäre so happy ich wäre mega happy ich wäre mega happy das ist ja das ist ja das ist ja jetzt das ist ja gerade so eingefallen da war doch was schübe meine ich meine rechtschreibung ist heute echt lost willkommen genau wie meine kamera heute lost ist aber egal lass uns so oft sein so oft lost sein wie wir wollen hauptsache wir haben uns gern dann also ich bin schon perfekt ist nicht leicht aber ich arrangiere mich damit ja die kabel sind überall zu bekommen ich wusste es halt nicht okay ach mensch last of us team love it oh ja ja gut dass man das hören kann ich höre nämlich fast gar nichts soja milchkaffee ja moin allöchen ja der gute schwederal was bitte was ein schwederal was sieht irgendwie voll bescheuert aus willkommen bei julie luat die heute das erste mal zeichnet sie hat keinerlei vorerfahrung und versucht mal eine bucklige brotspinne zu zeichnen wird sie es schaffen wird sie den herausforderungen gerät oder wird sie kläglich scheitern sie hat auf alle fälle hier schon mal so kleine hauer oder wollen wir so eine flauschige machen das ist dann so eine schimmelige brotspinne ach komm wir machen eine schimmelige brotspinne dann wird sie schön flauschig werden und das ist nach unten gell mit unten kuscheln ist unten schön warm haben ja dann geht tschüss bye bye heute ist es so dunkel und kann man immer die vögel erkennen bei dir sitzt irgendwas auf der schulst das bewegt sich was ist das naja dadurch dass wir in einem patron nur mehr unterstützung erkennt mich ja ach ist das toll hat er mir feedback zu seinem staff gegeben und via mail geschrieben wo meine probleme und so weiter sind boah das ist ja geil rieser ich glaube so eine konstruktive kritik da kann man unglaublich viel mit anfangen das freut mich für dich ich versuche es nicht aufzugeben genau niemals aufgeben niemals kapitulieren bei grab das hammer dein tod wird gerecht werden gott bewahre julie bin wieder home und an der tastatur alles klar sehe ich gerade wie kotmer was ok vielleicht kommt das ab und zu noch so durch ich gebe zu ich habe bei der anfänglichen internetphase viel sowas geguckt das kann vielleicht mal so durch durchkommen ja wie machen wir die so schön buckling also hier nicht so tief nicht so tief ich glaube julia hat einen vogel zwei sogar also zwei leibliche wahrhafte einer lebt im kopf und frisst nicht so viel wo machen wir die augen hin und wir machen hier eine auge hin ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu konzentrieren natürlich hat eine spinne viele augen so und einen pelzigen arsch ich muss mal überlegen wie die sich überhaupt fortbewegen soll sie hat ja ein buckel ist jedenfalls ein sehr elastisches brot ich glaube das kann man erkennen das ist das sora reich die dingens musik aus dem dora aus dem sora reich ich muss auch gleich mal wohin ihr lieben es wird schon wieder zeit so dann kriegt sie noch ihre beinchen und da sie schon ein bisschen vor sich hin schimmelt wird sie gleich noch ein bisschen flauschig gemacht ne ich mache jetzt erstmal das grundgerüst von dieser brotspinne das entspannend mit der musik hier das ist ja voll der arzbar gibt es auch als hörbuch was gibt es auch als hörbuch jetzt muss ich mal gucken gummibrot spinnen genau verwandt mit dem gummihuhn vier lustige vögel im stream drei mal 14 ist 8 30 und 12 das gibt unter 10 ich mag spinnen nicht nur in glas will vielleicht jemand ein bisschen nicht schwimmen wie eine bootspinne so jetzt kommt das ekligste an der spinne die langen dünnen beinchen haben die nicht auch ach ne aber wisst ihr was die kriegt ne das sieht so bösartig aus ich will dass die richtig richtig wir wollten ja auch nochmal hier so gruselige eklige tiere in ganz niedlich zeichnen das habe ich auch immer noch vergessen die kriegt so flauschige dinger da lange dünne beinchen redet sie jetzt von models ne 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 von modeligen brotspinnen vielleicht ja viele kleine modelige brotspinnen so so die beinchen ich will nicht dass die so hässlich aussehen da gibt es doch dieses spiel gerade wo man wo man spinnen jagen muss das würde ich ja auch gerne mal spielen irgendwas mit phobie oder so ich habe so lust mal wieder was zu spielen im stream rachnophobia oder ach ne keine ahnung irgendwie so was phasmophobia phasmophobia genau das finde ich sehr interessant das würde ich sehr gerne mal spielen hier das ist dein stream bau halt mal ein gamestream ein ja mache ich also ich habe wirklich vor in der zukunft aber erstmal partner werden danach geht es dann hier auch mal spieletechnisch weiter das können wir sehr gerne machen mal ein bisschen abwechslung reinbringen ich versuche kostengünstig und vereinfacht zu bauen dann verstehst du mich vielleicht okay best in das soll ja schon ziemlich abgehen so so angst vor spinnen arachnophobie die goldmarie sucht nach mitspielen für da kann man mit mehreren menschen spielen das wusste ich gar nicht ja ist das ein multiplayer game ich dachte das kann man nur alleine spielen das wäre ein single player spiel oh das ist ja noch geil als gruppe da bin ich auf alle Fälle dabei das wäre ja geil gib mir gerade tipps zu meiner kommode ah jetzt fehlt eine gute stabilisierung oh das ist schön ja da bist du hier glaube ich in guten fachmännischen ähm armen juzukindo moin und dankeschön ähm vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen was ist das denn auch ein VR-Spiel aber ich glaube ich spiele das erstmal so oh ihr hast Absicht Partner zu werden da schaue ich doch mal ob ich nicht der Zeichnerin mithelfen kann das sind so süß dankeschön nopf nopf genau ich habe hier eine Aktion seit August habe ich ja meine Streamzeiten enorm nach oben katapultiert und wir haben auch schon enorme Erfolge hier erzielt und ich habe meine Bewerbung vor zwei Wochen abgeschickt und ich warte noch auf Antwort aber mir wurde schon zurückgemeldet dass das bis zu drei Monate dauern kann und ich freue mich wahnsinnig über jede kleinste ähm noch so Mini-Unterstützung von euch ich bin hundertprozentig sicher dass wir das schaffen werden nein Multigame naja nach der ersten Runde nimmt die Spannung schon ab muss der zusammen oh okay ist ja blöd habt ihr die ja in Discord schon gezeigt genau Minne ja ähm ja okay hmm müssen wir mal gucken ne müssen wir mal gucken hmm soll ja bucklig sein das fehlt noch nö Spinn hat acht Beine ne ja genau Rambo und wir sind oh warte ich kann immer mal gucken wo wir jetzt gerade stehen ich muss ja gestehen ich habe mich beworben obwohl ich noch das dritte es schief mit nicht ähm oben in der Anzeige erfüllt habe ich habe diesen Erfolg generell schon freigeschaltet gehabt aber ähm es stand noch nicht bei den Wege zum Partner es schief mit das Ding ins Kirchen da was man da erfüllen muss ähm allerdings ich verstehe halt nicht die Rechnung ich hab das schon mal erfüllt aber trotzdem steht es nicht bei ähm Weg zum Partner oh Gott guckt euch das mal an wartet mal ich zeig euch das mal ist das aufregend wir sind so kurz davor das tut schon weh hier guckt mal diese Zahl da die heißt da heißt es noch auf 75 hochzukommen ähm was ich aber komisch finde weil ich das eigentlich schon erfüllt habe guck mal wo ist denn das ähm wo ist denn das diese 75 äh diese 75 Zuschauer im Durchschnitt haben wir schon erfüllt beim Achievement vor kurzem abgeschlossen ah ja hier abgeschlossen hier da das haben wir erfüllt er reiche innerhalb von 30 Tagen einen Durchschnitt von 75 Zuschauern das müssen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen halten am besten drei Monate mhm bis dann Twitch endlich sagt mhm na gut Thema der Ollen mal Slots ich mach das doch nur für Slots für Slotties ja immer acht es sei denn nein 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 jetzt geht es erstmal Spätstück mhm das ist die Schmeckenheiker vielleicht ist hier schon ein getarnter Twitch-Mitarbeiter am Stream und prüft und testet mhm da müssen wir jetzt ganz brav sein hallo ich bin Julia die brave Streamerin hier auf Twitch das sind meine Vögel Benji und Kazooie aber kein Druck nein nein das das ist das das ist das allerwichtigste sowieso die brauche hier noch einen Mund warte mal wo die sieht mir noch so ein bisschen leblos aus ich brauche ich brauche da noch irgendwie mhm die hat ihren Mund hier unten gell eigentlich ja unter den Hauern da oder ich will das ist eine freundliche Spinne wird jetzt bloß kein genau keine Witze über und und ja da runter weiter das geht 3 ist in early access ja und Widget ist jetzt da raus Widget bekommt am 22. Oktober seinen 1.0 Status da hab ich mich so gefreut habe die letzten Wochen aber auch 2-3 Streams von größeren Streamern gesehen dass die Voraussetzungen je nachdem was man tut extrem schwanken einer sagte auch dass wenn man etwas ähm nischiger unterwegs ist kann man äh sich auch ohne Probleme eher bewerben wohl ah ok dankeschön Knebelchen aber ich glaube nicht dass ich nischen nische hier abdecke ähm wie lange ich schon streame meinst du jetzt generell oder heute generell streame ich seit ähm November 2018 ich muss dazu aber sagen das war nur testweise für mich ich hab da so 4 5 Pokémon Streams gemacht wo ihr halt quasi die ähm die ähm die Gliedmaßen vorgeben konntet ich hab die gezeichnet und wir haben dann sowas zusammengesetzt und dann hab ich längere Pause gemacht von 4-5 Monaten äh 4 Monaten und dann im April letzten Jahres hab ich dann aktiv begonnen hier zu streamen aber ich muss dazu sagen nur 2 mal die Woche ähm 4 mal die Woche stream ich jetzt erst seit August und das macht mir sehr sehr viel Spaß und das würde ich gerne noch weiterhin ausbauen hier und deswegen möchte ich auch sehr gerne Partner werden allein schon weil ich ähm euch dann ein bisschen mehr zurückgeben kann ich bin halt einfach nur scharf auf die Emote Slots ne wirklich ich hab da so Lust mich da weiterhin auszutoben und ähm euch die bestmöglichste Qualität hier auch zu bieten und ja auch natürlich unterhaltungstechnisch ne und ähm erst mal eine schöne Kamera die nicht so ein Mumpitz macht so ich glaub die mach ich noch ein bisschen flauschiger die ich mir noch nicht flauschig genug ich mag flauschige Spinnen am liebsten mit denen kann ich am besten umgehen diese ganz dünnen ne die sind halt mein Ringfit ist da oh mein Gott Riesa supergeil viel Spaß damit das würde ich ja auch gerne mal ausprobieren das Ringfit ähm gibt es auf YouTube einen Kanal mit einer animierten Spinne die voll süß ist ah du meinst äh diese ganz ganz süße ja die kenn ich Demi Dad Moin Hallöchen ähm wurde das Löwenpoppuss die Mots an Twitch eingesendet und genehmigt Nopf Nopf das weiß ich gar nicht das weiß ich gar nicht warte mal wir können ja bei ich weiß nicht ob man das bei Sema äh sieht also auf dem Discord hat sie es auf alle Fälle schon in Verwendung also ich glaube ja sowieso ne dass wenn wenn solche Emotes einen gewissen Charakter haben von Cartoon und das ist ja auch ein gezeichnetes Tier Früchte sind auch erlaubt man darf nur keine echten keine echten nackten Ärschen oder Genitalien verwenden ich hoffe ja dass er auch ähm hier dass es auch kein Ärger gibt mit meinem Cartoon Puppes da ansonsten muss ich da halt irgendwann ein Fürsicht draus machen wenn es da Ärger geben sollte ähm sie hat ne also oder also ich kann gerade aktuell keinen bei ihren sehen bei der Auswahl hier ich glaube die sind eventuell vielleicht erstmal auf dem Discord aber ich kann überhaupt keinen von den Neueren hier sehen glaube ich doch den Polizisten den Police Officer sehe ich gerade hier den Engel sehe ich auch nicht ich glaube die meisten die hat sie auf dem Discord die Lückenpro war ja nicht nackig sondern behaart eben ja und ich mache ich mache ja keine nackigen Popo Emotes also selbst wenn wir dann Slots bekommen irgendwo wird bestimmt mal sowas eingebaut aber das wird dann entweder ein Pfirsich oder was ganz Dezentes werden eine Anspielung aber nix ja man kann ja zur Not dann irgendwie eine Hose eine Thermohose drüber malen Shin1775 Dankeschön für dein Follow und schön dass du da bist ich habe ja ihre Remotes aber zu sehen ist es nicht nur der Kopf genau Nopf Nopf ich weiß nicht warum ähm aber ich ich denke mal dass sie das vielleicht noch gar nicht hochgeladen hat oh für Sema muss ich die Woche auch noch was fertig machen aber off stream wir gucken damit fange ich morgen früh glaube ich an damit ich das fertig bekomme weil ich würde mich ja gerne Ende der Woche nochmal darum kümmern ähm so einen Test zu machen so und gleich muss ich jetzt wirklich mal wohin eine Blase die jetzt bist du wärst'n voll diesen geilen Zimt ähm Zimtschnickentee oh der ist wirklich lecker dass ich den gestern das erste Mal getrunken habe so zusammen mit Milch ja dankeschön Sonne hab dich auch gern ich vertrage keine Fruktose und fühle mich von Pfirsichen belästigt oh je popoharig warum redet reden mir über meinen Hintern Burger bobi für sich Haut als Orangenhaut genau Orangenhaut geht ja genau in Orangenpopo ich glaub der Benjo muss mal kacken oder kann man hier mein süßer Mama pupi 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 benjo fein oh hab ich dich schon geknuddelt heute oh hab ich noch gar nicht geknuddelt mein süßes meine 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 jetzt Prost Pupsi ich hab dich so lieb ich hab dich so lieb mein süßer oh du bist mein süßer ich war mal an den Niagara Fällen es ist wirklich unglaublich was da für Wasser Gottman kann es sein dass du ähm mich jetzt irgendwie auf die Toilette bekommen möchtest es kann es wirkt du hast du hast du hast gute Arbeit geleistet ich muss da mal wohin aber ich glaube ihr seid jetzt ein guter mein Vögel ja ja wollen sie einen Gülbelmutschein gewinnen für eine neue Ledergritzsuppe oder einen Fleckenduter vielleicht sogar ein Bimmelbett mit Resucherbitze nur zur Zirkeit Aktionswochen bei Kentucky schreit Fiepen Ja 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 doch Hier Hier Ich gehe jetzt mal ganz schnell wohin auf die Toilette ja ich muss jetzt mal ganz kurz austreten ein Bein muss doch sonst ist das ein Käfer oh ja stimmt ich wollte zwei Beine aber erstmal gehe ich wohin weil sonst geschieht hier ein Unflug ihr könnt ja euch so lange unterhalten mit Ausrufezeichen Werbung ne Gott zumindest das kann nicht wahr sein aber es hat wirklich gut gewirkt so bis gleich 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 Amen. Amen. Jetzt wird's wieder kalt. Ach so, dachte, dass es die Spinne extra nur sechs Beine hat, um niemanden zu triggern. Nö, nö, das machen wir jetzt noch. Aber machen wir die hin. Könnten wir die so nach vorne machen, oder? Da haben wir gleich noch ein bisschen Perspektive drin. So. Wir haben schon mal sieben Beinchen. Das ist doch schon mal was. Oh, ist das kalt. Ich komme mir gerade vor wie Jon Snow hier. Oh, ihr riecht einen fetten Fellumhang hier. Ich will gar nicht eine Taube. Was? Weil ich nichts verstehe, oder was? Ja, Gott, das ist wirklich krass. Das letzte Lied. Ich weiß es nicht, Red Eye 4. Das ist doch ne... Warte, ich guck mal. Assassin's Creed 2 steht da. Steht da. Flight over Venedig, Venice. Assassin's Creed 2, Flight over Venice. Jetzt haben wir gerade Final Fantasy VIII. Richtig. Danach kommt Twilight Princess. Sehr gerne, Red Eye 4. Oh, ist das kalt. Knutsch. Eigentlich, Hallöchen. Guten Mittag wünsche ich dir. Genau, wir haben ja noch Mittagszeit. Meine Damen und Herren. Die Gulaschsuppe ist angerichtet. Bis später. Oh Gott. Komm gut und schnell durch. Einkaufen finde ich auch immer... Es sei denn, man ist mit einem lustigen Menschen unterwegs. Dann ist Einkaufen sehr lustig und spaßig. Aber alleine in diesen fremden Menschenmassen. Was willst du denn? Das ist Menschenessen. Du kriegst kein Menschenessen. Gulaschsuppe. Genau. Banjo. Überhaupt nicht verfressen, die Kleinen. Überhaupt nicht verfressen. Ich mach mal ganz kurz ne Essenspause. Ich brauch mal. Ich brauch mal grad bisschen Energy. Ich nachher ins Fitnessstudio gehe. Ich glaub ich sonst um. Baum nicht gefressen. Ich Итак habe immer noch keinen Wein und danke sehr. Wir sind da kaputte und forgut Hannah. Nun war das genut Thats when they get on the bed habe ich habe ich habe ich gleich noch mal so eine kiste gebastelt wo das futter für die beiden hier drin ist da können die dann nämlich dran fressen und umwühlen ohne dass alles thema auf meinem schreibtisch fliegt weil das sieht alles bei denen hier oben auf dem regal zu nur für die bisher hier kommen auch bei mir das erste was ich morgens esse wenn ich hunger habe nüsse im müsli so hat hunger die schlimm mäuschen hat jetzt noch angst vor dem oder kiste da oben da muss sie sich dran gewöhnen so wollen wir die mal farbisch an die wir haben das achte bein nicht das achte bein muss ja noch dran die vogelfrau aus dem central park in new york sorry mein englisch alles in ordnung du süßer vogel ich könnte so knuddeln jelena fritra trulala julia ist wieder da schön dass du da bist jelena na alles gut bei dir wir wollen die beiden denn hin so ist gerade auf dem schoß so ist jetzt sehr gerne auf dem schoß sind schoß kind na hat wieder früher schluss oh ja 13 38 und schon zu hause im box später später ok ist es auch christ wir haben ja gerade was bekommen aber ich vergesse es nicht im box es ist es ist vorgemerkt und guten mittag lieber marik wir haben ja noch mahlzeit das heißt die gulaschsuppe können wir jetzt noch präsentieren ich hoffe das ist eigentlich so laut muss das wahrscheinlich noch ein bisschen feintunen technisch hier einstellen was ist mein hobby die gulaschsuppe ist angerichtet weiß ich das eine bucklige brotspinne und davor haben wir den kakufanten gemalt aber der kakufant ding die gibt es schon das ist ein fan art also so wird so wird ich quasi den den kakufanten sehen der liebe sven matthias hat uns hier nämlich ein wunder schönes hörspiel beispiel zugeschickt und dann haben wir gleich ein fan art hergestellt jetzt sind wir gerade bei der buckligen brotspinne wo noch ein bein fehlt das achte da kann man jetzt sind die gerade so schön so schön entspannt hier wir schauen mal kurz zu mego alles klar jelena ganz liebe grüße an die liebe mego eine bucklige brotspinne gibt es oh ja oh ja bisweilen sind sie aber nur in südamerika zu treffen i do it vielen lieben dank so jetzt machen wir mal das achte bein hier und dann machen wir die noch ein fahrig eine mack ich kannst du mal ein bild zeigen ich habe leider keins da die sind nämlich sehr sehr selten meine eltern wollen kaffee den ich aus aufsetzen darf oh dann viel erfolg kaffee jetzt auch gerne und und viel spaß mit dem schöner schwarzer heiser schöner kaffee scheiße also einem kaffee würde ich es auch nicht nein sagen ich habe noch ein bisschen zimtschneckentee dann sollte ich aber vorzeitig trinken weil wenn ich dann den kurz bevor ich feierabend machen trinke dann ins fitnessstudio will und das ist ein schöner zeitpunkt um mal müssen zu müssen wartet mal müsst ihr eigentlich warten ach wisst ihr was das achte bein ist hier hinterm körper ich will hier vorne nicht jetzt noch ein bein machen dass das sieht das sieht komisch aus ne perspektivisch gesehen damit auch keiner meckert ja nee ich bin am acht bein da fehlt ein bein dann sage ich ja das gibt es auch nur das sieht man nicht es gibt ein buch das ich behörte die bucklige brot spiel echt moment da muss ich doch mal gucken wie hat hat die bucklige brotspinne die ist bestimmt süßer tatsache tatsache die ist so süß und und könig pups gibt es auch ist ja ein ding habe ich gerade gefunden wie geil ich glaube auch mal was gesehen zu haben davon aber das ist das ist einfach schon vergraben worden bei mir im gehirn ich würde gerne mal rumblättern bevor ich mir bertha die bucklige brotspinne kaufe möchte ich sehen wie bertha die bucklige brotspinne aussieht ich muss doch wissen was ich meinen kindern da zumute die ich nicht habe kamen hat sie hat gesundheit sie verwandt mit hat you ist ja geil ist ja cool man sieht nichts man sieht nichts sie versteckt sich hinter dem bertha ich möchte mein bild von das nehmen oh da sieht man sie da sieht man sie ich habe ein bild okay sieht aber gar nicht mal so bucklig aus noch nicht hamelner ratte hallöchen einen guten grauen tag den wünsche ich dir auch ein kinderbuch bocktige brotspinne ist eigentlich eine dispektierliche bezeichnung für mitmenschen ja ja aber dass es davon auch ein buch gibt das ist 2016 erschienen dann male ich gerade ihren garten vielleicht kommen sein so wir müssen jetzt auch mal produktiv werden es war mir wieder ein inneres sonnenblumenkern picken mit dir dankeschön du liebe ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen produktiven und schönen tag dankeschön dass du da warst und alles gute für dich wirst ja vielleicht morgen wenn du lust hast aber hey geschmäcker sind verschieden ja ja die geschmäcker der gesch- ich setze euch gleich auseinander ihr zwei es gibt gleich kein leckerli von impoks ich hab's nicht vergessen ich glaube ich drehe den kopf mal ein bisschen ich glaube ich dass das so ein bisschen ja dann setzen dann führen wir quasi die geschichte mit bertha fort dann ist das ja wie nennen wir denn den gatten von bertha jetzt sagt nicht berthold oder so oder bernhard bernhard und bertha nee der muss anders heißen und wilhelm auch nicht der kickstar über dir sieht aus wie glenn nachdem er von nie genehmig mit dem baseball schläger verbraten bekommen hatte rüdiger friedolin grüße zurück das ist ja lieb und grüße noch mal zurück ein ewiges grüße ping von kennst du den kleinen maulwurf ja ja das habe ich neulich mal hier gezeigt im stream das buch das habe ich hier das ist ganz großartig ist ja bald weihnachten und wenn ihr noch nicht wisst ob eure nichte oder euer cousin euer kleiner vielleicht ein schönes neues buch bekommen konnte dann könnt ihr ihm ja oder ihr den kleinen maulwurf schenken der herausfinden wollte wer ihn auf den kopf gemacht hat ich finde das ganz ganz großartig in der literatur spannend und fesselnd bis zum schluss wie sie oder wsjk2 dankeschön für den follow broto mir ist auch schön broto mir hatte ein bisschen was von von herr der ringe gefällt mir ach so ich habe mich schon gewundert diese diese spinne hat halt den absoluten rundumblick für alles guck mal wie nah die am hals sind ist das gerade so schön warm ich mag das so im winter da kann man sich so schön gegenseitig wärmen oh ja ich hab euch auch lieb ist grad so schön warm am hals das ist echt verrückt das ist echt verrückt aber naja dem sag ich das ich will mal gerade was essen macht nichts was ich nicht auch ach vergessen ok alles klar lass es dir schmecken jan kannst du vergessen oh jelena jetzt bin ich aber traurig nee oh da ist noch was geschrieben was ich nicht gelesen habe wie gesagt macht ihr keinen stress war am arbeiten und habe auf einem ohr gehört dass es so ich auch du bist so lieb im vorks das machen wir dann aber noch das machen wir noch versprochen das genau betrachtet hat sie hatte spitzere spitzen da muss ich immer hinterher hin und her nein das ist blöd jelena das kann ich gut verstehen oh ich das gerade so schön kuschelig so wie welche farbe geben wir der buckligen brotspinne denn den spinner ich es ist ja ein männchen es ist ja wert dass man lila nebens lila ist dann also ein brot ist ja meistens braun ne oder ein roggen mischbrot ist noch brauner dunkelbraun braun kackfarbe kennt jemand von euch lorelei und luke von von kalkofe das ist so gut guckt euch mal lorelei und luke an ihr ballert euch weg es ist einfach so gut kittenfass kittenfass dann wird sie es erstmal brotig oh ich habe das auge vergessen lorelei und luke ganz fantastisch bertus der brotspinnerich sehr schön außerdem mache ich mir gerade was zu essen oh was gibt es denn leckeres bei dir jelena ach ich male den erstmal komplett aus da ist eine bucklige brotspinne das kann dir ja mal so ein bisschen fancy aussehen oder wir machen spinnerich entschuldigt eine fancy brotspinnerich spinne es ist ein männchen und männchen müssen ja dafür meistens sorgen dass sie weibchen gut und erfolgreich anlocken können und die natur bringt da desweilen manchmal sehr sehr verrückte eigenarten raus wie die männlichen tiere das dann auch erreichen ganz fantastisch ich könnte uns ja sowas überlegen weiß ich dass sie dann irgendwie so so eine laser show aus dem rücken rausschießen kann oder ähm mit federn tanzt sich mit federn schmückt kennt ihr diese diese spinnen oh gott warte mal das ist so lustig mal gucken ob ich die finne ob ich die finne das sind so lustige spinnen die so niedlich tanzen ah genau die peacock spider dances aber ich mache das jetzt ohne lied oder warte mal da gab es glaube ich noch mehr gab es auch mal zu weihnachten so ein lustiges video das ist schon so viele jahre her ich meine nicht lukas nein nicht lukas so alle die angst vor spinnen haben bitte ich jetzt mal kurz diesen stream zu verlassen euer wohl ist mir sehr sehr important ah das ist so niedlich und die finde ich eigentlich ganz putzig guck mal die ist doch so putzig die ist so süß also die mag ich wie sind so knuddelig aus sie füttert das mit belag an broto ist der brotige brodiator der brutale der brutale ich kenne nur die doku mit den betrunkenen würstchen mit den betrunkenen würstchen bewohner habe ich jetzt gelesen wüstenbewohnern die fächerspinnen sind glaube ich die du meinst also die werden glaube ich so genannt ja die sind auch cool oder sind das sind das die moomen moin dankeschön uns geht es fantastisch ich hoffe den geht es auch gut warte mal ich mach mal zu der stelle wo die tanzt das ist ja das ist eigentlich was wir sehen wollen hier wir sind nur wegen dem tanzen gekommen hallo baby das machen wir noch schöne musik dazu pass mal auf naja ist ein bisschen langsam ne was ist jetzt passiert ach ihr hat die musik nicht gefallen ja sefira ich fürchte auch naja jedenfalls machen die sehr lustige sachen und ansonsten finde ich glaube ich gar nicht das ist das ist ja die peacock spider peacock spider ist cool oh guck mal da die cute spiders in the world aber es gab mal so was lustiges da haben spinnen mit laserschwertern sich gegenseitig bekämpft aber ich weiß nicht mehr ich habe keine ahnung mehr wo wie das war das kann ich auch das kannst du auch aber auf der hand brauche ich sie trotzdem nicht ja kommt immer drauf an springt sie dir zufällig in den arm oder tut es eine vertrauenswürdige person was ist das für eine komische musik die ich habe eigentlich eine begrenzung angegeben musik laut stärken technisch aber funktioniert mal wieder eins oh yeah eins an technik hier hier ist mal wieder alles zusammen gebrochen warum ist denn ja hier ist wieder alles zusammen gebrochen wo sind sie eigentlich ausgebildet worden aber die musik passt gerade aber wir müssen die eigentlich mal so ein bisschen in action setzen im zusammenhang so entweder könnte der ja so tanzen oder ich weiß es nicht so brot hast du brot und dann dann und dann und 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 so, die Augen machen wir hell oder kühl oder warm ein bisschen kühler ein bisschen Kontraste so grüne Augen vielleicht, ach wir gucken mal du hast denn den Link? was, Spinde mit Laserschwertern? oh, hast du es gefunden? Hallöchen Osagi, hallo moin moin ja, das ist das du bist ein Schatz genau, das habe ich gesucht das ist so gut ja, äh soll ich so tun? das ist so gut das ist das Wort das ist so geil möge die Spinne mit dir sein ja, da gab es sogar bekämpfen die sich gleich auch noch? das ist so nice ähm, du hattest es gerade das war das zweite Video nachdem ich aufgehört zu scrollen oh, Inbox dankeschön ich habe eine Kumpeline die hat sechs Terrarien zu Hause voll die Insektenlady wow mutig, mutig ich weiß nichts mehr ich habe eine Kumpeline äh, hatte ich schon oh, guck mal jetzt rückt ihr das Laserschwert ich weiß nicht ist da irgendwie geschützte Musik drin oder kann man das abspielen na, lassen wir mal weg es ist so geil guck mal wie gut das gemacht ist oh, gelbes mhm wo gab es den Kristall denn? Challenge accepted verschiedene Insektenarten geil ich finde Insekten unglaublich spannend aber ich glaube ich möchte sowas nicht zu Hause haben da hätte ich ein bisschen Bammel vor ich meine, was ist der denn hier? Flugzeugloze oder was? oder wie? na gut kleiner Ausflug beendet das könnte auch so eine Technoparty sein ja, genau ja, in Japan gibt es doch diese Konzerte wo die mit so kleinen Leuchtstäben da die ihre Bands da anfeuern und mitsingen so ein kleines Spinnenkonzert muss ich an so ein kleines Spinnenkonzert denken wo genau diese Spinnen mit diesen Zeuchstäben der Musik lauschen so kann ich doch nicht malen älterpübchen noch mal ach so, weil ich sie noch gar nicht ausgemalt habe das macht natürlich Sinn das macht natürlich Sinn die bucklige Brotspinne sind das Brüder? ich bin falsch am Platz wieso? die Katzen mit Laserschwerten sind auch mega ja, die kenne ich auch, Demi Mumen mach's gut einen schönen Tag dir noch kennt ihr die Spinne die Pfötchen geben kann? ähm ich weiß nicht doch kam die kam die ich glaube die habe ich bei den YouTube Meme-Videos mal gesehen die Woche letzte Woche oh, das ist mega niedlich kannst du gerne posten? Unicorn Wanted ja, ich liebe diese Konzerte war dieses Jahr auf dem Mikuhizune Konzert ähm da hat dann auch alle solche Stäbe wo war das Konzert denn hier in Deutschland? so, die Rinde machen wir ein bisschen braun brötlich süßer ich kenne das nur aus dem ähm aus Videoclubs diese Konzerte von Splatoon Marina und äh die andere die ich vergessen habe ich spiele kein Splatoon mehr ich vergesse alles ich bin froh, dass die Vögel sich jetzt ein bisschen beruhigt haben dass sie jetzt ein bisschen entspannter sind haben wir vorhin ein bisschen Sorgen gemacht Pearl und wie hießen die bei Splatoon 2 oh mein Gott ey dass ich das vergessen habe schlimm ja posten danke ich finde das so unglaublich süß ja das war in Berlin dieses Jahr theoretisch findet das einmal ähm alle zwei Jahre statt aber man weiß leider nicht wie es weiter geht ja das glaube ich ist momentan ja auch eine schwere Phase na ja das habe ich gesehen das ist süß na it's alright come on ja das habe ich letzte Woche gesehen Ende letzter Woche das ist so niedlich guckt euch das unbedingt mal an wenn ihr Lust habt das ist super super niedlich warte mal ich muss mal ein bisschen näher gehen oh das ist so niedlich dass ist es so niedlich hat ich muss mal da die das ist so niedlich ich ober leido wird dass und Soll ja kein Meisterwerk werden. Einfach nur farbig werden. Bis sie Leben einhauchen. Bis sie Leben diese Spinne bringen. Bis sie Leben einhauchen. Bis sie Leben einhauchen. Bis sie Leben einhauchen. Deinen dicken Nerven? Wem musst du nerven? Sag jetzt nicht dein Freund oder so. Oder Freundin. Aber Dicken? Wer ist dein Dicker? Oh. 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 Wo soll die denn drauflaufen? Hund oder Katze, Meerschwein, Giraffe, eine dicke Giraffe. Dicke Giraffe, muss ich mir mal merken. Guckt euch die zwei Lümmelmänner an hier. Das ist doch nicht zu fassen. Noch ein bisschen näher an. Die sind richtig am wegkratzen hier. Vor allen Dingen Sui, die liegt. Die liegt richtig. Seht ihr das? Da vorne sieht man das Köpfchen. Benju schläft wie so eine Ente am Teich. Eine Verschlafende. Warte, schön Haier, Bubu. Warte, schön Haier, Bubu, weil es so gemütlich ist. Lorugam. Ach, deine Riesenratte. Boah, wie groß ist die denn? Okay, den darf man Dicken nennen. Ja, das ist mein Stichwort. Ich gehe jetzt auch mal zwei Lümmelmänner anschauen. Lasst ihr mir mal den Lörk da und wünsche euch noch einen Zauberhafen-Stream. Tina, danke schön, dass du da warst. Fühl dich in Gedanken mal ganz lieb gedrückt. Und ich wünsche dir noch einen ganz... Ich habe jetzt gedruckt gesagt, gedrückt. Ich wünsche dir noch einen ganz zauberhafen, wundervollen Tag. Und viel Spaß mit deinen Lümmelmännern. Bis bald, du Liebe. So. So, diese Wuscheldinger da vorne, die können wir ja... Hallöchen, Hackerpixel. Moin. Ja. Sleeping birds sind schön, aber nur fast so schön. Oh, Pixel. Das hat dich gemassen. Dankeschön. Und moin moin, schön, dass du da bist. Moin. Moin. Ist dir gemütlich. Ja, die Vögel, die haben jetzt gerade so ihr... Ihr Mittagsschlafort ist so niedlich. Das ist gerade echt bezaubernd. Die sind gerade auch richtig weggetreten. Also auch Sui, ne? Die... Die hat sich so halb unter Banjo geklemmt. Und liegt richtig. Ja. Ich will noch ein bisschen... Ein bisschen Farbe reinbringen. Achso, wir wollten ja die Schatten machen. Karena nicht. Ja. Ja. Manche sagen, ich wäre ein Arsch. Menschen mit Niveau nennen mich Butler. Ah, herrlich. Ah, herrlich. Ah, herrlich. Das können nur die Mods erstmal. Sonst wird das ein bisschen zu viel. Für den Butler auch. Also nicht wundern. Erstmal kann der Butler nur, der soll ja als Unterstützung dienen. Und das kann man jetzt auch automatisch. Von ganz alleine. Der Butler kann sich auch selber aktivieren. Ich muss ihn gleich sauber machen. Das wird wieder ein Kampf werden. Oh je. Wie machst du das denn? Du kannst ihn ja schlecht in die Dusche setzen und dann die Badebande mitnehmen. Und dann einmal drüber kippen. Oh je. Oder mit so einer kleinen Wasserpistole. Warte, Rena. Dir zeige ich es mal. Du kennst ihn ja noch gar nicht. Ich habe gestern hier an den Animationen für meinen Butler gesessen. Also mein Mod. Mein Bot meine ich nicht. Mein Mut. Äh doch. Ja, ist auch Mut. Der Bot. Da ist einiges fertig geworden. Meine Damen und Herren. Die Ghoul-Arsch-Suppe ist angerichtet. Aber ich glaube es ist noch ein bisschen laut. Kann das sein? Irgendwie den Eindruck ist es so laut. Oh, ein bisschen leiser. Ähm, dann haben wir noch. Oh. Wolltest du sagen, ich wäre ein Arsch. Menschen mit Niveau nennen mich Butler. Ja. Hm. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Uh. Das war die falsche Ebene. Ja. Ja, wobei. Eigentlich brauche ich ja n... Eigentlich brauche ich ja so n Schatten, ne? Weil der Untergrund ist ja... Der Untergrund ist ja... Der Untergrund ist ja braun. Puffetti! Elysian Art, moin. Ich finde deine Ambition immer so herrliche Frischen. Wie machst du das nur, dass der Hintergrund transparent ist? Ich habe mich da schon so, äh, zerdacht und kam auf keine Lösung. Ähm, das ist ganz einfach. Ähm, entweder du erstellst das als GIF in Photoshop. Das ist eine Möglichkeit, aber meistens werden die viel zu groß und die Kanten werden ein bisschen unsauber. Es gibt aber noch die Möglichkeit, dass du das renderst als Movie-Datei. Und wenn du das tust, kannst du gleichzeitig, ähm, die, die Alpha-Geschichte mitspeichern. Das heißt, du speicherst dann, äh, wie heißt denn das genau? Mit Alpha-Maske speichern. Genau, das ist nämlich wichtig. Da bleibt nämlich der Hintergrund transparent. Und, äh, da die Datei dann aber immer noch sehr, sehr groß ist, wandle ich das dann meistens um mit einem, ähm, Programm. Das gibt's, glaube ich, online. Da gibt's Seiten für, ähm, in das Format WebM. Also WebMovie-Dateien. Da bleibt ja, äh, transparent auch. Also der Hintergrund bleibt dabei auch transparent. Und, ähm, die Größe wird etwas kleiner. Die wird verringert. Ähm, das ist ganz gut, weil die dürfen nicht zu groß sein. Das kann nämlich sein, dass mal so eine 30, 35-sekündige, also mein Raid-Earer zum Beispiel, mein großer, die hat 35 Sekunden lang animiert. Mit, äh, war allerdings kein transparenten Hintergrund. Aber allein schon ohne transparenten Hintergrund, mit 1920x1080 Pixel, ist das Ding viele, 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 viele Gigabyte groß. Und das ist natürlich, das kannst du nicht irgendwo einbauen. Das dauert ja auch ewig. Und das ist ja, äh, belastend dann auch für den Arbeitsspeicher. Deswegen in WebM umwandeln. Und das darf aber nicht zu groß sein. Ich darf, ich hab momentan eine Seite, wo ich bis 200 MB umwandeln kann, gratis. Ähm, genau. Und bei den großen Raid Alerts hab ich mit dem Greenscreen gearbeitet. Da hab ich quasi einen grünen Hintergrund gelassen und hab dann hier bei meiner, bei OBS, einfach eine Greenscreen-Maske drunter gelegt. Also ein Key. Bei Clip Studio Paint lässt sich das nicht... Nein, das, das ist wirklich blöd. Du kannst bei Clip Studio Paint halt nur einzelne Bilder abspeichern mit transparentem Hintergrund. Oder mit irgendeiner Farbe, die du dann wieder mit einem Key rausnehmen kannst. Mit Keylight. Das ist wirklich blöd. Also ich mache nicht, äh, ihn sonderlich seine Voli. Ach so, seine Voliäre. Oh ja, das ist immer viel Arbeit. Das kann ich mir gut vorstellen. Für die beiden hier auch. Doch er versucht seinen Schatz zu beschützen. Seinen Schatz zu beschützen? Also seinen Miff und äh, direkt... Ah, okay. Uiuiuiuiuiuiui. Da wünsche ich dir viel Erfolg dabei, Mensch. Lass dich nicht beißen. Oder piezacken. Gibt aber auch einen Link, wo man, ähm, MP4s oder Movie-Dateien auch als GIF umwandeln kann. Ja, das stimmt. Genau. Aber ich weiß jetzt nicht, ob bei MP... Ob MP4 Transparenz unterstützt. Bei Movie bin ich mir hundertprozentig sicher, kann man die Alpha-Maske mit speichern. Aber bei MP4 bin ich mir da gerade nicht so sicher, ob da das Format mit Transparenz umgehen kann mit solchen Masken. Bilder unkomprimiert mit Alpha kann das TGA-Target-Graphics-Format auch gut. Okay, das kenne ich gar nicht, TGA. Ah, okay. Und wie schaffst du, dass es bei dir als Befehl im Chat auftaucht? Das bin ich auch nicht hintergestiegen. Das ist ein Stream-Elements-Code. Der heißt, ähm, Zanzer. Zanzer, glaube ich. Die kann man bei Stream-Elements finden oder im Internet unter On-Screen-Commands bei Zanzer. Z-A-N-C-Z-E-R. Also, das ist ein Code. Das ist quasi ein Plug-In, wie so ein Widget. Und da kannst du dann halt das einstellen für Videos, GIFs, Sounds und so weiter und so fort. Ist für Trink anstrengend? Das ist anstrengend, Risa. Bam, Baby! Hallöchen! Moin, moin! Easy GIFs? Komm. Online-GIF-Maker. Mhm. Die Seite kenne ich auch, ja. Ja, benötigt halt ein bisschen viel Arbeit, aber ich finde, wenn man, wenn man auf sowas abfährt, finde ich das eine gute Sache. Washi, Pita, moin! Habe ich schon Hallo gesagt? Wenn nicht, ich mache es einfach nochmal. Bitte lieber zweimal als keinmal. Guten Morgen! Ich muss nicht vergessen. Ich bin kurz davor, meine Vorlesungen über Bild- und Videoformate aufzufrischen und zu halten. Uuuuuh! Hoi, 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 hoi. Ähm... Ich glaube, ich mache am Rand noch ein bisschen fluff. Ja, dankeschön, Bumblebee. Meine Kamera spinnt heute. Deswegen sitze ich hier im Dunkeln mit euch. Aber wir lassen uns dadurch nicht ihm gute Laune verderben. Und die Vögelchen sind auch ganz entspannt. Guck mal, wie schön die Nunu-Bubu machen hier. Da kann man doch nur angesteckt werden davon. Wartet mal, ich drehe. Oh Gott, ist das dunkel. Wartet mal, ich glaube, ich drehe noch mal ein bisschen was. Ihr könnt hier die Vögelchen gar nicht erkennen. Ja, heute ist meine Logitech richtig dermaßen heftig lost. Ihr guckt euch mal das Video an, wie das Bild aussieht. Richtig heftig, ne? Richtig heftig kacke. Da. Da sind die Pupsis. Und die Pupsis versuche ich jetzt mal irgendwie... Ne, das geht nicht. Das ist ja auch nicht. Guck mal, ich bin entweder zu hell oder zu dunkel eingestellt. Wann hatte ich es einmal ganz, 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 ganz kurz, hatte ich das richtig. Aber jetzt könnt ihr sie erkennen, ne? Ja. Birdies. Willst du Nunu-Bubu machen? Nunu-Bubu. Ja, der Rest ist halt so... Hm. Halt Logitech-Quali. So, da. Was sind dann? Was sind Klein-Birdies? Du bist so kuschelig! Das ist echt putzig gerade. Spiral-Musik! Ja! Guck mal, vor allen Dingen Sui. Warte mal. Suis Kopf ist irgendwo da. Halb unter Banjo. Oh. Ich hab wieder hier die... Die Haare des Grauens. Ähm. Genau. So. 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 Ist bei dir schon Advent? Ja. Sieht so aus. Mit der Beleuchtung aus dem Screen sieht es nach Weihnachtszeit auch. Ha. Dann passt das ja. Oh, guck mal, jetzt sieht man das. Suis Kopf ist so halb unter Banjo drunter. Das ist so niedlich. Mach nicht. Oh nein. Kopf runter Banjo! Nein! Aua! Aua! Wo haben die gerade meine Denker stehen? Guck mal. Boah! Da steht nicht mal elastische Haut. Okay, das erklärt die Frisur. Das ist so niedlich gerade hier mit den Zweien. Die gehen gerade so ab. Oh, die Süßen. Oh, die Süßen. Oh, die Süßen. Oh, die Nuno-Bogu hier. Ist ja jetzt auch so die Zeit, ne? Wenn man mal so wegknacken darf. Ah, hab heute ein blödes Gespräch mit, äh, ja, einem blöden Kollegen. Es ist gelaufen wie erwartet. Scheiße. Och Mensch, das tut mir leid, Bumblebee. Mä. Aber ich lass mir davon nicht die Laune verderben. Richtig so, Bumblebee. So ist es. Puff, puff. Moin, moin. Das ist die richtige Einstellung. Das ist es auch, äh, ist auch nicht wert. Das Wichtigste ist deine, deine psychische und deine körperliche Gesundheit. Ich will irgendwie noch ein bisschen Lila mit reinbringen. Die muss noch ein bisschen fancy aussehen, diese Spinne. Oh, ja, ich male mal wieder mit dem Blender. Super. Wir malen heute eine bucklige Brotspinne. Und davor haben wir ein Fanart gemacht zum Kackofanten. Also wieder ganz niveauvoll heute natürlich auch wieder, ne? Also wir können ja nicht, wir können ja nicht ständig so bierernst bleiben. Manchmal muss man auch ein bisschen die Sau rauslassen können. Hm. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Nein. Da fliegt das gewiss wieder. 15 Kilometer weit. Dankeschön. Lufse, Lufse, Lufse. Ah, Elysian. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Elysian Art, ich danke dir vielmals für deinen zweimonatigen Reserv. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß mit den Papageien-Emotes. Und Dankeschön für deinen Support. Hallo, hallo Sie. Rüdiger. Wollen Sie einen Pompkuta gewinnen? Mit 30 Watt-Watt-Tiefochsen und Dradelnucka? Nur zur Zerkeit. Aktionswochen bei Kaptaki Schreitschiepen. Du magst die Werbung, kann das sein? Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber mir düngt da so ein Verdacht. Ja, das stimmt, Red Alpha. Das stimmt. Ist auch toll. Bei Werbung fällt mir ein, ich habe heute noch nicht auf den Discord hingewiesen. Dankeschön, Jan. Vielen lieben Dank. Dann müssen wir die Beinchen jetzt aber auch noch in dem Ton machen, sonst passt das nicht. Das ist eine fancy männliche... Äh... Ein, 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 ein Spinnerich ist das ja. Ein buckliger Brotspinnerich. Buckliger Brotspinnerich. Alter Falter. Ein bisschen blau kann man irgendwie auch noch mit reinbauen, glaube ich. Ich muss auf, dass es nicht zu bunt wird. Was sieht ja dann lächerlich aus? Ich muss mal gucken, was ich morgen mit euch mache. Irgendwas stand bei mir noch auf dem Plan. Irgendeiner der Vögel nagt gerade an meinem... ...Loverender. ...Schöne bunte Beinchen. Der Soundtrack von Okami ist auch ganz geil. Kam da überhaupt schon was? Okami zählt auch für mich zu einem der besten Videospiele überhaupt. Oh. Oh. Ich hab nächste Woche mein Praktikum und ich freu mich schon so. Oh, wo? Bei deinem Papa? Cool. Sieh doch geringelte Socken an. Treboerblüte. Du hast super gute Ideen. Okay. Okay. Sackchen. Nee. Nee. Was? Ach, als Pferdewirt. Letztes Jahr war das Praktikum bei deinem Papa, oder? Irgendwas hab ich da noch im Hinterkopf gehabt. Oh, als Pferdewirt, wie cool. Das klingt spannend. Hey Guru, dankeschön. Das freut mich. Du warst ja das mit der Idee, ne? Ich bin mal wieder aus dem Lörg, war kurz unter dem Wasserfeld, mich erfrischt. Oh, Burger-Bubi, das klingt gut. Ich hab schon wieder Lust auf ein Vollbad, ey. Ich könnte ständig ein Vollbad nehmen. Ich glaub, ich komm grad auf Okami, weil das gerade so ein bisschen japanisch angehaucht klingt. Ich mach die Ringe wirklich ein bisschen kürzer, glaub ich. Kann man diese Brotspinnen dann überhaupt noch ernst nehmen? Also wenn ihr... Ernst gemeinte Frage. Wenn ihr jetzt ein Brotspinnenweibchen wärt, äh, buckligen Brotspinnenweibchen, würdet ihr den hier mit nach Hause nehmen? Hm? Hand aufs Herz? Aufs Spinnenherz? Ich möchte hier wirklich nur die besten... Ähm... Möglichkeiten für den kleinen Kerl hier. Der hat das so verdient. Die besten Möglichkeiten rausholen. Es sieht ja jetzt schon total lächerlich aus. Sagen wir doch Vollbad. Er setzt sich nach Okami an. Was ist das ja, Okami? Wir sollten Julia das Badezusätze schicken. Ich hab... Ich hab mir... Mein Bad am Montag, vorgestern, hab ich mir zwei Packungen T-Dezept reingeballert. Das Wasser wurde dann braut. Das eine... Das eine war grün, das war Eukalyptus. Also irgendein Erkältungszeug. Und das andere war Rückenwohl für Schulter. Und das war... Rot? Ich weiß nicht, was ist denn Marmorkolor? Mein Hobby. Ein Hobby. Ein Hobby. Na, du geile Sau. Schön, dass du da bist, Melli. Moin, moin. Einen wundervollen Nachmittag wünsche ich dir. Ach, Skyrim ist das gerade. Ähm... Aber mir fehlt halt Schaum. Damit das Wasser länger warm bleibt. Na, du geile Schnitte. Schön, dass du da bist, Melli. Wenn keiner Loch im Socken hat, sollte es gehen. Fliege drauf. Und er ist... Oh, ich hab die Fliegen vergessen. Bei der Gulaschsuppe. Das muss ich gleich noch machen. Wir könnten Julia auch Badezusätze schicken. Nein, hört auf. Hört auch auf. Ist alles gut. Ich hab alles da. Ich hab die Flies. Ja. I have forgotten the Flies. Bartzusätze. Das ist schon besser. Bartzusätze, da kann ich schon mehr was mit anfangen. Wollte schon sagen, da fehlen doch Freddy Fliegen. Mh. Aber der kriegt richtig flauschige Söckchen. Wartet mal, wir sehen, wie ich das singe. Du ahnst jetzt mich. Was ist denn hier schon wieder los? Wohr. Da Igoro 1969 spendabolisiert 10 Zahlungsmitteleinheiten, kann ich die haben, die möchte ich mir ausdrucken und an die Wand hängen. Bitte, bitte Juli-Lulav, Juli-Lulav, Juli-Lulav. Kein Problem, Daigoro. Wenn die fertig ist, dann stelle ich sie online. Ich schicke sie denn auch gerne nochmal zu. Bist ja lieb. Dankeschön für deine 10 Slotty. Verrückter du. Yadagal. Yadagal. Moin. Rosenträger, Badebomben, fliegen alles bitte an Juli-Luat. Ja, vor allem die Fliegen. What? Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Dankeschön. Ich liebe diesen Dance. Oh, Sephira. Das ist doch schlimm. Ich habe die Fliegen bei der Gulaschsuppe vergessen. Oh, Mann. Und ich habe gestern noch so dran gedacht. Vergesst nicht, vergesst nicht die Fliegen, vergesst nicht die Fliegen. Und dann sind sie schon wieder vergessen worden. Schande. Warte mal. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke schön. Ja, ist so fit. Willkommen zurück, Sven. Moin, moin. Ich hoffe, du hast alles bekommen und gut überstanden. Oh, Gott, wartet mal. Ich muss mal gerade wieder ein bisschen... Stuck mal. Ich habe eine Idee. Das sieht aus, ey. Ich muss mal wieder an die Sonne. Ich bin so blass aus. Oh, Gott. Mann, das hat ja viel gebracht. Wahnsinn. Ich sehe aus wie der Geicher. Mit roten Haaren. Und ohne Lippenstift. Ich bin eine Geicher. Ich bin eine Greicher. Ich glaube, da könnten meine Lichterkette oder ein Neon-Unterboden-Beleuchtung... Wo? Hier? Wir haben hier so wenig Beleuchtung. Eine Greicher. Ich bin eine Greicher. Mein Gott. Wenn du nicht denkst, dann vergibst du es. Die meisten von der Zeit vergibst du es. Es ist so wahr. Wahrscheinlich. Ich bin ein Lippenstift. Ich meinte an der Spinne. Eine Lichterkette? Warum? Warum? Solange du dich aussiehst wie Kurt der Keucher. Wer ist denn Kurt? Wer ist denn Kurt der Keucher? Können es nicht. Können es nicht. Was macht denn so eine Musik gerade hier? Sehr interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. Okay. Verstehe ich jetzt gar nicht, aber ist okay. Kann das mal irgendwo in einem Spiel vor, das Lied? Ich wusste gerade gar nicht, in welchem. Das ist auch so ein schlimmer Ohrwurm. Und jetzt machen wir die Flauschig. Dann gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen dunkler mache. Einen schönen Pinsel finde für. Du redest wie ein Papagei. Na, wer hat dir das denn gesagt? Ja, der Knot recht. Genau, Tetris. Ist ja ein russisches Volkslied. Hat schon jemand Tetris gesagt. Kurobeniki. 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 Ach so, heißt das Lied oder was? Oder wie oder was? Ist ein altes russisches Volkslied. Genau. Siehst du, das weiß ich noch. Aber den Namen an sich wusste ich nicht mehr. Oh, das ist jetzt aus meiner Kraft. Meine Kraft. So, ähm. Komisch. Bitte mal. Wo habe ich den? Wo habe ich den? Nein, Tetris ist ein Spiel für Game Boy. Mhm. Genau. Und die Entwickler haben sich gedacht. Hm, das Lied ist so schön. Das bauen wir jetzt ein. Various, Various, Various. Ich glaube, die Musik ist weg. Oder ist es wieder ganz leise? Das kann auch sein. Ah, hier. Ah, hier. Das geht nicht so, wie ich das haben möchte. Hm. Game Girl. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Diese Kamera. Die macht mich so wahnsinnig. So unglaublich wahnsinnig. Die Musik ist wieder da. Yes. Die Musik ist wieder da. Ja, sie ist wieder da. Aber sie ist sehr, sehr leise. Jetzt ist sie wieder weg. Scheiß, die Wand an. Oh, Jack und Dexter ist auch ein cooles. So ist es mit Ali. Die bekommen gleich Leckerli. Impux hat auch schon Leckerli eingelöst. Ali, gleich geht's los mit Yam Yam. Weil guck mal, ich möchte die jetzt nicht da rausreißen. Kannst du mich verstehen? Kannst du mich verstehen? Die bekommen gleich noch. Doppelt, doppelt. Ihr Yam Yam. Das verspreche ich euch. Und schön, dass du da bist, Ali. Moin, moin. Wenn die Socken realistischer aussehen als der Rest. Ja. Dann hat man ein gutes Bild geschaffen. Puff, puff. Weißt du, bei Socken gebe ich mir immer besonders viel Mühe. Der Rest ist mir wurscht. Warte mal, ich überlege gerade, ob man... Ach ja, doch, das könnte eigentlich schon ganz gut funktionieren. Ich will so Flausche-Socken haben, wisst ihr? Flausche-Socken sind im Winter das Nonplusultra. An sich will ich ja diese Scherzkeks immer, ähm, naja, eher unrealistisch lassen, ne? Immer noch so ein bisschen so einen Charakter haben von hier diesen, ne? Ihr wisst es ja. So einen Scribble-Charakter sollen die ja noch, ähm, beibehalten. Und die Socken dürfen gern ein bisschen realistischer aussehen. Ähm, Sketch-Tag, moin. Best Dream Layout ever. Wow, thank you. Ähm, okay, verständlich. Raubvogelfütterung, wenn die Raubvögel wieder wach sind. Ganz genau, die Raubvögel machen gerade ein kleines Nickerchen. Ähm, die Papageien sind, na, jetzt muss ich aber mal rechnen, vier Jahre alt. Ich habe sie seit drei Jahren. Warte mal, ich kann dir eine kleine Info geben. Flausche Socken sind gut, aber mit Monsterpushen sind sie noch besser. Ja, richtig. Stimmt, so Monsterpush. Aber dann sieht man nicht mehr diese schönen Söckchen. Die werden dann ein bisschen verdeckt, glaube ich. Man soll es nicht übertreiben mit den Details. Schön dezent. Welche Melodie ich schon als Kind gefeiert hatte, war Legend of Zelda Gerudo. Oh, ja. Gerudo Welle gehört auch zu meinen absoluten Lieblingstracks von, ähm, dem Soundtrack von Zelda. Ja, und, äh, es gab doch so eine Anniversary CD von Zelda. Boah. Ich glaube, die ist, ähm, zum Zeitpunkt von Skyward Sword rausgekommen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist so eine Orchester-CD, äh, wo ganz viele Orchesterstücke drauf sind oder drauf waren. Und da das Team zu Gerudo Valley. Boah, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist so wahnsinnig cool. Das ist so, so cool. Ich meinte ja, die Monsterpushen nicht für die Spinne, sondern für mich und dich. Ach so. Ach so. Oh, ich habe jetzt so ein geiles Monsterkostüm gesehen. Ich habe mich schon überlegt, ob ich mir das hole für Halloween. Aber, äh, naja. Die Vernünftigen, die kosten alle so 60, 70 Euro. Das fand ich dann ein bisschen viel. Also, so für 20, 30 Euro hätte ich gesagt, okay, holst du dir das? Für einen witzigen Moment hier. Aber ich muss für Halloween unbedingt noch irgendwas überlegen. Okay, wenn ich das jetzt bei allen Socken machen will, dann bin ich dann irgendwann übermorgen fertig. Aber die Fliegen. Boah, ich muss die Fliegen gleich noch malen. Für die Gulaschsuppe. Die haben nur noch keine Fliegen. Wie konnte ich die vergessen? Das ist aber kein Problem. Die sind schnell eingebaut. Ich meine, das ist schon, weil ich vor kurzem versucht habe, ein Emote zu zeichnen, aber das super pixelig geworden ist. Und ich habe es einfach nicht geschafft, in 112 zu 112 Pixelsflüssig aussehen zu lassen. Boah, ich kann jetzt leider mit einer Ferndiagnose leider nicht sagen, woran das gelegen hat, Ali. Da müsste ich erst mal so wissen, was hast du für eine Auflösung genommen. Als was hast du es gespeichert? Als was hast du es erstellt? Diese Informationen, die bräuchte ich. Ich habe gerade auf Amazon geschaut. Fliegen bekommt man erst zum Ende Oktober, Anfang November geliefert. Ach, schade, Jan. Weil ich das Bild gerade gesehen habe. Wäre es mal mit einem Säbelhahnkrieger? Also entweder stehe ich gerade dermaßen auf dem WLAN-Kabel oder auf dem Schlauch. Oder ich kenne das nicht. Aber ich verstehe das gerade nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Habe ich nicht, was ist da denn? Ich kann dir fertige Comic-Bienen anbieten, die ich doch nicht mehr brauche. Für was, Irina? Als Säbelzahntier. Säbelzahntiger heißt der, glaube ich. Säbelzahntiger. Säberhahnkrieger? Ja. Okay. Jetzt habe ich es verstanden, ja. Aber wie soll der denn aussehen? Oder du malst ihn mal und schickst ihn in den Discord. Ihr könnt ja auch ein bisschen produktiv werden. Ich schaffe es nur manchmal gar nicht, alles hier umzusetzen, was ich gerne möchte von euch. Weil immer auch so viele tolle Sachen kommen von euch. Da muss ich mich dann immer so ein bisschen entscheiden, was wir machen, was wir nicht machen. Aber ihr seid ja auch herzlich dazu eingeladen, das selber umzusetzen und zu posten. Oh, das gerade wackelt hier bei mir. Oh, die Vögel sind wach geworden. Das heißt, wir können gleich mal die Fütterung machen, vollziehen. Aber erst mal habe ich noch die Socken fertig. Das klingt jetzt aber sehr nach Okami, finde ich. Ich kriege langsam Hunger. Oh Mann. Eins darf man auf keinen Fall hungrig ins Fitnessstudio gehen. Boah, das habe ich einmal gemacht. Oh. Das ist richtig schlimm. Da denkst du die ganze Zeit nur an Essen und willst nur noch hier raus. Was ist denn das für ein Zeug hier drauf? So krieg ich das nicht weg. Ah. Sixth Street. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Das ist uns, wenn der Seugröte laufen. Sehr schön. WLAN-Kranbieger. WLAN-Kranbieger. Ich finde so drei, drei Wörter in einem Wortspiel, finde ich schon sehr, sehr schwierig. Komm zu setzen. Grummeldierchen. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Nein. 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 Grummeldierchen. Ein ganz liebes Dankeschön an dich für deinen zweimonatigen Reset. Darüber freue ich mich sehr. Und schön, dass du da bist. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Und einen werbefreien Stream. Willkommen zurück. Warte, hab ich mich jetzt erschreckt. Ich so, was geht denn jetzt ab? Oh nein, was hatte ich denn jetzt für einen Pinsel? Na, alles eingerichtet? Wollt's doch gleich streamen, glaube ich, ne? Bei mir waren das auch keine Vorschläge zum Malen, sondern keine Unsinn. Ach so, okay. Alles klar. Muss ja auch mal sein. Was raus muss, muss raus, nicht wahr? Das staut sich alles immer nur so ganz hässlich an. Das mag ich auch nicht. Bin ich auch kein Freund von. So, ich fütter gleich die Raubtiervögel hier. Ich hab das nicht vergessen. Um Gottes Willen. Ich werde jetzt mal meinen Arbeitsdurchlauf hier abschließen. bin ich auch nicht, Die Vier ist die erste natürliche Zahl, die keine Primzahl ist. Mathe! Leif, ich danke dir vielmals für deinen Resub im vierten Monat. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du es dir so lange ausgehalten hast bisher. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den Emotes. 3 mal 14 ist 8, 30 und 12, das gibt 110. Ja, Langeweile vertrieben. Moin Moin. Der ist fertig animiert. Ich muss gleich nur noch die Fliegen. Ich habe die Fliegen bei der Gulaschsuppe vergessen. Warte, ich zeige ihn dir mal. Hallo. Ja, bei der Gulaschsuppe. Meine Damen und Herren. Die Gulaschsuppe ist angerichtet. Oh, teilen ist wichtig, ja. Guten Nachmittag, Lakimos. Moin, schön, dass du da bist. Und dann haben wir noch das. Manche sagen, ich wäre ein Arsch. Menschen mit Niveau nennen mich Butler. Chocolate Cookie, danke schön. Das ist so lieb. Und dann haben wir noch einen neuen Sound-File. Continuums. Da hört man aber nicht. Das fand ich nur so toll, dass das mit rein musste. Aber dazu habe ich noch keine Animation. Vielleicht machen wir noch welche. Also, wie gesagt, das ist noch alles ausbaufähig. Die Weide, Temperat. Teile und Herrsche. Ja. So ist es. Wer spricht das? Der wundervolle Sven Matthias spricht das. Ähm, ich kann noch mal. Moment. Ja, der hat schon so, so viele Sachen, so wundervolle Single hier eingesprochen. Und, ähm, das war halt außer Frage, dass, äh, ja, es gibt keine geeignetere Stimme. Auch für den Butler. Und das hat er so fantastisch gemacht. Gut, die Werbung natürlich nicht zu vergessen, ne? Aber schaut unbedingt mal bei seinem Kanal vorbei. Ähm, er macht montags, äh, Märchenlesungen. Live. Genau, spricht Werbung. Er hat auch schon, ähm, sehr, sehr viele Hörspiele ins Leben gerufen. Selber geschrieben und mit synchronisiert. Wie zum Beispiel Rick Future, die Windsängerin, das Aktuellste. Und es lohnt sich definitiv mal bei ihm vorbeizuschauen. Und eine Patreon-Seite hat er auch. Einfach unbedingt mal auf seinem Kanal vorbeischauen, dann seht ihr dort die, ähm, ganzen Verlinkungen, ne? So, jetzt kriegen die Birdies erst mal... Ja, jam, jam. Oh, das war laut. Das war laut. Lui, komm mal hier. Komm mal hier. Und Banjo muss bestimmt jetzt immer Puppi machen. Banjo, Puppi. Puppi, Puppi. 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 So, wir machen die jetzt mal ganz doll glücklich. Wartet mal. Ich hol jetzt nämlich mal die unangebrochene, ähm, Papageienfutterpackung. Hier, glaube ich, ist jetzt nichts mehr drin, oder? Ist alles Gute schon weggefuttert. Oh, da ist noch was, Mäuschen. Da ist auch noch was. Ich hol, ich hol jetzt mal die große Papageienpackung. Äh, Papageienpackung. Papageien, ähm, Futterpackung. Da werden sie jetzt sicherlich ausfüllen. Guck mal. Au, 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 au. Au, au, au. Die Regenbogenpitzen fliegen heute ja wieder tief. Hier, guckt mal. Yum, yum. Yum, yum. Oh, Banjo. Da stehen sie drauf, gell? Machen wir das mal auf hier. Ja. Jetzt wird geschimpft. Aroma Freshpack. Oh, das ist schon auf. Komm hier, Mäuschen. Wenn was aufgerissen wird, das ist so wie die erste hier. So sieht Freude aus. Mh. Oh, ich kann das nicht da reinschütten. Freunde, Freunde. Wee, wee. Wow. So viel leckeres Essen. Ich bin zu langsam. Für was? Für was bin ich denn jetzt zu langsam? Mh. Yummy, yummy. Boah, die hatten Hunger. Die hatten Hunger, die zwei. Ja, das geht immer so ab. Wenn die Früchte das Futter bekommen, dann ist hier aber, dann ist Party hart. Party hart im Vogelstaat. Da ist eine Hose in deinem Hintern. Was? Was? Julie Illustriert hat eine Hose am Hintern. Okay. Rennt sofort los und folgt dann auf Twitch. Super. Alle mal schön den Sven Matthias Herzen. Er braucht das. Jack McCracken. Je nachdem, wie man die Regelung an einer Primzahl interpretiert. Oh Gott. Boah. Live. Boah. So eine Primzahl ist so. Oh, Mathe. Mathe. Ich überfliege das. Entschuldigt. So, Schokolade Cookie. Wobei war ich jetzt zu langsam? Mit dem Ausgießen oder was? Für die Vögel ist das zu langsam. Das stimmt. Oh, Happy Birdies. Da muss das langsam in Bedacht machen. Ich hatte nur eine Hand zum reinschütten und nicht, dass da noch irgendein Unglück passiert. Aber die Federn sind wieder nachgewachsen, seit ich das letzte Mal Zeit hatte zum Zuschauen. Ja. Aber total. Vor allen Dingen am Rücken. Guck mal. Das ist Suis Rücken. Man glaubt es gar nicht. Suis Rücken ist wieder komplett zugewachsen. Jetzt muss man das nur noch in den Griff kriegen. Das Löcherchen hier ist auch kleiner geworden. Hier das. Es ist auch ein bisschen kleiner geworden. Und das rechte Beinchen wächst auch zu. Hier hat sie gerade ihr nacktes Beinchen, aber sieht schon ein bisschen besser aus. Ja. Und ja auch Winter. Da kann man nicht mehr mit seiner Sommermode rumrennen. Liebt Mathe. Ah. Geben das Seine. Aber Mathe ist nicht mein Ding. Meine Welt war immer mehr Biologie, Sport, Kunst, Musik. So, 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 Sozialkunde war okay. Aber was ich nicht mochte, war diese ganzen politischen Sachen. Und bei Geschichte mochte ich auch nicht diese politischen Dinge. Mehr so dieses Ägypten und diese ganz krassen, coolen Dinge, die schon lange, 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 lange vorbei sind. Aber so die aktuelleren Sachen, wo viel Politik mit drin war und lieber von, ja, oder die Entdeckung von Amerika oder irgendwie so was. Das war, das war geil. Das war spannend. Aber alles Politische, oh, ich finde Politik so langweilig. So, bläh. Gähn, ne? Aber naja. Jemand, der Politik mag, der wird wahrscheinlich in ein Museum oder in einem Gepliefilm einschlafen. Das ist halt so. Ne, die Geschmäcker, die Geschmäcker sind ja verschieden. Du wißt wie ich. Wollen wir heiraten? Burger, boh, wie? Heiraten ist auch so eine Sache, ey. Das ist, ich weiß, ich hatte immer den Wunsch, den Traum von einer Hochzeit, so ganz alleine, ohne großen Pampam und Plemdorium. Weil dieses ganze Drumherum finde ich so schrecklich und stressig und ich hasse Stress. So ganz romantisch, so indianisch auf einer einsamen Insel, zu zweit. Wirklich, das geht doch nur auch die zwei Menschen an. Das heißt nicht, dass ich jetzt meine Freundin und Familie ausschließen will. Nein, nein, man kann ja irgendwie nachträglich irgendwie nochmal in einer kleinen Runde zusammen das feiern. Aber die Hochzeit an sich, die finde ich viel schöner, wenn die in einem ganz, ganz ruhigen Ambiente geheiratet wird, äh, vollzogen wird. Die Hochzeit wird geheiratet. Läuft. Hab halt wenig vom Heiraten. Ja, Nico, mir geht's da eh nicht. Es ist enorm krass, was du für Steuervorteile hast. Also das ist nicht von der Hand abzuweisen. Aber dieses ganze Drumherum, mhm, mhm. Nee, nee. Und merke, wenn man ein Dreieck hat, bei dem an Katheter die Länge 1 und die Gegenkatheter die Länge I hat, ist die Hypotenuse 0. Lass uns heiraten, du fängst an. Hammer Hai. Weiße Hai. Das waren ja schon alle die Katzenhai. Katzenhai kenne ich noch. Aber dann hört's auch auf mit den Hai-Arten. Ich will ja nicht schummeln. Eine Twitch-Hochzeit fände ich mal richtig nice. Macht bloß keiner. Ja, stimmt. Aber das geht ja noch mehr davon weg, wie ich mir vorstelle. Im Ruhigen und, äh, ja, ne. Wenn dann plötzlich dann so tausend, zweitausend auch fremde Zuschauer mit dabei sind. Hm, ich weiß nicht. Ja, ihr seid unruhig. Die kleinen Scheißer. Hetzt euch mal da hoch. Ich muss doch noch die Spiegel fertig machen. Oh nein. Nicht schreien, Benjo. Ich hab gerade fressen gekriegt. Ach, wie schön. Jetzt wird es wieder schön mega dunkel hier. Ich glaube, wir müssen hier schon wieder ein bisschen weg. Oh, diese Kamera heute, die macht mich... Oh, das ist kein entspanntes Stream. Nein, nein. Oh, jetzt bin ich mit der Helligkeit. Ich muss mal mit den, 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 den zoomen. Geht das überhaupt? Ach, guck mal. Wir haben die Wahl zwischen dem und zwischen dem. Dann schaffst du die 100.000 Zuschauer, will ich gar nicht schaffen. Will ich gar nicht schaffen. Erst recht nicht mit deiner Hochzeit, weil ich die alleine für mich feiern will. Also natürlich mit meinem Angetrauten. Das wäre schon ein bisschen blöd, wenn der nicht dabei wäre. Aber, aber nicht mit... Nee. Nicht vor so einer riesen Zuschauerschaft. Nein, nein. Das klingt total schön. Sonnen-Sina. Hallöchen. Oh Gott, ich komme gar nicht mehr hinterher gerade. Sorry. So viel. Fände ich mal richtig, ne? Das hatte ich schon. Ähm, genau. Sonnen-Sina. Hallöchen. Wir haben genauso geheiratet. Nur haben mein Mann, unsere Tochter und ich auf Rügen der Selinseebrücke umgeben von der Ostsee. Oh, Sonnen-Sina. Du sprichst mir gerade aus der Seele. Klingt das nicht schön? So sollte es sein. Im Ruhigen und es ist... Nur den zwei Personen, wenn man vielleicht Kinder hat natürlich, aber nicht mit so einem großen Pam-Pam. Boah, das ist einfach so stressig. Allein, allein die Monate davor und die Wochen und die Tage davor. Nee. Setze ich mir immer... Wenn ich um die DAS im Ehrenkündig... Was? Bitte? Mit dem KT da auch so. Schön. Total entspannt. Das glaube ich dir. Und die Ostsee und Nordsee finde ich ja sowieso... Ich bin ein ganz großer Fan vom Meer. Oh, schön. Ähm, ich glaube, deine Kamerad ist mit dem Spuktober falsch verstanden. Ich glaube auch, ja. Ich will aber keine Kinder, Julia. Burger-Pupi. Wenn es passiert, passiert es. Du, ich bin da ganz locker. Also ich hatte... Ich habe bis zu einer gewissen Zeit mir auch noch enorm Stress gemacht. Meine Mutter, meine Familie, die haben auch dahinter... Künd, wann kriege ich ein endlich ein Kind? Und dann habe ich mir die Vögel zugelegt. Ja, ich kriege nur grüne Kinder... Ich kriege nur grüne... Ähm... Enkelkinder. Grüne gefiederte Enkelkinder. Ich lasse mich da nicht mal unter Druck setzen. Also ich bin jetzt auch langsam in so einem Alter... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, aber... Hm. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich bin gerade in so einer Phase... Einerseits würde ich... Unglaublich gerne Kinder haben. Weil allein schon, weil du nur einmal lebst. Und ich will wissen, wie das ist. Ich will diese unsagbar schweren, krassen Schmerzen haben, dass dein Unterleib auseinandergerissen wird. Also wer will da nicht drauf verzichten? Nee, jetzt mal ernsthaft. Natürlich möchte man irgendwie Nachkommen zeugen. Man möchte so ein kleines Wesen zeugen mit deinen Genen, mit deinen Zellen irgendwie. Das ist irgendwie... Ich finde das fantastisch. Aber andererseits... Ich glaube, ich könnte viele, viele Freiheiten, die ich momentan auslebe, nicht mehr so leben. Also ich glaube, ich könnte das auch... Mein Alltag sähe ganz anders aus. Also mit Kindern... Das ist ja nicht zu vergleichen. Und ich weiß halt nicht, ob ich momentan das irgendwie auf... Ähm... Ja... Darauf verzichten könnte... Würden... Wollen würde... Leg ein Ei. Genau. Wie Sui. Du kannst de facto... Keine deiner Freiheiten mehr dann leben. Richtig, ja. Schwärmt aber komisch. Auf Knopf. Der Kredithall. Ja, natürlich. Da mal Benjo. Schmeißt du dein Obst hier rum? Graf... Soooool. Allöchen. Schön, dass du da bist, Grafzall. Aber die geben einem so viel zurück. Hier, meine Papageien auch. Die geben mir auch ganz viel zurück. Deswegen vermisse ich es auch gar nicht. Wie gesagt, das Einzige wäre so ein bisschen das Gewissen, dass ich irgendwann 80 werde und sage, ja, ich hätte so gern Kinder bekommen. Ihr kennt ja dieses Quirach. Hätte, hätte, Würstig hätte, ne? Diese... Hätte ich doch Momente. Da habe ich halt ein bisschen Schiss drauf. Das möchte ich eigentlich verhindern. Das möchte ich nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Kein Problem. Bringt das kleine Wunderkind dann einfach tagsüber zu Onkel Sven. Der freut sich besonders, wenn er gerade Aufnahme hat. Das wäre lustig. Überleg dir das gut. Überleg dir das gut. Ich habe mir neulich Videos zu Kaiserschnitten und Geburten angesehen. Definitiv gutes Verhütungsmittel. Oh mein Gott, Rehasa. Ich habe neulich auch einen Podcast gehört, über eine Stunde lang über das Thema Geburt. Danach ging es mir so, so lala, muss ich sagen. Das war schon heftig. Das Thema ist bei mir schon vorbei. Ich habe darauf gar keinen Bock mehr. Aus den letzten Erfahrungen her. Oh je. Gibt es denn einen Bienerich zu bestäumen? Ich weiß nicht, Februarblüte. Aber mit Tan, habe ich gesagt. Es ist schwierig. Schwierige Lebensphase gerade momentan. Und da ist an Kinder gerade überhaupt nichts zu denken. Bist du Tante Julia? Wenn ja, reicht das doch. Ne, gar nicht. Meine Familie ist sowieso so. So ganz doll winzig. Ganz klein ist die. Die einzigen, die nachkommen, zeugen könnten im Alter, im entsprechenden Alter, wollen selber keine Kinder. Die eine möchte lieber reisen. Die andere hat, glaube ich, nicht mal einen Freund. Noch nie gehabt. Ich weiß es nicht. Noch nie kennengelernt. Das ist... Ja. Obwohl ich mag Kinder. Wirklich. Ich habe ja auch im... Na, sag schon. Im Kindergarten Praktikum gehabt. Da haben die mir am ersten Tag alle auf dem Kopf gesessen. Und da haben mich durchgekitzelt und an den Haaren gezogen. War ganz vorzüglich. Nein, ich mag vor allen Dingen mit Kindern kreativ sein. Das ist so toll. Die haben so viel Fantasie. Und es macht so, so viel Spaß. Auch einfach... Das ist schon ganz großartig. Z-Pädagogin. Nein, Rihasa. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es ist, wie gesagt, schön. Aber es gibt auch Schattenseiten. Es hat ja nicht alles nur... Oder ist auch nicht alles nur schwarz und weiß. Aber das war schon... Boah. Ich glaube, ich habe da die Nerven nicht für. Ehrlich. Ich habe da wirklich nicht die Nerven für. Brech zum. Brech ich zum. Ich bin ein Mensch. Ich brauche dann auch mal meine Ruhe. Wirklich. Da habe ich einfach keinen Bock dann auf laut und schrill und das. Ja, das kann man sich dann aber halt nicht aussuchen, dem Beruf. Man muss. Ich will das selber entscheiden können. Das ist mir, glaube ich, noch einen Ticken wichtiger. Auch wenn die Arbeit, wie gesagt, ganz toll war. Also die Arbeit im Kreativhaus damals, die war so, so schön. Als ich diese Kurse für Kinder und Jugendliche gegeben habe. Also das war wirklich schön. Ich würde erst mal diese Spinne so belassen. Ich würde nämlich gerne noch kurz die Fliegen zeichnen. Da werde ich mal ganz schnell in das andere Overlay huscheln. Mal öffnen. Weil ich muss die Fliegen ja noch machen. Ich blödi. Hab die nämlich vergessen. Hörlert Animation. Butler Hust. Butler Ghoul Arsch. Ghoul Arsch war das. Das ist nämlich very, very important, dass ich das noch fertig bekomme. Jetzt fehlen ja nur noch die Fliegen. Äh, warte mal. Wann kommen die denn eigentlich? Ist eigentlich egal. Wie kann man die überhaupt sehen? Die fliegen ja vor einem schwarzen Anzug rum. Ich mag auch Kinder. Ich könnte nur ein ganzes Essen. Ja, genau. Der Klassiker. Äh, wartet mal. Ich muss schon wieder den Zoom rausnehmen hier. Verdammt. Ach, hier ist die andere Kamera. Ups. Oder? Nee, die, nö, nö, nö. Okay. Ähm. Jetzt ist schon wieder mega dunkel hier, ne? Jetzt regnet's hier gerade. Oh, ich mag es, wenn es regnet. Das ist so muckelig. So muckelig. Wow. Jetzt kommt's runter, du. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Oh, ich hab so viel geschrieben. Wartet mal. Jetzt muss ich erst mal lesen. Du bist einfach die liebe Vogelmama. Du kennst mich nicht wirklich. Außen ein Engel in deinen Teufel hat meine Mama mal gesagt. Abgesehen davon hast du wieder zwei wunderbare Geschöpfe. Eben. Ganz genau. Und ich fühle mich momentan glücklich, so wie ich bin. Und was ich habe. Und ja. Ich mach mir jetzt keine Sorgen oder einen Kopf darüber, was ich nicht habe, sondern erfreu mich darüber, was ich habe. Der Rest, der kommt von, ja. Ach, man wird ja auch nicht jünger, ne? Aber wenn's dann halt zu spät ist, ist halt zu spät. Meine Güte, mach ich mich jetzt auch nicht fertig. Ich genieße momentan meine Freiheit und ich glaube, das ist ganz gut so. So, wie's gerade ist. Oh, wartet mal. Wenn ich jetzt runtergehe mit dem... Ich hab'n Vogel vorm Kopf sitzen. Wer der Pergurin, dann kannst du ewig deine Gaben weitergeben. Bin vierfacher Onkel, kannst du ja mal vorbeikommen. Mh, Pürge-Bubi, ich weiß nicht, ich weiß nicht. An den Haaren gekitzelt und nicht durchgezogen. Für mich funktioniert das Konzept der Raubkinder. Entweder schon vorhanden oder nachbestellt mit meinen Genen. Sollte ich wohl besser keinen Nachwuchs zeugen. Oh. Was hat der Kindergarten aus einem macht, sieht man an Milchbaum. Wieso? Was hat der Kindergarten mit ihr denn gemacht? Ich kenn die Geschichte gar nicht. Erzähl. Aber ja, ich kann nicht verstehen, wenn man sich welche wünscht. Aber auch super verstehen, dass es irgendwie nie passt. Panzertape löst alles. Lad uns dann einfach mal zum Essen ein. Oh ja, Sven. Das klingt doch fantastisch. Ich finde es übrigens fantastisch, wie der Deckel wegfliegt. Ja. Das war von Februar blüte die Idee gestern. Die ganzen Zahlen, die Arme. Ja, ja. Deswegen sage ich auch nur Kraftzahl. Besser ist das. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Oh, Nico hat eine Regen-Geräusch-App. Das ist ja cool. Ich finde, man kann so schön zocken, ein Buch lesen, Musik hören beim Regen. Unterzeichnen, malen. Oh, war das gerade etwa aus der Popo-Lops? Ja. Popo-Lops. Damit der Popo bloppt. Panzer-Telbes-Goldwert. Das macht einen aus Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ein... Sorgt für viel Ruhe. Marzipan-Kartoffel-Panzer-Fahrzeug. Hä? Oder schlafen und kuscheln beim Regen. Oh, Februar-Blüte, ja. Ja. Genau so ist es. So, wie machen wir jetzt die Fliegen? Ich nehme jetzt erstmal eine helle Farbe. Die müssen wir ja nur so... Ich brauche hier so kleine Viecher, die hier so halt so... Ich bin halt nicht so sicher, ob man die sehen kann, weil die vor dem Schwarzen... Welche Farben sollen die Fliegen haben? Wollen wir die so grau machen? Sonst kann man die nicht erkennen. Sonst kann man die nicht erkennen, ihr Lieben. Oh, warte mal. Ich muss mal den Furz ausblenden. Ich sehe sonst nicht, was ich hier mache. Bei Fliegen kann man ja ruhig ein bisschen schlampig arbeiten. Nee, guck mal. Das ist doch schon eine gute Fliegenbewegung. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir... Ob wir die Farbe so lassen, weil die sollen ja auch erkennbar sein. Ich glaube, ein bisschen... Dunkler könnten wir sie machen. Die laufen dann im Loop ab. So grün schimmernd. Okay, gucken. Grün schimmernd. Grün schimmernd. Schimmermatt. Bisschen blau, kann man auch mit reinbringen. Das ist okay. 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 Was meint ihr? Wollen wir das so nehmen? Oder ist das zu grell? Ich muss hier nur ganz schnell bewegen. Diese guten schimmernden Fliegen finde ich eigentlich mega hübsch. Diese fetten Klofliegen. Die Vögel sitzen gerade voll auf meinem Kopf. Oh, ihr Süßen. Gib der Tante mal einen Pussy. So, du Liebe. Ich muss nun in die Vorbereitung. Viel Spaß noch. Mit dem Butler, habe ich jetzt gelesen. Mit der Butter. Mit dem Butler und der Brotspinne und dem Sport. Vergiss nicht, vorher noch zu essen. Du bist so lieb, Nico. Dankeschön, du Lieber. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und einen wundervollen Stream. Dankeschön, dass du da warst. Und lass es dir gut gehen. Bis bald. Ich freue mich schon. Kann jemand erklären, wie man zur Idee dieses künstlerischen Projektes kam? Es ist alles Zufall gewesen, Nopf, Nopf. Eines Tages, letzte Woche war es erst, glaube ich, in der Mitte der Woche, kam mir so Butler in den Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Irgendwas. Ja, da kam der Butler in den Kopf und dann habe ich überlegt, jetzt kannst du ja den einmal animieren. Und dann kam das eine zum anderen. Das ging ganz, ganz schnell. Gerne, bitte. Wie sie immer den Kopf schütteln nach dem... Ja, ja, Himmel, Warte. Himmel, Warte, so ist es. Vielleicht geht es ja auch mal ohne schütteln. Da, hat sich nicht geschüttelt. Meine Süße. Ich liebe die so. Wollen wir noch ein bisschen Gelb mit reinbringen? Das ist kein Problem. Gelb ist immer da. So ein bisschen schimmernd. Eine Schimmerfliege? Ich muss mir das bei den anderen auch ein bisschen machen, ne? Einfach nur ein bisschen Variation zu haben. Was meint ihr? Wollen wir die jetzt so nehmen oder sagt ihr, nö? Die sehen scheiche aus. Ich glaube, ich würde wohl noch ein bisschen... Die sind mir noch ein bisschen zu... Naja. Ähm, zu krass. Ähm, ich gehe mal ein bisschen mit der Sättigung runter. Die sind mir noch ein bisschen zu sättigend. So. Ich bin jetzt auch ein bisschen dunkler. Minus 33 und minus 15. Minus 33 und minus 15. Minus 33. Und minus 15. Minus 3 und... Minus 33. Minus 15. Ja, super! So passen die doch. So passen die doch. So, dann speichere ich mir jetzt die drei Bilder mal ab. Nicht erschrecken, der verliebt jetzt seinen Arm. Und seinen Kopf und seinen Bart und sein... Ähm, ach alles. Weil ich jetzt nur die Fliegen benötige. Habe ich jetzt alles ausgeblendet? Ja. So, Datei. Kopie speichern unter. PNG. Ah, nee! Quatsch! Erst auf eine Ebene. Datei speichern als... PNG. Boah. Habt ihr das gehört? Ich muss zum Sport. Das war mein... Wie heißt denn der hier? Schlüsselbein war das nicht, aber der Brustkorb. Man hat ja hier so ein Brustbein. Und wenn ich eine Weile so solarplex ist, das weißt du. Wenn man eine Weile so gekrümmt sitzt und dann so nach vorne geht, dann... Kannst du mir erzählen, was es mit der Brotspinne auf sich hat? Ich bin bei der Ideenfindung AFK gewesen. Ähm... Die bucklige Brotspinne kam als Vorschlag von... Ähm... Irgendwas mit D. Lieber Zuschauer mit D. Warte mal. Warte mal. D, 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 D. D, 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 D. Bist du noch da? Wo bist du? Wo bist du? Ich kann nicht mehr so hochscrollen. Also der Vorschlag, der kam vom Chat. Vielleicht meldet sich derjenige ja noch. Ähm... Und dann habe ich das einfach in die Tat umgesetzt. Ich zeige sie gleich doch mal, ja? Ähm... Das war die Gulasch-Materialien. Die Gulasch-Materialien. Und das ist die Fliege. Null eins. Ah, hast du die fertige, buckelige Brotspinne? Und wir... Wir sind dazu gekommen, dass es, ähm... Kein Weibchen ist, sondern ein Männchen. Das ist ein Brotspinnerich. Ähm... Ich mache morgen aber noch ein bisschen Highlights. Das ist noch nicht ganz fertig. Ich wollte jetzt erst mal nur die Fliege machen. Weil schon wieder so spät ist. Sven muss los. Alles klar. Drücker... Drückerchen zurück an dich. Und danke schön, dass du da warst. Mach dir noch einen wunderwundervollen Tag. Bis bald. Immer ans Backup denken. Löst Verklickungen auf. Ja. Ich bin Sportler. Seid klein auf. Und Anna Tomi ist einer der Bereiche, mit denen ich mich beschäftige. Uh, wow. Das ist immer krasse, wenn man das alles auswendig kennt. Sketch-Tag. Moin. Quatsch, ich habe ja schon Moin gesagt. Ja, mein Gehirn ist langsam. Ich werde jetzt auch gleich was essen, weil ich merke es schon so richtig funktionieren. Tut die Gehirnleistung nicht mehr. So, Kopie speichern unter PNG, unter Gulaschmaterialien. Und Fliege. Oh, sag jetzt nicht, ich habe die Fliege woanders gespeichert. Ah, nein. Gut. Fliege zwei. Und jetzt kommt Fliege drei. Also, wir haben jetzt drei PNGs quasi. What? What, what? What, what? What hat er tut da? So, drei. Speichern. So. Jetzt gehen wir... Oh, Maus. Jetzt gehen wir in... Oh, Vögel. Ihr blockiert die ganze Sicht hier. Die ganze Sicht. Ich bin in Portugiesel. Oh, really? Ah, that's why you write Schnitzel in the chat. Schnitzel is a meal. A very delicious meal here in Germany. The only German word you know. Do you like Schnitzel? With Pommes? And Ketchup? Mmh. Or, ähm... Äh... Sauce of, äh... Mushrooms. Was heißt ein Sauce auf Englisch? Es ist auch Sauce, 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 Sauce. Ah, ich lasse es. Ähm... Projekte öffnen. Goulasch. Jo. Da machen wir eine neue Komposition. Eine neue Komposition? Aber doch nicht eine Minute lang. Mmh... Reichen 08. Und da reicht 08. So, jetzt öffnen wir Importieren. Wir unsere Fliechenbilder. Ah! Ich hab keinen Platz mehr hier. Die Maus macht mich auch gerade wahnsinnig. So. Ähm... Jetzt sind wir ihr zwei. Oh, ihr seid zu süß. Oh, ihr seid zu süß. Ihr seid zu süß. Ähm... Was wollte ich jetzt? Genau. Atelier? Nein! Stream... Äh... Alert-Animation? Gulasch. Gulasch! Drei Fliegen, PNGs. Oh, scheiße. Das ist das kürzeste, was wir haben können. Jetzt machen wir es wie mit den Zellen bei der Zellteilung. Jetzt machen wir es wie mit den Zellen bei der Zellteilung. Das ist das Schnellste, was jetzt geht. Oh, ist wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, oder? Ach, naja. Da kommen wir ja noch ein bisschen mitspielen. So, dann gehen wir auf Speichern. Gehen auf Komposition 1. Ab wann kommen die Fliegen ins Spiel? Wenn der Deckel hochfliegt, ne? Ähm... Oh. Ich habe es vergessen. 0024. Ähm... Komposition-Einstellung 004. So. Ähm... Ach, schade, dass man das hier nicht einstellen kann. So, ab wo kommen die... Pia... Hier fliegt der Dingenskirchen weg? Ähm... Das ist die Frage. Machen wir den unter oder über den... Ne, ich würde sagen, den... Den Pups, den lassen wir. Wo ist denn der eigentlich? Wo ist der... Äh... Hier. Boah, sind die Vögelchen gerade putzig? Ja. So, so. Du hast einen geilen Musculus Glutelus Maximus. Hä? Was ist das? Und welcher Muskel ist das? Habe ich nicht. Was ist da denn? Stimmt der Arschmuskel, war... Das kann doch der Arschmuskel sein. Oh nein, ich habe die Raubtiefeldung... Och nö, Olli! Dann machen wir das gleich nochmal zum Abschluss. Hier muss niemand was verpassen. Nach der Wolke kommen fliegen. Nach dem Geruch... Ja, stimmt. Na gut. Nach der Wolke. So, so. Blub. Machen wir die noch ein bisschen langsamer. Ähm... Zeitdehnung. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, es könnte ein bisschen zu schnell sein. Uh! Die... Äh... Äh... Das ist glaube ich ein bisschen zu schnell, ne? Zeitdehnung. Äh... Das ist perfekt. Da kann man gleich, glaube ich, den Sound nochmal ein ganz klein bisschen leiser machen. Das ist... Hup... Angerichtet. Guck mal. Minus zwei Dezibel. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu laut. Ich höre, dass die Warf... Das ist... Warf... Whipfart... So, dann gucken wir nochmal. Die Ghoul-Arsch-Suppe ist angerichtet. Die Ghoul-Arsch-Suppe ist angerichtet. Die haben so einen kleinen Aussetzer drin. Ähm... Ähm... Drei, zwei... Oh. So, hat sich ein bisschen was verschoben hier. Wieso ist das denn passiert? Das ist mir sonst nie passiert. Das ist jetzt ein bisschen wie Tetris. Ja, das kann doch manchmal Spaß machen. So, jetzt müsste die Animation ein bisschen flüssiger laufen. Wenn wir Glück haben, Partei speichern, Komposition neu laden. Dann macht das schon automatisch. Ja, perfekt. Die Gulaschsuppe ist angerichtet. Guck mal, wie schön. Ja, gut. Dann wird der jetzt hier gespeichert. Habe ich schon. Komposition. An Renderliste anfügen. Verlustfrei. Jetzt zeige ich euch mal, was man hier einstellt, damit man einen transparenten Hintergrund behält. Und zwar geht ihr hier erstmal auf Audioausgabe. Wollen ja mit Sound. Dann auf Format und Quicktime. Und hier bei Kanäle, bei Videoausgabe, geht man einfach hier auf RGB plus Alpha Kanal. Bäm. Haben wir den transparenten Hintergrund dabei. Jo, dann speichere ich mir das unter Gül Arsch, jo. Speichern. Jo, möchte ich. Und dann gehen wir auf Rendern. Und dann haben wir die Sache erledigt. Wie alt würdest du mich eigentlich schätzen? Keine Ahnung. Ich weiß absolut gar nichts über dich, Lucky Muss. Da könnte ich jetzt jede Zahl nennen. Ich weiß weder, was du warst, noch gar nichts. Ich habe dich noch nie gehört, noch nie gesehen. Also man kann ein bisschen besser schätzen, wenn man den Menschen zumindest schon mal gehört oder gesehen hat im Leben. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Aber ohne... Ich kenne ja nur Geschriebenes von dir. Und dein Nickname hier. Das ist... Daran kann man, glaube ich, kein Alter erkennen. Nee, ich rendere in After Effects. Ich benutze gerade After Effects. Das ist dieses wundervolle Programm hier. Damit. Ja. Ah, 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 ah. After Effects. Linora! Dankeschön! Vielen lieben Dank für deine 100 Bills. Genau. Michio! Moin! Ja, die sind süß. Die sind süß. Die kleine Scheiße. Die kleine Scheiße. Die kleine Scheiße. Ja. Ich habe euch versprochen. Am Ende gibt es noch einmal Birdie-Nam-Nam. Ähm, das machen wir jetzt. Viel Probleme. Dankeschön. Und Ali, ich hoffe, du bist da. Ähm. Ansonsten hoffe ich, hast du ein gutes Ali, Bi. Sorry, das musste sein. Ähm. Oh mein Gott. Aber ich muss jetzt mal die Kamera... Oh, diese Kamera! Die 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 lieben Banänchen. So, entschuldigt erstmal für alles, was ich jetzt nicht irgendwie mitgelesen habe. Ich war jetzt gerade so in der Arbeit versunken. Nicht böse oder traurig sein. Am besten mich nochmal markieren. Komm mal hier zwei. Guck mal, Bödi. Und dann gehen wir nochmal hoch hier. Das wäre ein schöner Abschluss. Was? Ein schöner Abschluss. Lucky muss zwölf. Wie alt bist du denn jetzt, Lucky muss? Oder magst du das nicht mitteilen? 14, 15 vielleicht? Die ist noch nicht ganz so reif, ne? Schleudert das bitte nicht so rum, Benno. Ich setze euch gleich auseinander. Aus. Mitten an der Teil. Was hat Sui mir gerade an? Was hat mir Sui? Das ist aber Mäuschen. Geht man so mit seiner Mama um? Das sieht aus, ey. Die Banane ist voll weiß. Nicht die Vögel überfüttern. Nein, nein. Früchte gehen immer. I think it's called Bolo de Castella. The cake. Hä? Nein, ich hab die Raubtiefütterung. Das hatte ich schon. Gut. 14. Wie alt bist du denn jetzt? Hast du das Alter schon geschrieben? Lucky muss. Jetzt hast du es. 14! Krass. Wow, wie hast du das denn? Oder hast du das gemerkt? Gott, man hat das schon mal geschrieben gehabt? Ja, wie jetzt? Fertig ich oder was? Sui ist schon auf den Schoß gegangen. Ach, ich dachte, dein Programm. Ach so, deswegen erkenne ich nichts wieder. Sonst malst du ja immer mit CSP. Aber inwiefern lässt Greta dich im Strich? Greta? Im Stich? Oh, Benjo! Greta. Mit Greta arbeite ich nicht. Und, ähm, Frame für Frame alles zu animieren ist halt viel zu zeitaufwendig oftmals. Ich mache das für die Bilder, Pupi. Aber für die abschließende Animation benutze ich immer noch am liebsten After Effects. Bin ich drei Wochen schneller mit. Mindestens. So. Wenn du willst, können wir mal über Discord gerne reden. Im Discord, da rede ich nicht so gerne. Das mache ich wirklich nur mit Freunden im Spiel. Aber ich bin nicht so der Smalltalk-Typ, Lucky Moos. Tut mir leid. Da bin ich nicht der Typ für. N-n. Ich habe auch schon versucht, größer zu zeichnen und dann zu konvertieren. Aber auch nur Pixelmüll am Ende. Komisch, Ali. Das ist wirklich komisch. Vor allen Dingen, mit was für einer Auflösung erstellst du die? Mit 72, ne? Hast du geschrieben. Warte mal, hast du die? Au, hey. Benju. Mit was für einer Auflösung hast du die denn gezeichnet, die Emotes? Das würde ich gerne mal wissen. Also ich nehme 560 mal 560. 72 dpi. Über 100? Ich weiß es gar nicht. Und speichere das als PNG. Da muss irgendwo bei dir ein Fehler sein. Aber ich weiß halt nicht so aus einer Pferden-Diagnose, woran das liegen könnte. Tut mir leid. Sate, moin. Schön, dass du nochmal reingeschaut hast. So, ich bin immer weg und wünsche noch viel Spaß heute. Denk an die Febrablüte. Ich habe sie ja an. Alles gut. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Und vielen lieben Dank für deine wundervollen Ideen. Wieso warst du überhaupt hier? Wir haben Oktober. Hä? Achso. Nein, nimm mal eine höhere Auflösung am besten. Aber wie gesagt, woran das liegt, kann ich dir leider so ferndiagnostisch nicht sagen. Das ist nicht möglich. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ach Mensch, das tut mir so leid. Ich kann dir nur sagen, wie ich es mache. Weil ich nur im Februar arbeiten muss. Sie blüht nur im Februar. Nein, sie blüht das ganze Jahr über, aber arbeitet nur im Februar. Ja, ich mache das auch oft so wie Julia. Dann kommt es ein wenig auf die Specs deines PC an. Ja, genau. Ferndiagnosen sind wirklich schwierig. Man kann jetzt da nicht einfach so aus dem Himmel heraus sagen, woran es liegen könnte. Boah, Gottwin. Dankeschön, du Lieber. Vielen, vielen lieben Dank für das Abo für Febrablüte. So, Febrablüte. Jetzt kannst du weiter in den Tag schreiten. Mit einem wundervollen Abo. Dank des lieben Gottmans. Dankeschön, Gottman. Das ist ja lieb. So, ihr Lieben, jetzt gucken wir mal, den wir jetzt an den Besuch abstatten werden. Aber Benjo verdeckt mir gerade die Sicht hier. Oh, so viele bekannte Gesichter. Turnier. Wollen wir die Regel nehmen, dass wir zudem raiden? Boah, im deutschen Kunstraum ist ja gerade richtig die, 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 geht gerade richtig die Post ab. Kampfroboter. Was klingt jetzt am interessantesten bei den Menschen mit am wenigsten Zuschauern? Am Portfolio für die Uni basteln. Am Portfolio für die Uni basteln? Hm. Habt ihr vielleicht einen kleineren Art-Streamer, den ihr gerne raiden möchtet mit mir gemeinsam? Dann bitte seid so lieb und schreibt ihn hier in den Chat. Emote zeichnen, Inktober 6 und 7 zeichnen. Derrick LP, okay. Ich bin offen für alles. Schon Feierabend. Ich hab fünf Stunden gestreamt. Jetzt wird Sport gemacht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr sitzen, Jack. Fünf Stunden ist schon absolut tödlich für jeden Rücken. Ich müsste eigentlich nach zwei Stunden, ein, zwei Stunden, müsste ich eine Pause machen. Wannlau, ja, Demi, ist, ähm, ein guter Vorschlag, aber ich würde sehr gerne, ähm, auch mal kleinere supporten. Megumi ist auch online, stimmt. Doppelkammertoaster. Doppelkammertoaster? Nicht helfen, wenn es an dem Rechner liegt. Man müsste auf dem Discord von mir, ich hätte Zeit. Oh, das ist lieb von dir, Riasa. Herbert Feuerstein ist gestorben! Oh mein Gott, der war schon 83. Oh je. Okay, das ist krass. Haben wir gerade Discord-Linken, äh, oh, super, Ali. Vielleicht, vielleicht kann man dir irgendwie doch noch helfen. Doppelkammertoaster, bitte was? Painting-Focus-Tream. Ähm, ich guck mal kurz, was er macht. Was ist Mammur-Kurloch? Mein Hopp, 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 Hopp. Was hab ich denn hier auf? Ach so, Haspin Hotel. Ach ja, Haspin Hotel. Mh, Doppelkammertoaster. Ich guck mal rein, Riasa. Van Halen auch. Ach, du grünen, neiner. Unter Fragen. Ähm, wir haben unterm Atelier einen, einen Fragen-Kanal. Und da kannst du das gerne reinschicken, Ali. Wie viel Zuschauer? Sechs. Ja, geil, machen wir. Doppelkammertoaster ist ein geiler Nickname. Ist ein geiler Nickname. Da machen wir das jetzt. Wir raiden zu Doppelkammertoaster. Ähm, und ich hoffe, dass das, ähm, ja. Ich hoffe, ich habe eine gute Erfahrung für ihn wird. Hoffen wir mal. Och, dass immer gleich dieses Video auf der Startzeit losgeht. So, ihr Lieben, wir haben heute Mittwochmorgen und übermorgen haben wir noch ein Strömchen zusammen. Ja, ja. Und, äh, wenn ihr, ähm, Lust verspielen solltet und eventuell zufälligerweise ein bisschen Zeit haben solltet, würde ich mich wieder sehr, sehr freuen, ähm, mit euch den morgigen Morgen, Mittag und Nachmittag zu verbringen. Also, wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein bei Juli Luat. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, mit euch diese Zeit zu verbringen. Und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für einfach alles heute wieder. Für alle unglaublichen Donations auch. Für die Bits, für die Follows, für die ganzen Subs und die Geschenksubs. Und, hab ich was vergessen? Die Raids und die Hosts. Und nun wünsche ich euch erstmal noch einen ganz, ganz wundervollen, entspannten, restlichen Mittwoch. Und lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf morgen. Macht das gut und bis bald. Damit sind wir. Wenn du sagst. Okay, ich sag's. Raus. Ich muss jetzt auch den Raus-Knopf drücken. Du musst ein Glas aussehen, ne? Dann klappst du auch nur dem Nachbarn. Wir erreichen glücklich unseren nächsten Halt. Von allen Fahrgästen, die hier aussteigen, verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung hinten. Hallo. Das ist unbezüglich, weil ich fast schon wieder stehe. Ich bin sorry. Hallo, Lavender. If you guys speak German, I can speak German as well. Let me know, the stream is in English. I'm almost gone streaming, though. I have a student at 69.